Die Sendung wurde live untertitelt. Es ist angerichtet. Herzlich willkommen zum Final Table Nummer 3 der ersten Staffel mit dabei natürlich wieder unser Profi, der nicht nur mit Halbwissen glänzt, Felix Schneiders. Wir haben ja jetzt schon zwei Folgen gesehen. Wie würdest du die so beschreiben? Ich fand sie sehr unterschiedlich. Ja, komplett unterschiedlich, komplett konträr. Erste Folge, totales Geballer. Zweite Folge, saßen alle erstmal so da. Und ich bin mal gespannt, was heute passiert. Also ob wir irgendwie wilde All-Ins sehen oder ob wir auch wieder die tightesten Herofoils bekommen. Also es kann alles passieren. Das ist das Geile am Pokern. Es kann wirklich alles passieren. Wir sehen uns gleich in der Kommentatorenbox. Bleibt noch hier. Wir werden natürlich auch gleich noch die Spielereien bitten. Wir haben auch wieder eine Dame heute am Start, was ich immer persönlich sehr gut finde, weil das mischt so das Gesamtgefüge immer so ein bisschen auf, oder? Das haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Wir wollen uns natürlich an dieser Stelle wieder bei unserem Partner bei Jobstairs.de bedanken, die die ganze Sausie mit möglich machen. Vielen Dank dafür, falls ihr einen Job sucht. Jobstairs.de ist eure Adresse. Danke dafür. Ja, wir werden natürlich auch die Leute bedienen, die vielleicht mit Pokern noch gar nichts am Hut haben. Es soll ja welche geben, ne? Ja, hoffentlich, hoffentlich. Und den werden wir das Spiel natürlich immer wieder im Laufe der wahrscheinlich vier, fünf, vielleicht auch sechs Stunden, je nachdem wie lang der Final Table heute geht, mit an die Hand nehmen. Pokern erklären, das machst du dann in erster Linie. Wir werden die Hände analysieren. Wir werden die Spieler vielleicht so ein bisschen analysieren und wir werden viel über Pokern sprechen und vor allen Dingen auch großartiges Pokern hoffentlich heute sehen. Und wenn ihr gar nichts mit Pokern am Hut habt, dann kommt hier unser Erklärfilm für euch. Gespielt wird bei Final Table die beliebteste und am weitesten verbreitete Poker-Variante Texas Hold'em. Zu Beginn müssen die beiden Spieler, die links vom Dealer-Button sitzen, als Einsatz den Small Blind und den Big Blind setzen. Letzterer geht fortan als Mindesteinsatz für alle Spieler. Danach verteilt der Dealer zwei Karten an alle Spieler, die nur sie einsehen können. Sie müssen sich nun entscheiden, ob sie ihre Hand spielen oder aussteigen möchten. Das nennt man dann Fold. Call bedeutet, mit dem aktuell gesetzten Beitrag mitzugehen. Bei einem Race wird der Einsatz erhöht, wobei die anderen Mitspieler dann wieder mindestens gleichziehen müssen. Der Spieler, der den Big Blind gesetzt hat, hat als letzter die Möglichkeit zu checken, zu folden oder zu erhöhen. Geht ein Spieler all in, setzt er all seine Chips in den Pott. Haben alle Spieler gesetzt, deckt der Dealer drei Gemeinschaftskarten auf, den sogenannten Flop. Mit ihnen kann jeder Spieler sein Blatt kombinieren. Nun können die Spieler wieder checken, raisen, callen, folden oder all in gehen. Checken alle Spieler, dann wird weitergespielt, ohne dass etwas gesetzt wurde. Danach legt der Dealer eine vierte Karte, den Turn, zu den Gemeinschaftskarten und jeder Spieler hat wieder dieselben Einsatzoptionen wie in der Runde zuvor. Anschließend wird die fünfte und letzte Gemeinschaftskarte, der sogenannte River, geleakt. Es folgt die finale Setzrunde. Schafft es ein Spieler, seine Gegner trotz eines schlechten Blattes zum Fold zu drängen, gewinnt er mit einem Bluff. Ohne dass er seine Karten zeigen muss. Wenn mehr als ein Spieler nach den Einsätzen übrig bleibt, kommt es zum Showdown. Dabei müssen die verbliebenen Teilnehmer ihre Karten offenlegen. Derjenige, der aus seinen Zweihandkarten und den Gemeinschaftskarten die beste Fünferkombination legen kann, gewinnt die Partie und damit den Inhalt des Pots. Nach jeder Partie wandert der Dealer-Button eine Position weiter nach links. Royal Flush Der höchstmögliche Straight Flush Straight Flush Fünf Karten gleicher Farbe in Reihe Vier Karten gleichen Wert Full House Ein Drilling und ein Paar Flush Fünf Karten gleicher Farbe Straße Fünf Karten in Reihe Drilling Drei Karten gleichen Wert Zwei Paare Zwei Paare Ein Paar Ein Paar Ein Paar Die Karte des höchsten Werts Ich weiß nicht, wie es euch ging. Hier jedenfalls bei uns war Ruhe. Die Spieler, die stehen mir gegenüber. Ihr könnt sie noch nicht sehen. Ich werde sie gleich begrüßen. Banden unten auf den Monitor. Ah, so geht das. Das macht Hoffnung für den heutigen Abend. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir die Spieler kennenlernen. Sophia ist unsere Lady heute am Tisch und hat sich hoffentlich ein bisschen was vorgenommen. Du hast geschrieben, wenn du auf Klo gehst, dann blaffst du auf alle Fälle. Das ist schon mal deine Strategie. Das habe ich geschrieben. Das hast du geschrieben. Es sei denn, du hast einen Ghost Rider. Nein. Ja, nein. Was hast du dir vorgenommen heute? Ganz gut abzuschneiden. Auf jeden Fall genauso frech zu sein wie alle anderen. Das schaffe ich, glaube ich auch. Man muss sich realistische Ziele setzen. Hast du denn schon mit Pokern Erfahrung gehabt? Also spielst du selber irgendwie? Das ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe mir damals eine Playstation Portable auf dem Flohmarkt gekauft und das einzige Spiel, was damals dabei war, war tatsächlich Poker. Texas Hold'em Poker. Das heißt, ich habe eine ganze Weile nur Poker auf meiner PSP gespielt. Aber nicht um Echtgeld, natürlich. Nee. Gegen wen ging meine kleine Schwester? Dann nimm Platz. Ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen und wir kommen zum nächsten. Simon ist dabei, hockt noch in der Ecke und das Wichtigste beim Pokern findest du ja, dass das Glas voll ist. Deshalb hat der Dreck auch schon mal die Flasche mitgenommen. Die Gelegenheit war günstig und außerdem, man hat mich direkt neben dem Bierkasten platziert. Mehr durch Zufall. Habe ich genutzt. Ja, ich finde, man muss ein bisschen hydriert bleiben. Das ist ganz wichtig, dass man genug Wasser aufgenommen hat. Wie ist deine Poker-Erfahrung so? Man hört ja viel Gutes von dir. Die Leute glauben mir nie, dass ich das überhaupt nicht kann. Und dann haben sie Angst vor mir und dadurch gewinne ich ab und zu meine Hand. Aber ich habe keine Ausdauer. Das ist mein großes Problem. Nach drei Stunden habe ich keinen Bock mehr. Nach der Pizza gehen die All-ins, aber da fliegen die. Dann riskiere ich auch mal was. Ich drücke dir trotzdem die Daumen. Wir wissen zumindest jetzt, dass wir eine Art Ian heute am Tisch haben. Ja, Ian hat auch gesagt, du musst ride gehen. Du musst irgendwie immer all-in gehen. Aber ich werde es nicht ganz so schlimm eskalieren lassen. Ich will mitspielen. Ja, darfst du. Da hinten ist dein Platz. Marco ist extra aus München angekreist. Wo ist er? Und hat natürlich heute hoffentlich auch etwas vor am Tisch. Ja, mit Chips spielen hauptsächlich. Das war mein Fidget-Spinner im Abi. Deswegen. Wieso? Mit Chips spielen. Ach so. Sieht gut aus. Heißt nicht, dass man wirklich was am Pokertisch kann, aber ... Aber ist vor allen Dingen, glaube ich, hier gar nicht erwünscht, weil dann kriegen die in der Tonregie einen richtigen Affen, wenn man ... Diesen einfachen Trick mache ich nicht. Also, okay. Also, dieses so, ich stapel die Chips aufeinander. Du machst das geräuschlos. Ja, nee, nicht ganz geräuschlos, leider. Es kann sein, dass er mal einmal quer mit dem Tisch rollt, und dann weiß jeder Bescheid, dass ich das war, aber ... Bist du den Ehrgeiz? Ich möchte es gewinnen. Möchtest du heute am Tisch ordentlich mal ... Möchte ich tatsächlich. Das Problem ist natürlich, jetzt habe ich es gesagt, und wenn ich jetzt als Erster rausfliege, dann ist die Fallhöhe natürlich auch ... Das ist immer so, glaube ich. Das ist eigentlich ... Das muss man eigentlich akzeptieren am Pokertisch. 9.8. Das ist die Hand, die du gerne spielst, habe ich gelesen. Ja, weil das ist halt die einzige Möglichkeit ... oder eine der wenigen coolen Möglichkeiten, einen Straightflash hinzukriegen. Deswegen kann ich da schlecht widerstehen. Auch wenn ich weiß, dass die Hand nicht immer die beste ist. Aber kommt ja auch auf den Zeitpunkt an, wo man spielt. Nimm Platz. Wir freuen uns, dass du da bist. Dankeschön. Auf den Kollegen freue ich mich sehr, und ihr hoffentlich auch, denn der hat nämlich das möglich gemacht, dass es hier überhaupt gespielt werden darf. Chris, komm mal rüber. Der ist nämlich dafür verantwortlich, dass dieser Pokertisch überhaupt gebaut wurde. Und so aussieht, ne? Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich habe dich einmal besuchen dürfen, als der noch roh war, unbespannt, noch keine Elektronik drin war. Da habt ihr mit sehr viel Liebe gearbeitet. Das Video gibt es ja noch mal zum Nachschauen. Das hat Spaß gemacht, oder? So sah es jedenfalls aus. Also mega, klar. War ein sehr geiles Projekt, habe ich sehr gerne gemacht. Also war auch eine Hammer-Herausforderung. Und ist auch sehr gut gelungen, finde ich. Und hält noch. Hält noch, ja. Das ist erstaunlich, dass es bei uns noch hält bei Rocket Beans, aber ja. Was hast du dir vorgenommen? Was soll man sich vornehmen? Ich meine, man sitzt hier unter Amateurin, ist selber Amateur. Also einfach Spaß haben heute und gut abschneiden. Gucken, dass man vielleicht doch irgendwie gewinnt. Ja, dann drücke ich dir die Daumen. Alles Gute. Nimm Platz. Dennis ist der Nächste bei uns am Tisch. Oh, sorry. Das macht doch nichts. Dennis. Dennis, ich weiß, du hast etwas mit unserem Felix Schneiders in der Kommentatorenbox gemeint, weil er ist nämlich durch Magic the Gathering, was du auch spielst, zum Pokern gekommen. Ach was? Ihr spielt das beide sehr gerne. Was hat das mit Pokern zu tun? Gar nichts. Keine Ahnung, wie du darauf kommst oder wie man dann den Bogen kriegen soll. Nee, das hat absolut nichts miteinander zu tun. Nein, das ist nichts. Das sind Karten. Das ist alles. Und es gibt Monst... Nee, das gibt es hier nicht. Nee, nichts. Nichts hat das damit zu tun. Ich habe eben gehört, als du am Tisch schon mal saßt, in der Proberunde gespielt hast, du hast mehrere Jahre nicht gespielt, ne? Ja, das stimmt. Ich habe mehrere Jahre nicht gespielt. Das letzte Mal ist schon wirklich eine ganze Weile her. Ich will nicht sagen, wie lange. Aber ja, ich wurde gefragt, ob ich mitmachen will. Und ich habe die erste Folge gesehen. Und wer genau aufgepaust hat, der weiß, dass irgendwann gibt es Pizza. Also mein Ziel, so lange zu bleiben, bis es Essen gibt. Dann nimm Platz und viel Spaß wünsche ich dir. Hauke, bitte. Du bist an der Reihe. Pokern ist für dich, hast du gesagt, Hobby. Ja, war es sogar mal nur. Also ich würde sagen, es ist ähnlich wie bei Dennis. Früher mal viel gespielt und jetzt bestimmt seit anderthalb Jahren nicht mehr. Viel gespielt, private Runden oder viel gespielt online? Private Runden. Also online nur mal, weil auch diese Magic-Überleitung war ganz gut. Viele Pro-Gamer sind damals zu Pokern gegangen. Viele StarCraftler auch. Dann dachte ich, guter Zug springt da mal auf und war halt zu schlecht. Hast du dir was vorgenommen für heute? Ja, entweder unter den ersten drei rausfliegen, weil man dann noch nach Hause kann zeitig, oder gewinnen. Alles dazwischen ist kacke. Dann hoffe ich, dass du nicht so früh vom Tisch fliegst in dem Platz. Der Blitz ist da. Ja, Comic-Experte und für ihn ist Pokern ein Buch mit sieben Siegeln. Hat aber gesagt, trotzdem nehme ich heute teil. Ich bin unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hergelockt worden. Ich dachte, wir spielen ein ganz entspanntes Gesellschaftsspiel unter Freunden. Und jetzt machen wir hier Poker. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Keine Freunde am Tisch und kein Gesellschaftsspiel. Wieso nicht? Guck dir das doch an. Du hast ja eine Tasche hinten am Tisch, habe ich schon gesehen. Da sind fünf unterschiedliche Sonnenbrillen drin. Für die Gelegenheit. Je nachdem. Daran kannst du dann auch erkennen, ob ich ein gutes oder ein schlechtes Blatt habe, ob ich bluffe oder sonst was. Aber das musst du natürlich erstmal rausfinden, welche Brille für was gedacht ist. Wissen die anderen das schon? Nein. Okay. Nein, nein, nein. Außerdem, ganz ehrlich, das ist ja wirklich so freundschaftlich. Simon will auch mal eine Brille von mir haben und so. Wir werden da ein bisschen rumtauschen, denke ich. Ich wünsche dir viel Spaß und ich bin gespannt auf die Brillen. Ich habe gehört, du hast auch Kleidung zu wechseln da. Ja, weil ich schwitze jetzt schon wie ein Schwein. Deswegen, ich muss vielleicht durch mich nochmal trockenlegen. Das ist wirklich schön. Viel Erfolg. Andi, du bist der Letzte im Bund. Die anderen haben schon Platz genommen. Hast du dir auch was vorgenommen oder ist das für dich auch eher... Schauen wir mal. Also ich habe echt auch lange nicht gespielt. Ich habe früher, vor zehn Jahren, so ein bisschen gespielt mit Freunden und uns das darüber halt ein bisschen beigebracht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir uns das richtig beigebracht haben. Und dann haben die hier halt immer mal ein bisschen gedabbelt und dann habe ich da auch mal ein bisschen mitgespielt. Aber ja, ich bin eigentlich hier, weil ich mir vorgenommen habe, ein bisschen Spaß in die Runde zu bringen. Denn ich habe irgendwann, ich glaube in der zweiten Folge, habe ich mal reingeguckt und da siehst du halt verdammt nochmal gefühlte 80.000 Stunden Leute, die... Die waren sehr verbissen in der zweiten Folge, ne? Ja. Die sitzen alle so... Und ich denke so, ja, okay, man kann es auch ernst nehmen. Aber ich gehe rein und versuche ein bisschen Spaß zu haben. Was das bedeutet für meine Spielweise, ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht ganz genau. Wir sind sehr gespannt. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Spaß und nimm Platz. Und das Spiel wird natürlich jetzt gleich angerichtet. Carsten, der professionelle Dealer, der steht schon in der Ecke, kommt gleich auch hier rein. Wir brauchen aber natürlich euch. Ihr sollt nicht nur zugucken, sondern ihr könnt auch mitspielen und am Ende was gewinnen. Und wie das Ganze geht, das zeigen wir euch jetzt. Beim Final Table könnt auch ihr mitspielen. Geht dazu einfach auf watch.rocketbeans.tv und meldet euch dort mit eurem YouTube- oder Twitch-Konto an. Beim Start des Pokerturniers habt ihr 10.000 virtuelle Chips zur Verfügung. Von denen könnt ihr zu Beginn jeder Runde einen selbstgebeten Betrag auf die Person setzen, von der ihr glaubt, dass sie gewinnen wird. Tippen könnt ihr ab dem Moment, an dem die erste Karte an die Spieler ausgegeben wird, bis zu dem Zeitpunkt, wenn die erste Karte des Flops aufgedeckt ist. Liegt ihr mit eurem Tipp richtig, bekommt ihr den doppelten Wetteinsatz zurück. Liegt ihr falsch, sind die gesetzten Chips verloren. Die drei Spieler, die am Ende die meisten Chips gesammelt haben, gewinnen jeweils ein individuelles, bunt gemischtes Rocket Beans-Paket. Also, wir drücken euch natürlich die Daumen. Viel Glück und viel Spaß. Und Carsten, unser Dealer, wird gleich die Karten geben. Und dann geht es hier auch los. Er wird den Spielern das Ganze noch mal kurz erklären. Der eine oder andere braucht vielleicht noch ein bisschen Nachhilfe. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Vorher weise ich noch darauf hin, falls ihr keine Lust auf unser Gesabbel habt, also von Felix und von mir, dann könnt ihr auch den anderen Stream nehmen. Wir haben nämlich einen Stream, der nur die Tischkamera zeigt und die Kommentatoren erst mal ausblenden. Auch ganz interessant, der läuft bei YouTube. Also, gleich geht es los. Dranbleiben, kurze Pause, gleich wieder da. Herzlich willkommen aus der Kommentatorenbox. Felix, ich bin unglaublich gespannt. Ich auch. Wir hatten einen super Tisch am Anfang, einen super Tisch, der trotzdem ein bisschen tight war in der zweiten Staffel. Das, was Sie jetzt gesagt haben, lässt eigentlich offen, dass da ordentlich geballert wird, oder? Ich bin auch gespannt, ich bin sehr gespannt. Also, ich habe schon eine Ansage gehört, ich habe sie aufgeschnappt. Ich weiß nicht, also, das kann auch nur ein Gerücht sein, aber irgendjemand hat gesagt, ich will hier niemanden Flop sehen lassen. Das war eine Ansage, original. Sehr gut. Finde ich gut, viel gut. Wir brauchen einen Action. Und wenn ich mir so den Tisch angucke, da sind schon die Sonnenbrillen am Start, wir hören mal rein. Und der Blitz hat die erste von seinen insgesamt fünf Sonnenbrillen schon mal aufgezogen. Die finde ich geil. Wirklich geil. Aber man sieht nicht mal deine Augenbrauen. Ach, die ist ja von gar nicht. Okay, das ist verschieden. Alter, du hast eigentlich eine lange Ladung manchmal. Ja, ich weiß nicht. Ist das ein Language Barrier oder was? Barrier Riff. Okay, da werden schon ethnische Fronten. Ich heiße richtig Tarski, ich dachte. Oh, stimmt. So, was sind wir jetzt hier? Bekommen wir eine Ansage, wie lange es noch dauert? Sehr cool, dass ich tatsächlich der Einzige bin. Der Blitz. Ja, das hast du etabliert. Das müssen wir ein bisschen daran denken. Ja, wunderbar. Das ist ein Sniffen. So, guten Abend, ihr Schäften. Hi. Wir sind auf Sendung. Oh, ist das so. Moin. Moin. Wie das letzte Mal haben wir die eine Dame, umringt von den Herrschaften. Und ich bin Carsten, ihr Dealer des heutigen Abends. und würde ein paar Einzelheiten vor Beginn des Spiels erklären. Das wäre sehr schön. Zum einen hat jeder von euch im Gesamtwert 1.000 Chips, wie die Zuschauer auch, zum Setzen. Im Gesamtwert 1.000? Ich dachte, die letzten. 10.000, sorry. Ah, so. Ich helfe dir sonst, wenn was ist. Vielen Dank, Hauke. Da haben wir hier die Wertigkeiten. Die Violette mit der Fliege ist 50 wert. Grün, der Gral, 100. Grau, die Schlange, 200. Schlüssel im Blau, 500. Und das Pentagramm in Braun, 1.000. Eine Leiger von Chris. Gibt's zurück. Da fehlt was. Ja? Schon gut. Alles klar, den Spielspieler haben wir normal. So. Oh, mein Fehler, Entschuldigung. Zu der Etikette am Tisch. Es gibt auch so ein paar Sachen, das Wichtigste ist eigentlich, seid aufmerksam. Oh, okay. Was? Weil, wenn ihr aus der Reihe tanzt, wird das bestraft von mir. Beispiel aus der Reihe tanzen? Vorgreifen. Beispiel Bestrafung? Selma, ein Spieler dran. Wenn zum Beispiel Sophia dran ist, du sagst All-in. Ist doch nur ein Beispiel. Ganz ruhig, Madame. Du greifst aber vor, sagst All-in. Werdest ein Vorgreifen, weil Sophia noch dran ist. Das heißt, du wirst damit bestraft, dass du, wenn du dran bist, nicht mehr aggressiv agieren darfst. Also das All-in dürftest du nur noch machen, wenn Sophia auch All-in geht. Ansonsten darfst du nur noch passiv agieren. Das heißt, checken. Wenn Sophia checkt, musst du auch checken. Oder kannst auch wegwerfen. Oder höchstens callen. Das geht noch. Aber du darfst nicht erhöhen. Und wenn ich die Blinds vergesse zum Beispiel? Da weise ich dich schon am Anfang drauf hin, sonst nehme ich dir die Karten sofort weg. Du bist ausgepeitscht. Und zum Strafen erstmal ermahne ich nur. Das kann ja mal passieren. Man muss sagen, das passiert eigentlich immer, wenn sich eine neue Runde findet, erstmal der Dealer sagt, so Leute. Das sind meine Regeln. Auf dem Tisch gibt es Regeln, die müsst ihr alle beachten. Das gehört auch dazu. Der eine wundert sich. Aber das ist ganz normal. Auch in den großen Casinos passiert das nicht. Ja, in der Regel musst du dich immer halten, wenn du eine Regel brichst oder wenn du nicht genau weißt, was die Regel ist. Kann das schon mal dazu führen, dass du Chips verlierst oder dass du unnötigerweise halt Chips riskierst, die du eigentlich nicht investiert hättest. Und das ist wichtig. Was er jetzt gerade erklärt, die Stringbet zum Beispiel. Also einfach Chips reinwerfen. Stringbet, sag mal ganz kurz. Du wirfst Chips in den Pott, ohne anzusagen und es geht nacheinander, wie ihr seht. Es ist einfach keine Ansage dabei. Es ist nichts dazu gesagt worden und du musst immer annoncieren am besten. Manche machen das eventuell, um so ein Tail von dem anderen zu legen. Na, wie viel wird es denn mitgehen? 200, 400, 600 oder in erschreckten Augen gucken. Ja, genau. Man könnte das auch ausnutzen. Also das hat verschiedene Gründe, warum man solche Regeln einfach befolgen muss. Man muss auch sagen, das, was Carsten hier macht und der ist professioneller Dealer, das ist auch echt ein anstrengender Job. Und danke Carsten, das ist jetzt die dritte Folge, die er macht. Weil die Spieler spielen nicht jede Hand, aber Carsten muss jedes Mal aufmerksam sein. Weißt du, was normalerweise passiert im Casino? Nach spätestens einer halben Stunde werden die abgeklatscht. Das heißt, da kommt jemand, klopft den auf die Schulter und dann werden die ausgewechselt. Das heißt, der Carsten hat hier den toughsten Job von allen heute. Das merkt man im Moran. Also er ist auf jeden Fall, er will, dass die Regeln auf jeden Fall verstanden werden. Deswegen muss man auch Verständnis haben, dass er hier das eiskalt durchzieht. Finde ich gut. Das ist wirklich ein harter Job. Hut ab davor hier, fünf Stunden jeden Call, jeden Race nachzuhalten. Dann noch zu gucken, wer ist dran. Das Allerschlimmste als Dealer ist die Ante, aber die haben wir ja heute zum Glück nicht. Die Ante einsammeln. Also Ante ist immer ein Chip, den jeder Spieler einsetzen muss irgendwann auf einem gewissen kleinen Level. Und das immer alles einzusammeln als Dealer ist ein Riesenstress, ein Riesen-Pohai. Deswegen gut, dass wir ohne Ante spielen. Das ist schon mal eine gute Erleichterung für den Carsten. Man muss aber auch sagen, ich finde ja, diese Spielerrunde, die ist schon sehr, wie Sie auch eben in diesen Beitrag geguckt haben, wo Sie die Regeln nochmal erklärt wurden. Die waren sehr, oh, so geht das dann so. Also ich glaube, bei dem einen oder anderen fällt gerade der Groschen noch so ein Glück, ist mir das nochmal erklärt worden. Alles muss, nichts kann, sage ich immer. Also ohne Witz, ich glaube, es ist alles möglich. Leute von jedem Wissensstand, jedem Erfahrungsstand spielen Poker zusammen und das kann immer eine ganze Menge Spaß geben. Ihr könnt ja draußen mitspielen und natürlich auf euren Favoriten setzen. Das geht dann immer, bis der Flop liegt. Also vorher könnt ihr auf denjenigen, von dem ihr meint, der wird die Runde gewinnen, setzen. Das geht dann bis zum Flop und dann könnt ihr es natürlich nicht mehr machen. Und der ganze Spaß endet dann, wenn wir nur noch zwei Spiele am Tisch haben. Also wenn es ins sogenannte Hats-up geht, dann endet auch unser Gewinnspiel. Lockt euch noch ein, macht schnell noch mit. Ihr könnt auch in jeder Runde eigentlich noch starten. Also ihr müsst jetzt nicht nur am Anfang starten, meine ich, sondern ihr könnt auch noch ein bisschen später einsteigen. Und es gibt großartige Merchandise-Pagete für euch. Immer schön setzen. Aber da hast du ja einen Blick und korrigierst das im Zweifel. Genau. Ich habe richtig Bock auf Cheaten. Nein, ich frage, weil ich nichts weiß. Und das sind diese Chips. Und zu den Inkompletten, wie eben gerade gesagt, wenn angesagt wird, Race, weiß man eh schon, dass es mindestens das Doppelte ist. Dann, wenn noch eine andere Zahl dazukommt, weiß man es genau. Und diese Inkompletten wären, der Blickplan ist 200 und jemand passt halt nicht auf und wirft auch, ohne zu sagen, einfach irgendwas rein. Wenn das diese 50%-Marke von dem Race übersteigt, dann ist es ein Race. Das heißt, wenn man 300 reinwirft, ist es ein Race, der muss halt auf die 400 erhöhen. Ach so. Wenn er nur 250 reinwerfen sollte, ist es unter diesen 50%, ist es einfach nur ein Call, ich gebe denen die 50 zurück und es wurde gecallt. Okay. Okay. Wieder was gelernt. Weitere Fragen von euch oder wollen wir anfangen? Vielleicht auch zwischendurch fragen. Natürlich. Aber vielleicht ist jetzt schon irgendwas entstanden während der Erklärung. Ach gut, aber es ist komisch, dass ich ja in der Frage gestellt habe. Was ist nochmal ein Full House? Finde ich auch komisch. Das ist deine Strategie wahrscheinlich. Ist das okay, wenn alles dieselben Farben? Felix, nach der letzten Sendung hat mir jemand gesagt, meine Güte, ihr seid immer so lieb. Seid doch mal frecher. So ein Mist, wie die gespielt haben teilweise. Ich gebe das nur wieder. Das wäre dann dein Part heute, ja? Okay. Also du kannst mal richtig auch mal raushauen. Ja, gerne. Wenn ihr mir das erlaubt, ich hau alles raus. Also wer hat denn da gerade gefragt, was ist ein Full House? Da gab es doch gerade einen. Unglaublich. Unglaublich. Was ist denn ein Full House? Oder die beste Frage für Einsteiger ist immer so, schlägt ein Flasch eine Straße oder umgekehrt? Ich gebe ja ehrlich zu, am Anfang habe ich auch gedacht, zum allerersten Mal gespielt habe, jetzt pass auf. Dann darfst du mir deine Fehler sagen. Ich habe am Anfang, als ich mal online gespielt habe, gedacht, Dame, König, Ass, 1, 2 ist auch eine Straße. Ja gut, aber das ist ja, das ist schon eine Ecke weitergedacht, das finde ich gut. Um die Ecke gedacht, ist auf jeden Fall top. Ich hatte fünf aufeinander voll den Karten, habe ich mir gedacht, super, all hingegangen. A plus für Effort auf jeden Fall, sehr gut. Ass, 2, 3, 4, 5 ist Straße. Aber sonst nix, sonst nix. Also, als du angefangen hast, da hast du doch auch bestimmt irgendwie einfache Fehler und irgendwas nicht geschnallt, oder? Ich überlege gerade, aber mir fällt nix ein. Rüber zum Tisch, fällt nix ein. Da sprechen wir drüber. Halt Tischbauern. Naja, weil eigentlich zählt eine Regel, was die Linie überschreitet ist. Ja, weil das ist ja eigentlich der Setzbereich, ne? Genau, ja. Aber die Linie ist so weit hinten, dass wir das hier weglassen. Deswegen sollte ich darauf die Linie einzuhalten. Gut. Oh Gott, das geht los. Sobald ich die Karten ausgeteilt habe, bitte einmal ins Kästchen rein. Das ist das erste Mal im Leben, dass ich das machen darf, wie wir im Fernsehen. Sobald es okay geht, dürft ihr mal machen mit dem, was ihr wollt, außer vom Tisch nehmen. Aber wenn Chris den Tisch gebaut hat, kann es nicht sein, dass der sich irgendwelche geheimen Mechanismen eingebaut hat, wie so ein Assfach. Habe ich auch gedacht, dass er gleich so eine Karte hinzieht, man hört. Er kriegt schön per Blutton, die Karten der anderen. Die Alte wird geschreddet, man hört auf die Rände. Von Technik habe ich keine Ahnung, alles gut. Macht mich da keine Frage. Deswegen mache ich mir auch keine Ahnung. Mit Handbetrieb irgendwie so. Ich wollte gerade sagen, für ein kleines Erdbeut. Es ist ein sehr schöner Tisch. Außerdem ist das bescheißen. Ja, aber unter deinem. Ich fange nicht. Du darfst jetzt unter deinem Lüfe. Ach, ich kann nichts mehr sehen mit dem Ding. Das ist vorgereifend, das ist kein guter Ton. Okay, also 100 sind blind oder was? Small blind? 100 ist der Big Blind. Achso. Nee, das sind nur 50. Das ist so aufgereifend. Das geht direkt nicht. So, call Dennis. Call Chris. Hauke Vohl. Ich habe doch gesagt, Alter. Edelsbrücken. Nein, Edelsbrücken. Simon Call. Die haben Edelsbrücken gemacht. Ich muss mir auch noch mal schnell einen Blick werfen. Was sagen denn die in der Jury? Jury. Jury. Machen wir das Jury. 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 Hast du da Knabberzeug? Komm mal raus den Käse. Call. Let's call. Ich will sehen hier. Sophia call. Und Marco checkt. Also, Felix, ich hoffe, es geht so weiter. Sorry, da muss ich tränken und verbresen. Das geht gar nicht. Oh, Achtung. Hier wird einmal komplett rumgelimmt. Wir haben nur Schrotthände. 4, 5, 2, 4, du bis 6, 4, 10, 9, Dame. Und alle spielen mit. Alles gemös. Das ist alles gemös. Unglaublich. Einmal durchgehen lassen. Die Dame, ne? Du hast mir gesagt, ich soll heute wirklich hart sein. Nein, das war nur ein Vorschlag von mir. Nee, ich finde das gut. Wir müssen auch direkt loslegen. Letztes Mal haben die wirklich brav gefoldet und geraced. Hier wird nur rumgelimmt. Das ist passives Poker. Flöppchen gucken. Das geht gar nicht. Flöppchen gucken. Ich hätte gehört. Aber, pass mal auf. Simon hat mit 38% ein Open-Ended Straight Draw und ein Backdoor-Flash-Door. Backdoor-Straight-Flash-Door. Der ist noch vorne. Ja, das wird viele Leute verwundern, dass die Hand, die 5 hoch eigentlich ist aktuell, also 5, 4, tatsächlich die größten Gewinnerwartungen hat. Aber das nennt man ein Open-Ended Straight Draw. Bedeutet halt, dass man mit einem Ass oder einer 6 eine Straße macht. Und die Outs im Poker, also die Karten, die einem die bessere Hand machen hier, die sind super wichtig bei der Bestimmung der Gewinnwahrscheinlichkeit. Und deswegen, obwohl der König mit der 3 aktuell vorne ist, heißt das nicht, dass das die Hand mit der höchsten Gewinnerwartung ist. Hat nur 31%. Genau. Genau. Können wir nochmal ganz kurz erklären. Neben dem Namen steht die Prozentsaal. Du hast es gerade erwähnt. Da drunter, wie viel er noch bringen muss. Und da drunter sein Stack. Und unten rechts steht die Position. Also BTN ist der Button. Die beste Position. Richtig. Die beste Position am Tisch, der Dealer-Button. CUT ist die Position direkt davor. Der Cut-Off. Die beste Position deshalb, weil er alle Action vorher hat und er als letztes dran ist. Genau. Er kann erstmal die ganzen Action abwarten, hat eine Informationsfallschalt über den Tisch und kann dann entsprechend eine angepasste Entscheidung treffen. Ich bin jetzt gespannt, wie es hier weitergeht, Felix. Ich auch. Was ist denn das für eine Taktik? In deinem Kopf darfst du das gerne so sehen, aber... Also du bist mitgegangen, ja? Ja. Wie beim Schwimmen, ne? Ich bin mitgegangen, oder wie war das? Dennis Call, Chris Fold. Drei Spieler. Alter. Check. Dennis Check. Dennis Check. Das ist doch ein Fußballer, oder? Simon. Kann ich jetzt bestimmen? Ich versuche es nur einmal zu fragen, obwohl es oft vorkommt. Minimum ist 100. Also ich muss nicht den normalen, den Race-Betrag von eben noch überhören. Nee, nee, es ist ja eine neue Setzrunde. Bitte vor dich legen, nicht in den... Entschuldigung. Ich... Re-raise? Nein, das ist einfach nur ein Bet. Ein Bet. Warte mal. Wenn ich jetzt raisen wollen würde, müsste ich jetzt aber die 100 erstmal bringen und nochmal 100 drauf. Mindestens. Mindestens. Entschuldige, er macht. Wenn du raisen willst, dann sag vorher raise. Sag am besten noch die Zahl dazu, auf die du raisen willst. Sag einfach ollen. Nein. Das verwirrt mich doch nicht. Die halbe Stunde nach. Die Kanzel rede gerade mit mir. Was ist das für ein Zustand hier? Also du sagst raise an. Am besten noch die Zahl dazu, auf die du raisen willst. Und dann setzt du den Betrag komplett... Genau. Und meine Frage war erstmal nur wegen Mindestding. Es ist jetzt die 100. Ich muss jetzt also 100 und wenn ich... Nein, wenn du raisen willst, wäre es mindestens 200. Ah, okay. Sehr gut. Dann call ich einfach nur. Genau. Blitzcall. So Felix. Das kann Taktik sein. Könnte sein, glaube ich aber nicht an dieser Stelle. Ich glaube einfach, er will sich noch eine Karte angucken. Das glaube ich auch. Und er kann sich nicht vorstellen, dass seine 3 auf einmal mit dem König nicht mehr gut sein sollte. Jetzt darfst du auch mal Simon schimpfen. Diese Bet war einfach auch 100 in 1400 Chipspot war einfach zu klein. Zu klein. Das muss eigentlich jeder bezahlen. Simon hat die Nuts gemacht. Die beste mögliche Kombination auf dem Turn. Jetzt auf dem River hat er nicht mehr die Nuts. Wie man sieht, jetzt wäre 9, 10 die Nuts. Die beste Straße. Aber auf dem Turn hat er die bestmögliche Straße gehalten. Also die absoluten Nuts im Poker. Und da will man versuchen, mehr Chips dafür zu bekommen. Also hätte er besser ansetzen müssen, größer ansetzen müssen. Ja. Also 100 ist fast ja ein Scheck. Ich denke, wenn er 100 bekommt, kriegt er auch 200 oder 300. Dementsprechend je mehr Gegner, desto mehr Action. Also sollte man normalerweise nicht zu klein setzen. Denn wenn man zu klein setzt, läuft man auch Gefahr, dass irgendjemand mit 9, 10 jetzt dabei bleibt. Und am Ende hinten raus noch die bessere Straße macht vielleicht. Aber Blitz überlegt jetzt auch noch, ob er dabei bleibt. Und Simon macht es wieder total billig. Hat eigentlich die zweitbeste Hand, die es gibt. Und will aber kein Geld haben scheinbar. Vielleicht spürt er jetzt, dass beide wirklich schwach sind. Und versucht jetzt noch, den letzten Lutschgroschen halt zu bekommen. Und das kann eine gute Strategie sein, wie 200 zu kriegen am Ende. Aber normalerweise sollte man in so einer Situation schon groß ansetzen, wenn der Pot entsprechend groß ist schon. Ich würde mir jetzt immer denken, wenn Blitz eben 100 zahlt, dann wird er jetzt auch vielleicht noch 400 zahlen. Ja, 500, 600, 700. Die meisten Pokerspieler orientieren sich ungefähr an der Hälfte des Potts, zwei Drittel des Potts. Das sind so Bet-Sizes, mit denen man oft arbeitet. Und die oft auch bezahlt werden mit Schwächen hinten. Und jetzt bin ich gespannt, jetzt lehnen wir uns mal zurück, was Dennis macht. Ich glaube, der mich erhöht. Kannst du ein Vielfaches von 200 rein? Okay, 400. 1.100. Wissen Sie was? Race Dennis 400. Re-Race? Re-Race Simon 600. Hat was richtig Gutes, ja. Call Dennis, Showdown Simon. Kann ich re-Race? Nee, nee, hat er dich gecallt. Showdown Simon. Da haben wir ein Sträßchen. Da hat er ein Sträßchen. 4 bis 8. Was zum Teuer ist? Die Straße ist gut. Mit den Karten erhöhst du gleich am Anfang. Ich würde mal sagen, Gratulation Simon und Gratulation an alle. Die, die auf Simon eben gesetzt haben. Er nimmt 2700 Chips. Also ich habe ja meine erste Wette auf Dennis abgeschlossen. Wo wir Rapper Dennis sind, wir stellen euch Dennis mal genauer vor. Noch so ein Gigatyp. Seit 1980 frisst sich Panzerliebhaber Dennis Richtarski schon durch die Speisekarten unzähliger Pizzalieferanten. Seit er 2013 in seine Heimat Hamburg zurückkehrte, überzeugte der Cap-Träger vor allem durch fundiert emotionales Gaming-Wissen und einen hangzokulerischen Ader. Eine tickende Zeitbombe, dessen Explosion durch das kuschelige Freundschaftsformat Make Nights immer wieder hinausgezögert wird. Vielleicht schaffen wir es ja mit einem All-In. So Felix, musste Dennis da noch drüber gehen eben? Dennis war bisher mein Favorit. Er hat gesagt in seinem Interview, dass er Magic the Gathering gespielt hat und dass er denkt, dass Poker wie Magic the Gathering mit Geld ist. Meine Hoffnung lag auf ihm. Dieser Spielzug hat mir leider die Träume genommen. Also die Idee dahinter ist natürlich nicht verkehrt zu sagen, ich versuche ihn von der Hand zu bewegen mit einem Race, aber da hätte er größer ansetzen sollen. Und dann geht Simon ja nochmal drüber. Er schlägt da jetzt nichts mehr mit seiner Sechse. Er hat ja nur noch eine Sechs, also ein paar Sechse und hat trotzdem noch daran geglaubt, dass er gut ist oder dass Simon ihn vielleicht zurückblöffen möchte. Das ist schon viel so weit gedacht an der Stelle und deswegen, da hätte er aussteigen müssen. Unsere Hoffnung ruhen auf der nächsten Hand. Mensch, das war eine richtig sauberen Runde. Was heißt das? Wenn alle Spieler in der... Ich glaube, er beläuft richtig krass nach. Marco check. Andi check. Raze. Dennis Bett 500. Chris fold. Ja, fold. Hauke fold. Könnte ich mal weggucken? 500, ja. Ja. Das sind die Schlüssel. Sind die was? Musst du gegen... Ich spiel dann immer gegen meine... Schlüsselchen? Mal geguckt, blit. Achso. Simon fold. Sind die Schlüssel für dein Auto? Du hast jetzt das Ass, oder? Also, du weißt, dass eine Straße nicht beim Ass anfangen kann. Kann er das nicht? Ich bin raus. Ich bin aus. Ass schon. Und ich übergreifen von König auf Ass. Wir beide, ne? Wir kommen nicht voneinander los. Drei Spiele. Aber ich krieg dein Geld. Aber das sieht ganz gut auch schon aus, das Häufchen. Ein schönes Häufchen. Das ist so ein schönes Häufchen. Mit Ergebnissen kannst du nicht streiten. Ja, die beiden können so superschöne Häufchen machen, ja. Ich bin ganz stolz drauf. Der muss raus, ne? Der tat da so mit Skizeln und dann schon gekitzelt. Dennis Bett, 500. Alter Schwede. Guck mal hier, Pokerface. So, Simon hat's doch. Na ja, man muss ja auch nicht übertreiben. Was? Ne, ich bin raus. Simon Fold. Ist da noch jemand drin? Ja. Diesen Fold mit Ass 5 hätte ich jetzt von Simon tatsächlich nicht erwartet. Hätte ich auch nicht erwartet, nein. Weil der Pot war bei 2700. Ich meine, er hat immer noch eine, da hätte er seine Straße gemacht. Hätte, hätte, hätte. Ja, und jetzt kommt nämlich die Drei. Zack, bing, da ist das Ding. Wenn man einen zu günstigen Preis bekommt, muss man dabei bleiben. Und jetzt wird sich Dennis ärgern. Dann deckt er aus. Weil er zu wenig gebettet hat. Er hat, to begin with, hat er erst mal gar nicht erhöht vor dem Flop. Das ist, glaube ich, das Wichtigste beim Pokern, dass man erst mal diese ganzen Schrotthände rausbekommt durch eine Erhöhung. Weil jetzt verliert er genau auf dem River gegen so eine Schrotthand, die er rausbekommen hätte. Mit einer Erhöhung. Jetzt kann Dennis kommen, weil er weiß, dass das voll in die Hose gegangen ist. Er erhöht sogar nochmal, weil er wieder an seine Hand glaubt. Lass du zuerst aufdecken. Kannst du natürlich auch wegwerfen, aber dann hast du keine Chance. Man denkt, er ist gut, aber ist er nicht. Da muss ich ja sagen, wenn Sophia erhöht, dann muss sie, also dann muss er ja schon glauben, sie hat gar nichts. Oder pure bluff oder ein... Aber dann kann er ja auch callen eigentlich, oder? Warum lässt er? Sollte er. Wenn Sophia aktiv wird, nachdem sie die ganze Zeit nur bezahlt hat, hat sie entweder eine bessere Hand oder sie blöft. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ganz zu Beginn vielleicht so blöft in einer riesengroßen Runde, ist eher gering. Also sollte er eigentlich nur bezahlen. Und er ärgert sich zum zweiten Mal. Aber er hat auch wieder erhöht, unnötigerweise. Er glaubt immer an seine Hand oder glaubt immer an die Situation. Was hattest du noch? Er sollte vorher aktiver werden. Vorher aktiv werden, raisen, betten, größer setzen. Und dann kriegt er genau diese ganzen Hände, die er nicht dabei haben wollte, kriegt er eben raus. Lieblings, bitte. Andi und Dennis. Vielen Dank. Kriegen wir eigentlich irgendwann nochmal neue Chips? Kriegen wir eigentlich irgendwann Pizza? Ja, jetzt kommen wir. Von oben fahren sie runter, wenn die Pizza nachher kommt. Immer wenn es leer ist. Ich wette, die haben die ein paar in die Pizza gebacken. Sie brauchten keine Sorgen mehr. Das kann ich erst da kaufen. Ein paar von dem Hintergramm. Das geht schon gut los hier. Aber ganz ehrlich, zwei gleiche kann man sich einfach besser merken. Sonst zeig doch nochmal an die Kamera. Der schlechteste Blöck des Lebens. Wie verstehe ich jetzt nicht, was ich mache. Runter, runter, runter rauf. Tu sie jetzt ins Feld. Lass ihn ruhig liegen. Jetzt, Dennis. Alles kaputt gemacht. Deck sie mal für die GoPro auf. Nur, dass du sie sehen kannst. Ich dachte jetzt, dreh sie um, sag es von allen. Zeig sie der ganzen Klasse. Dennis steht doch schon mal auf. Das kann ich nicht alles kaputt gemacht. Das wollen wir jetzt alle lesen. Vielleicht kommt mal vor. Mal sehen. Aber der Blick mit der GoPro hat funktioniert. Wird jetzt manuell eingegeben. Na gut. Manuell eingegeben. Manuel gibt das ein. Ja, Manuel gibt das ein. Manuel Dennis. Wir haben schon wieder vergessen. Manuel Dennis. Achso, Fold. Nein. Nein. Da machen wir schön mit. Simon Colt. Colt. Ja, Blitzen, Paul, Sophia, Colt. Kann man doch immer mal mitnehmen. Wir wollen ja früh nach Hause. Andi Colt. Dennis hat Option. Er muss ja mitspielen, nur dann kann sie gewinnen. Achso. Achso. Voller solcher Weisheiten. Nee, ist gut. Check. Das ist jetzt passiert. Wie geht's an? Das ist noch viel mehr. Sechs Spieler. Bist du jetzt schon beeindruckt? Warte mal ab. Ich bin einfach nur frisch ausgeatmet. Ich bin ausgeatmet. Ja. Oh, warten wir gerade. Achso. Auf die Zuschauer. Ah, okay. Ich dachte, was ist passiert? Du könntest den Krümel da auch wegrollen. Wir sollten Dennis einfach rauswerfen, wenn er kaputt ist. Das Ding macht nur Ärger, ne? Guck mal. Das Ding ist kaputt. Da kann ich nichts dafür. Das hat sich jetzt schon ausgestattet. Der verdient an mir. Eigentlich müsstest du mal besser vorzahlen. Ich bin der. Das ist ja ganz gut an dir verdienen. Chris, was ist denn los mit dem Tisch? Ey, mit der Technik habe ich nichts zu tun, ne? Die habe ich nicht gebaut. Nur Holz- und Sägearbeitung. Ich habe sie nur verlaut. Er hat hier so ein paar Mikrowellspulen eingebaut. Das stört jetzt die Signale. Das stört jetzt die Signale. Nein, wollte es gerade sagen. Stört jetzt die Signale. Stört ihr die Signale. Das sind die SMSen von meiner Frau da. Nee, das ist ja auch sie. Zweimal vibrieren ist dann... Ja, die versteht anscheinend keinen Poker. Du komm jetzt hier, Flop, los. Bin mir leid. Er kann nicht. Er kann aber nicht. Ich darf nicht. Ja, Chris, wie war das mit Time? Ja, Time. Du hast 30 Sekunden. Darf man den Deal eigentlich nicht anfassen? Nee, ne? Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass andere sind auch schon... Den ganzen Tag. Den will ich aber auch einmal. Was ist hier los? Was ist hier los? Misstrauensvotum. Ich finde das sehr ironisch, weil ich glaube, ihr seht eh schon die langsamste Runde, die wir bisher hatten. Und jetzt wird das von der Regie auch noch verlangsamt. Wie kann man denn langsam sein? Jetzt hat bestimmt noch nie jemand so schnell Geld verloren, wie ich. Die erste Hand war schon sehr behäbig, muss ich sagen. Behäbig? Du kannst doch nicht sagen, wer schuld ist. Ein neutrales Wort. Du. Du. Ich muss so dank, dass hier es nicht ausspricht. Ich finde, die behäbige Hand ist... Okay. Behäbige Hand ist... Die Rieser-Kleiter, wir müssen die Hand nochmal spielen. Nein! 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 Wieso? Wie jetzt? Wir brauchen einen Grund. Wenn es der Dealer sagt... Wenn es die Technik... Wenn es Technikprobleme gibt, kann man ja nichts machen. Ich finde das voll gut. Wir können ja die Karten so lassen. Nein, das ist egal. Nein, das ist egal. Also an dieser Stelle können wir mal ganz kurz erklären. Der Tisch wurde nicht nur von Chris gebaut, sondern dahinter steckt noch eine Technik, wo Chris dann nichts damit zu tun hat. Aber das ist ja eine Software. Die Karten werden automatisch erkannt. Das ist echt hochkomplex, muss man sagen. Das ist nicht mal eben so, hey, wir bauen uns mal einen lustigen Pokertisch und da funktioniert alles. Also es kann natürlich dann mal sein, dass wenn die Karten nicht richtig liegen, die müssen eben immer in diesen weißen Feldern liegen, weil da... Die Karten sind auch etwas dicker. Also die spielen sich auch ein bisschen dicker, das ist eben schon festgestellt, als normale Spielkarten. Und... Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ungewohntes Gefühl, mal mit Karten zu spielen, wenn man weiß, dass bestimmte andere Leute deine Karten sehen können. Ich habe das ja auch festgestellt letztens. Ich habe mal so einen Tisch gespielt und man denkt wirklich, während des Spiels auch darüber nach, was denken jetzt andere darüber, die vielleicht gerade zuschauen, wie ich die Hand spiele. Das könnte auch mal noch eine Rolle spielen. Das ist interessant. Also jetzt wird neu gedealt. Kleiner Stau gerade. Aber jetzt geht es dann auch weiter für euch. Also wieder die Chance, mitzumachen. Gleich zeigen wir auch mal, wer im Moment in Führung ist. Auch ganz interessant. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Hand an und ich bin gespannt, ob Dennis mal ein paar Chips zurückkriegt. Denn im Moment ist ja nämlich unser Shorty, unser Short-Stack mit 6.900 Chips. Das ging aber schnell. Beziehungsweise der Blitz hat noch 100 weniger mit 9.500. Und Sophia hat 13.100 im Moment. Dicht gefolgt dahinter Simon mit 11.000. Und die anderen Spieler haben so 9.000 in etwa alle. Heißt das, die ersten beiden Runden werden auch annotiert? Ja, genau. Ja, doch, check das nochmal. Sag mal, wie das ist bei den ersten beiden Runden? Sag mal, erst oder zwei. Der eine von den beiden war, glaube ich, auch nicht ganz richtig. Ja, Karten sind ausgeteilt. Sind die auch angekommen? Oh, shit. Das ist geil. Leute, ich glaube, wir haben Probleme. Nach dem Computer gehen sie nicht mehr Karten mehr an. Wir waren zu langsam fürs System. Ich glaube, das Gerät funktioniert nicht mehr. Auch mal, Dennis? Du bist einfach in Sleep gegangen bei der ersten Hand. Das war einfach zu verwirrend da in der Ecke. Keiner weiß, das Bildschirm schon. Das ist ja nicht so ein Stengel-Hörben. Stengel-Hörben. Und das Holz-Stand. Die Akku ist der Karten leer. Hat die Kiste jetzt die Technik... Scheinbar. Drei auf einmal. Das ist krass, wie ein Racklist. Hauke Colt. Dann zwei. Simon Colt. Der Blitz Colt. Paul auch. Sophia Colt. Marco will nicht. Echt noch nicht mal? Den Flop oder was? Gerade den Flop. Die sind doch schon alle drin. Das ist doch... Andi Colt. Ein grüner Feld. Dennis hat Option. Check. Und check. Vielleicht soll ich das auch. Das sagst du nur, weil du so viel Grüne hast. Wir wiederholen ihn, ne? Das habe ich es. Ja. Sieben Spiele. Ich bin da konservativ. Na gut. Ich schaue euch so gern zu. Hm. Ist richtig. Stimmt, ich bin echt der Einzige, der nicht mitgemacht hat. Ja, Gruppenschwein. Noob. Hey, dich mal vielleicht doch... Hm. Du setzt alles, oder was? Du setzt alles? Du setzt alles? Zweifelt angekommen. Ist es okay, wenn er jetzt schon auch hingeht? Und von der Linie jetzt? Gigawolf. Es wäre fast okay. So, wir machen eine kurze Pause. Erholen uns ein bisschen von den ersten Runden. Dann geht es gleich wieder mit euch natürlich auch weiter. So, wir haben das Kabel justiert. Jetzt müsste eigentlich wieder alles richtig funktionieren. Nächste Hand. Vorhin war ja schon das Gerücht im Umgang, dass der Bauer des Tisches vielleicht etwas eingebaut hat, was ihm einen leichten Vorteil verschaffen könnte. Tits spielt mit, aha, 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 okay. Machen wir mal schauen. Chris Colt. Hauke Folt. Simon Colt. Jetzt ist doch alles für den Arsch. Blitz, Folt, Schade. Das ist immer das Wichtige. In den Runden, wo du nichts bezahlst, ist es gut zu Folt. Marco Colt. Man hat immer das Gefühl, man tut nichts, aber im Grunde machst du was. Du verwaltest dein Kapital. Dennis, bitte Auktion. Raced. Doppel. Bin 100 da bitte zurück? Ne, 300 schlecht. Ja, Doppel. Ja, Doppel. Das ist Doppel angesagt. Ja, hör das zu mal. Was angesagt geht. Wir haben noch Salzstangen nachher. Wir haben Salzstangenproblem. Die da hinten haben zwei Gläser. Alter, was? Eskalar. Wir haben auch mehrere Flaschen. Das ist die Gesellschaft an einem Typ. Carl. Chris Colt. Guck dir das mal an. Wir haben hier das in unsere Salzstange. Zeig mal eure zwei Gläser. Simon, bitte. Doppelt so viele Salzstangen wie ihr. Wurde auf 200 geraced von Dennis. Natürlich, bin ich dabei. Hier. Natürlich. Auf 200. Kurze Zwischenfrage zu den Tischmanieren. Wenn ich jetzt so als Gag Waddingrace für ihn und das rübergeworfen hätte, das wäre geltend oder gibt es das hier nicht? Das ist noch nie vollkommen. In der gesamten Poker-Geschichte ist das so nicht passiert. Zählen tut es auf jeden Fall nicht. Ah, okay. Und du würdest auch verwarnt werden für ein solches Schalten. Gut, einmal habe ich. Sophia Colt. Marco Folt. Wenigstens mit einem Badboy-Image nach Hause, ne? Wenn schon nicht mit. Und Andi Colt. Felix, du hast es eben gesagt, jetzt hat eigentlich Dennis wieder genau den Salat, den er eigentlich mit dieser Ass da am Hand nicht haben wollte, oder? Das ist wieder das klassische Problem. Ganz am Anfang ist immer das Problem. Du kriegst die Leute nicht raus, wenn du 200 raced, wenn der Big Blind 100 ist. Alle callen, selbst König 5, selbst 10, 7. Alles ist mit drin. Und wie du siehst, irgendeine Hand wird sich verbessern am Flop. Deine Hand trifft immer nur ungefähr ein Drittel der Fälle. Das heißt, du musst eigentlich am Anfang erstmal gucken, dass du so viele Gegner wie möglich aus dem Feld ausdünnst, damit die Wahrscheinlichkeit für dich zu gewinnen möglichst hoch wird. Und so schaffst du es natürlich nie. Du siehst jetzt, die Gewinnwahrscheinlichkeit von Dennis ist jetzt auf 9% gesungen auf diesem Flop, weil er eben so viele Mitspieler hat. Und jetzt gewinnt vielleicht König 5, höchstwahrscheinlich mit 71%. Also am Anfang, Feld ausdünn mit guten Karten, unbedingt gegen wenige Spieler zocken. Gerade wenn die Blinds sehr gering sind, ist das ein großes Problem, weil dann wollen alle Flöpsken gucken, wie wir in Köln sagen. Das ist eine 200. Sophia Bett 200. Oh, okay. Bin auch enttäuscht. Andy Fold. Dennis Colt. Chris Fold. Geht auch sonst all in einfach. Ist nicht mehr weit. Ist nicht mehr weit. Hast Hunger, ne? Ja. Ich geh nochmal mit, aber auch nur, falls du langweilig bist. Und weil es langweilig wäre. Genau. Drei ist wieder. Ich unterhalte. Wir lassen 10.000 ursprünglich, ne? Verhalte dich so. 10.000 insgesamt, ja. Check. Dennis check. Check. Simon check. Heißt das jetzt Bett, was auch immer ich mach? Ja. Da noch nichts gesetzt wurde, machst du erstmal einen Einsatz, genau. Sophia Bett 200. Für vier ist nicht berechenbar. Keiner von uns kann es wirklich. Das ist das Problem. Hat sich die PlayStation-Portable-Stunde doch ausgezahlt. Auf jeden Fall. Bei Dennis sieht man immer die Teufelchen. Vor allem beim PlayStation-Portable-Spielen hast du ja auch immer so eine kleine... Das ist der Geilste. Das ist der Geilste. Das muss man sich an oder auf Bunkertisch. Das muss man sich an oder auf Bunkertisch. Das muss man sich an oder auf Bunkertisch. Beide sagen das. Ja, du musst echt geil gemacht. Das war zu hoch. Ja, du bist ja eh raus. Ja, der wartet immer noch, dass die Fonds die SMS schickt. Er hat noch nichts gehört von seinem Cheap-Partner. Oder er wartet jetzt, bis die Technik wieder aufgibt. Ja, wir müssen alles wieder zurück. Fünf von der hat sich reingeballert, oder was? Exakt. Dennis Fold. Warum hast du keinen Spaß gemacht? Direction jetzt. Wenn die jetzt rauskriegt. Nicht der mit Karten, aber nicht getroffen. Lass mich einmal kurz in dein tiefstes Inneres gucken. Simon, wir haben schon so oft zusammen moderiert. Du kennst diesen Blick. Du weißt, wie gut ich lüge. Nee. Simon Fold. Pott. Mensch, du reden. Sophia. Zieh uns hier weg. Alter Schwede. Du hättest doch gekonnt, Digga. Also, Sophia sackt sich die Kohle ein und das ist die Vorstellungs-Matz von Sophia. Sophia Katz. Das Vorzeigetierchen aus der Game-Two-Redaktion beschäftigt sich viel mit Vögeln und Pflanzen. Dementsprechend sollen ihr gute Blätter zufliegen. Normalerweise trinkt die Moderatorin mit russischen Wurzeln alle unter den Tisch. Heute geht es darum, oben sitzen zu bleiben. Und nein, Split-Pot heißt nicht, dass ein Joint rumgegeben wird. Sollte Sophia heute gewinnen, können wir uns auf ihre herrlich dreckige Lache freuen. Und vor allen Dingen ist Sophia im Moment Chip-Liederin mit 14.400 Chips. Hat sie auch gut gespielt gerade. Sie hat ihre Hand entsprechend geschützt. Es waren viele Möglichkeiten noch für andere Spieler auf eine Flasche, auf eine Straße zu ziehen. Und man hat es auch gemerkt, sie war nicht unglücklich darüber, dass der Pott da zu Ende war, weil sie hat Simon angeguckt und gesagt, hör mal, du kennst mich doch. Ich habe es doch da immer. Und dann hat er abgelegt. Also, ich finde die Spiel ganz gut bisher. Und ihr habt ja auch die Chance, immer wieder auf Sophia oder auf irgendeinen am Tisch zu setzen und am Ende ein Merchandise-Paket zu gewinnen. Nachher blenden wir auch nochmal das Ranking ein. Vielleicht nach dieser Hand, wie es nämlich gerade steht. Auch nicht ganz uninteressant. Jetzt, glaube ich, ist auch eine ganz uninteressante Situation zwischen Blitz und Simon. Mit den Händen kann man ja spielen. Das sind super Hände. Genau nach sowas suchst du immer. Suited, connected. Also sprich von einer Farbe und Straßenmöglichkeiten. Und check. Das war zu viel, ne? Ich hätte mal, ich hätte da langsamer. Nee, nee, das Ding ist da, warum ist der anders? Vier Spieler. Ich habe das vielleicht noch mehr gesetzt, aber dadurch, dass er so wenig gesetzt hat, sieht das für ihn so aus, als willst du einfach nur noch mehr Kohle von ihm. Achso. Verstehe ich nicht. Im Verhältnis zum Pott, da war ja, was weiß ich, wie viel waren da drin? 3000? Chris checkt. Check. Simon checkt. Das wird von der Hände nicht verstanden. Sophia floppt die beste Hand mit Top-Pair, aber der Blitz hat eine starke Hand ebenfalls. Sie hat einen Flasch-Jour mit zwei Overcards. Das heißt, jede Zehn, jede Dame macht ihm die beste Hand. Jedes Pick macht ihm eine Flasch. Und deswegen hat er auch so eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit, obwohl Sophia aktuell das Paar Sechser hat. Ich habe den Spitznamen nicht deswegen. Es muss eigentlich jedem klar sein. Ich mache mit. Sophia Colt. Okay. Ich habe es noch nicht verstanden, falls es dich beruhigt. Das habe ich gesehen, aber du hast es dran. Sagst du, Raphael? Dann kannst du es getrinken. Es wurde 100 gesetzt. Vom Blitz und ein Call von Sophia. Hast du mitgenommen? Nein. Chris Fold. Ach du Scheiße. Ich leide dir. Es wurde erhöht um? 100. Ja, Simon überlegt sich das. Er kriegt 1 zu 6. Also die Pot-Ods nennt man das im Poker, was einem der Pot anbietet. Zu dem, was man bezahlen muss, sind gut für ihn. Aber das Bot gibt ihm nichts. Keine richtige Farbe. Und ihm würde wirklich nur noch eine 10 oder eine Dame helfen. Und wenn die dann auch noch ein Pick wäre, was er ja nicht wissen kann, dann hilft ihm das auch nicht wirklich. Für Blitz jetzt aber sogar tatsächlich die Möglichkeit, wenn er anspielt, Sophia noch rauszukriegen. Das würde man jetzt im Poker tatsächlich die Möglichkeit eines Semi-Bluffs nennen. Also, dass er ansetzen kann mit einer aktuell nicht guten Hand. Oh, er kriegt sogar die Flasche hinten raus. Um Sophia unter Druck zu setzen. Aber er setzt zu klein. Er setzt wieder nur 100. Das ist zu wenig. So kriegt er ja niemanden raus. Das klatschen ja. Die Flasche jetzt nicht wissen, was auf der Straße ist. Wenn du damit hilfst. Ja gut. Muss ich denn ja mit denen rein? Alter. Du kannst auch 100 sagen, dann würde ich dir... Nee, nee. Ach, was soll das? Ganz ehrlich. Blitz, Bett 200. Oh, oh, oh. Alter, schäle. Ich glaube, Blitz hat die 5, ey. Nee, der hat ja mehr reingebrochen. Was ist denn noch drin? Blitz und ich, oder was? Ja, Leute. Ärgerlich hier dran ist. Sophia Colt. Blitz, Showdown. Also er bekommt jetzt Auszahlung für seine Flasche, aber ich meine, wir spielen hier No Limit Hold'em. Das ist bei denen wohl nicht ganz angekommen. Die setzen immer nur die Minimumbeträge und er holt natürlich auch jetzt nur das absolute Minimum aus der Hand raus. Nein. Gar nichts. Also entweder bist du das absolute Genie an dem Tisch. Oder. Das kriminelle Mastermind. Ich hab gar nichts. Ist das dieser Flasche? Ich hab gar nichts. Ich dachte auch schon, Ich denke, ein Flasch auch nicht. So, Alter, ein Flasch. Ich hab gar nichts. Ja, ja, ja. Hat der gar nicht gesehen, der sein Flasch hat? Das glaube ich nicht. Hat er es gesagt? Weiß ich nicht, aber der Tabletalk kommt mir gerade so vor. Nein, eher. Vielleicht ist das eine Masche. Was? Ich hab ein Flasch. Ich würde mir aber wünschen, dass er jetzt eine von seinen 5 Sonnenbrillen mal auspackt oder das T-Shirt wechselt. Eins von beiden. Ach, da kommt die Sonnenbrille. Ich hab's doch gerade gesagt. Achtung, die erste Sonnenbrille kommt. Danke. Ich hatte ein 6er-Pier. Die Sonnenbrille von Litz kommt. Ich bin gespannt. Was? Vielleicht mit Beschriftung vorne drauf? Was hat er jetzt? Ach so, einfach nur den Balken. Das ist auch nicht schlecht. Ich hoffe, er sieht noch was da durch. Erstmal einen Schluck aus der Pulle. Der Balken ist auch nicht schlecht. Karten bitte ins Kästchen. Zensurbalken. Diesen Spielzeug werden sie noch, meine Kindeskinder werden das noch analysieren müssen. Das ist das Ende. Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Entschuldigung? Du darfst. Ich darf. Wo ist der? Ja, ich bin dabei. Simon called. Ich habe noch nicht mal geguckt. Du bist dabei, komm. Nach Gefühl reicht schon. Nach diesem Sieg musst du mitgehen. Okay. Nee, nee, also, ja, hier. Blitz called. Called. Sophia called. Marco und Andy folden. Und, ist geil. Dennis called. Called. Chris called. Auge mit Option und checkt. Sechs Spiele. Alter, habe ich einen Kurzzeit-Gittering gesehen. Jetzt will ich aber auch was sehen, ne? So, jetzt geht es aber rund. Das finde ich ganz gut. Ziggy, zacky. Hosen, kacky. Na, was sagt dir der Tisch? Was? Read the table. Read it. Read it. Was sagt er dir? Das müsstet mir gerade was zu. Check. Chris checkt. Wett 250. Hauke, Wett 250. 250, was ist das denn für eine Zahl? Das ist so, dass du nach 500 musst danach. Simon, geht raus. Wenn du nicht willst. Hauke schon setzt. Ich bin nicht dran, die Blitz ist dran. Wir können uns doch beraten. Wer? Du brauchst vielleicht... Ich muss einfach nur mitzugehen, die 250 bringen. Wer? Na gut, was soll das? Ähm. Das sind immer schon die schlechtesten Anfänge. Was? Die mit dem Sätzen. Na gut, was soll das anfangen? So fang ich gut kurz an. Der Blitz call. Nee, ich drüber nachdenke. 250. Das ist einfach kein Zahlmann. Kein Mensch hat 250. Call. Sophia call. Ach so, ja. Ich hab scheinbar gut call. Papa Excellence. Da haben wir das Beispiel, Fallbeispiel. Ein Chip ist ein Call. Kann ich den jetzt normal? Nein, legen so viel, wie es sein muss. Kannst du auch machen. Wenn nicht, hätte ich dir das gewechselt. Schon okay. Hab noch weiter. So, und wer hat... Dennis, ist ja auch noch dabei. Wer hat denn jetzt den Buben und die Zehn? Das war natürlich... Ich muss auf Toilette. Also wie viel ist jetzt... Dennis, das war nicht der Bube und die Zehn. Call. Chris, Call. Vier Spieler. Wird immer spannender. Check. Chris checkt. Check. Hauke checkt. Kann ich... Ach so. Sorry. Aha. Gleich kannst du. Ja, den check ich auch. Blitz checkt. Kann ich jetzt? Ja, ja. Ja. Du bist dran. Und es muss jetzt ein Vielfaches von 250 sein? Nein, es ist eine neue Setzrunde. Okay. Und das Minimum ist immer der... Ich glaube, die haben es wirklich noch nicht ganz begriffen, dass es tatsächlich nicht eine Rolle spielt, was vorher gesetzt wurde, sondern dass sie wirklich alles setzen können. Weil Sophia fragt gerade, ob es ein Vielfaches von 250 sein muss, was ja auf der letzten Runde gesetzt worden ist. Also, ich glaube, das Konzept von Noldem mit Holdem ist hier noch nicht ganz angekommen. Man kann alles zu jeder Zeit setzen. Man kann noch zu jeder Zeit all in gehen. Man kann alle Chips setzen. Du kannst das Minimum setzen. Das Minimum ist immer der Big Blind, also 100 in diesem Fall momentan. Und das sollte man vor allem nicht vor dem Flop machen, weil das haben wir ja vorhin schon gesehen, wozu das führt. Dann hat man eben ganz viele Gegner und jeder hat irgendwie irgendwas, irgendeine Chance. Aber jetzt setzt es zum Glück auch mal wieder höher an. Das finde ich gut. Aber Chris zeigt sich unbeeindruckt mit dem König. Geht mit. Ich glaube, dir das ass erst mal nicht. Hauke mit der Neun und einem ganz schlechten Kicker callt das Ding auch. Das ist auch ein sportlicher Call, ja. Weg damit, oder? Ja, definitiv. Also bei zwei Gegnern muss er auf die nächste Neun hoffen und die Chancen dafür sind zu gering. Alter, ihr habt alle gar nichts. Ich sehe das doch. Ich glaube auch. Ihr habt gar nichts. Ihr habt auf so viel gehofft und es ist nichts passiert. Bist du der Kommentator oder wer ist der Kommentator? Jetzt setzt sich jeder richtig schön blöd rum. Und jetzt wird jetzt versuchen, es zu tun. Das ist die, die, ja, glaube ich. Das ist so, das ist ja. Wenn du einfach nur den Chip reinlässt. Ich hab nichts. Jetzt versucht es der Blitz mit einem Blöff. Es wurde ja nichts gesetzt, deswegen du kannst nichts callen. Ich hab immer noch nichts. Blitz, Bett, 500. Nur, dass wir uns einig sind. Er versucht zumindest, aber auch hier wieder die Setzgröße wird nicht ausreichend, um irgendeinen aus dem Pot zu kriegen. Wenn er setzt oder hier blöffen will, müsste er 1500 Betten, müsste er ordentlich rangehen, in ungefähr sich am Pot orientieren. Für das Kind. Aber da ist einfach noch keine Relation zu vorhanden. Jetzt kann Chris dann aber mal wegschmeißen, oder? Ja, jetzt müsste Chris eigentlich klar sein, dass er geschlagen ist. Also sein König mit der Beikarte, die vier. Es kann ja gut noch sein, dass einer von den beiden einen anderen König spielt, aber sein Kicker, also seine Beikarte, seine vier, spielt ja jetzt noch nicht mal. Das heißt, ihn schlägt ja auch König zehn, König Bube zum Beispiel. Und jedes Ass schlägt ihn natürlich. Aber er hat vorher auch schon ein bisschen was reingepackt. Was soll der Hauke schon haben? Bitte nicht so viel Geschwätz am Tisch. Danke. Boom. 500, ich geh mit. Chris, Colt. Er hat nix, wusste ich doch. Hauke Foult, der Blitz darf zeigen. Und darauf freue ich mich. Showdown. Wieso? Weil du gewertet hast. Der, der zuerst hat. Die erste Aggression. Du kannst wegwerfen, aber dann ist die Hand tot und du kannst nicht mehr den Pot gewinnen. Nee, entweder hat er auf den letzten noch was gemacht. Ich kann doch noch was bieten jetzt. Nein, das war die letzte Sätze. Ja gut, dann ist mir das auch. Jetzt musst du ja hoch genug bezahlt, dass du es auf den Hinlegen oder... Also ich glaube, bei der Aufwärmrunde hat er noch nicht so ganz aufgepasst. Man muss auch sagen, wenn man das nicht oft spielt, dann braucht man halt mehr als eine Runde. Und da kann man auch immer wieder nachfragen, das ist ja völlig okay. Aber ich glaube, bei Blitz ist echt so ein Defizit an Orientierung, Regeln, wo bin ich gerade? Was mache ich hier und was kostet es? Sophia rasiert beide jetzt. Und baut vor allen Dingen ihren Chip-Lead aus. Das schmeckt. Das schmeckt. Also da auf dem River, ich meine, das Board ist ja schon nicht ungefährlich für Ast-Bube. Also unter normalen Umständen, wenn du auf dem River da Action von zwei Gegnern bekommst, fühlst du dich gar nicht mehr so wohl mit Ast-Bube. Aber hier in dem Fall kriegst du einfach mal Action von zwei Gegnern und bist happy. So sieht es aus. Sophia mit 17.350, dahinter Simon mit 10.500, Marco 9-7, Andi 9-7, dahinten ein bisschen dicht gedrängt. Dennis Schornsteck mit 6.350. Dennis ist ja vom Klo wieder da. Nee, ich sehe ihn nicht. Nee, noch nicht. Doch, da sitzt er wieder. Er muss was machen auf alle Fälle. Also ich bin ja gespannt, was jetzt mit dem Bet-Sizing passiert. Ich glaube, in der ersten Runde ist es wirklich so, dass sich jeder noch so ein bisschen rantastet. Aber jetzt werden die Blinds vielleicht gleich mal raufgehen. Ich glaube, dann werden die merken, dass die ein bisschen aggressiver werden müssen. Ich bin ja immer bei so ein paar blöden Geschichten auch mal mitgegangen. Ja. Er hat aber gut Blinds gesetzt immer. Ja. Ich glaube, Marco hat noch kaum eine Hand oder gar keine gespielt. Ich glaube, der guckt sich das so komplett erstmal an. Was ist hier eigentlich los? Aber das haben wir ja schon bei der letzten Sendung gesehen. Die, die sich so ein bisschen im Hintergrund halten, die können am Ende auch noch schnappen und nach vorne kommen. Das haben wir ja in der zweiten Sendung gesehen. Jetzt bin ich gespannt. Blitz mit einem richtig guten Startblatt. Zehner. Leider bezahlt er wieder nur. Warum raced du nicht? Das ist eine Top-Starthand. Das ist die fünftbeste Hand. Gut, man kann jetzt sagen, Ass, König. Nochmal zum Verständnis. Wenn mehr Mitspieler drin sind in der Hand, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie einer Dame, Bube, König, Ass mitgeht. Und sofort sind die Zehner nichts mehr wert auf dem Flop. Die Zehner sind vor dem Flop am stärksten. Und deswegen willst du vor dem Flop auch deinen Vorteil ausbauen. Willst also so viel raisen wie möglich, um so wenig Gegner wie möglich zu haben. Weil das erhöht deine Gewinnchancen drastisch mit den Zehnern. Aber pass auf, er trifft gleich die Zehn. Auf Ansage. Jetzt bin ich gespannt. Wirf doch den 500er rein, wenn die gewechselt haben ist. Chris Colt. Dann eben nicht. Setz doch dieses seltene Rocket Beans Memorabilia. Wert circa 60.000. Sechs Schwiele. Setz doch mal deine Rolex ein. Was? Flop. Hauke, Bett, 500. Nee. Weg. Nicht während der Hand. Hauke, Bett, 500. Hatten wir Simon Folt. Ich calle die. Und das bedeutet, hätte ich raisen wollen, hätte ich nochmal 500 reinwerfen müssen. Genau. Nur für mich zum Mitschreiben. Damit ich das vielleicht am Ende des Abends mal verstehe, das Spiel. Ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt schon erlernt. Sophia Colt. Ich habe jetzt auch schon das gelernt. Wieder Aktien selber in Frage stellen. Dennis Folt. Chris Folt. Drei Spiele. Natürlich ist Sophia noch drin. Man muss doch mal schauen, was passiert. Ich hatte ja auch einen Run. Außen bis zu siehst du, ist hier kein Geld mehr. Bett, 1500. Hauke, Bett, 1500. Jetzt kommt Spannung in die Runde. Das finde ich super. Okay, weißt du was? Legt mich doch um, Arsch. Das will ich wieder haben. 1500. Alles klar. Ähm, ja. Blitz Colt. Machen wir uns nichts vor, bezahlt. Machen wir uns nichts vor, bezahlt. Hier, gib mir mein Schatz. Ach so. Jetzt fühle ich mich provoziert, jetzt habe ich keinen Bock. Was ist, wenn ich deinen Tisch... Alter, was ist das? Die Daffeln mit Berge. Also du könntest doch einfach gehen jetzt mal. Da guckst du einmal nicht hin, dann ist die reich. Zwei gute Hände geholt, ne? Ich wollte eigentlich nicht als erster rausfliegen. Sie fragt sich, ob da noch die dritte Königin gleich noch kommt für sie. Ist das alles? Natürlich. Was? Ja, sie hat ja eine Königin. Und jetzt fragt sie sich, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit noch die letzte Königin kommt. Weil die andere Person hat nämlich den König. Ja, aber wenn sie für Königin machen... Jemand hat den König, ja. Können wir selber wechseln beim Spieler? Ja, wahrscheinlich, ne? Oder musst du was immer machen? Vier Prozent. Ich kann hier was wechseln, aber ich habe krassen Wechselkurs. Ich denke mal, da hier keiner im Team spielt, könnte das machen. Nee, 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 du hast nicht frei. Ihr bedrückt euch ja nicht gegenseitig. Ach, nach der Hand, bitte. Nach der Hand. Ich mag es immer gerne währenddessen. Nee, erst die Hand. Sophia? Du kennst das, erst die Hand. Die Damen spielt es in Time. Halt sie dir die Klappe. Ich mag das immer gerne währenddessen. Wieso? Ich glaube, das war eine Verwarnung. Wett 500 Dealer. Hauke Wett 500. Ich habe gefühlt, dass du immer die Klappe. Nee, halt, 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 halt. Du hast Bock auf Raisen. Die Raise ich dann. Dann sagst du Raise und sagst eine Zahl an. Alter Schwede. Ich muss doch 500. Es könnten auch noch mehr sein. Du konntest auch auf 2000 zum Beispiel. Aber jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es 1000. Blitz Raise auf 1000. Minimum ist, wenn die 1000. Aber es kann noch höher sein. Ich will es gefährlich. In the name. In the name. In meinem Einsteiger-Kursus ist das noch nicht besprochen worden. Oh, der erste Pentagramm-Stand. Sophia Colt. Hauke Colt. Das geht ab, Mann. Alter. Showdown von Blitz. Da lief ich das immer. Das ist heftig. Die letzte Aggression kam von dir. Du hast geraced. Da haben wir 10er-Pärchen. Das ist schon mal nicht gut. Das ist schon mal nicht gut. überzeugt das. Ich glaube, Hauke gewinnt das Ding. Das ist wahrscheinlich. Tupair. Okay, das hätte ich jetzt nicht. Und Hauke wird weg. Ei, 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 ei. Das ist so nicht. Girl Power. Ich war mir sogar ziemlich sicher, dass du gar nichts schaust. Ich wollte da eine Chips haben. Scheiße. Hier. Jetzt aber? Ja, jetzt können wir tauschen. Was weißt du? Gib mir mal 500er. Also 5 100er. Ich gebe dir einen 500er. Kannst du es beschredigen, dass es 5 100 ist? Ja, ich kann es. Die hat er auch verdient gewonnen. Gibt es eine Star-Situation, hat sie gut ausgespielt. Nein, das sind 51er. Ich kriege jetzt aber auch noch. So. Das Gute ist, dass du mit links und neben rechts. Die Zehner vom Blitz haben nicht gehalten. Zeit für uns jetzt, bevor die neue Runde losgeht, Ihnen mal genauer vorzustellen, den lieben Blitz. Unser Kugelblitz ist vernarrt in Comics und gönnt sich dazu gerne ein ordentliches Barbecue. Wenn also Denkblasen über dem Final Table zu sehen sind, kommen sie vermutlich von ihm. Sein Serien-Podcast Bitte Folgen hat zwar noch keinen Blumentopf gewonnen, aber immerhin hat er einen Freund aus der Rap-Gruppe am Start. Seine Ansage an die Gegner? Bitte folden. Jetzt hat er nur noch eine Frage. Komm ich jetzt ins Finale? Kommt er ins Finale? Das ist die große Frage. Wir drücken ihm auf alle Fälle die Daumen. Weiter geht's. Nächste Hand. Darf ich nicht vorher? Okay. Entschuldigung, das war nicht respektlos gemeint. Das darfst du sogar. Scheiße. Das ist genauso mit diesem... Ich würde ihn klein machen einfach, wenn er rausgehen würde. Ich mache ihn mal gleich groß. Ich weiß nicht warum. Danke, Chris. So, jetzt machen wir einen richtigen Pott hier. Du, Dennis, ich gucke dich an. Wir müssen diesen Tisch zusammenbringen. Ich bin nicht dran. Make it or break it. Ich habe das wenigste Pott-Potenzial. Guckst du mal in meine Karte? Das wenigste Pee-Pee. Der kleinsten Pippie. Pott-Potenzial. Marco Colt. Pee-Pee. Alter. Undefold. Bring ja nix. Was ist das denn? Du bist so ein... Alter, Lachs. Das hast du gerade über die Mühe gemacht. Dass man das nicht sieht. Du hast es gerade über die Mühe gemacht. Nein, hab ich nicht. Nein, ich habe nix gesehen. Alles gut. Alter, Chris. Ich habe nix gesehen. Karte und Konzentration, die Herrscher. Ja, ich habe es nicht konzentriert. Ich habe es nicht ganz hart. Ich hätte es gleich gemacht, weil du es nicht bei mir gemacht hast. Ich kann deine immer sehen. Du deckst sie nicht richtig. Call. Ja? Ja. Call. Hier, direkt vor deinem... Dennis und Chris call. Ich helfe nur Carsten, Alter. Hauke called. Du schummelt. Der hat lange Arme. Simon called. Was war das? Der Blitz hat die Option. Check für Karten. Oder erhöht. Ich hab's mal gegen dich doch. Ich weiß nicht, dass du mitspielst. Ich bin auf dem Linken auch blöd. Warte gleich. Das ist kein Family Court. Andi ist nicht dabei. Sieben Spieler. Fertig vergessen. Na, mach mich auch. Ach doch, ich weiß nicht. Das ist ja ehrlich. Simon bett 200. Ich hab schon wieder vergessen, wo ich hab. Nix. Genau. Aber vielleicht kommt's ja noch. Warte noch auf den River. Setz, geh einfach mit. Ich hör schon wieder Stimmen. Weißt du was? Ist Dennis noch drin? Ja. Ja, wunderbar. Den geh ich jetzt mal raus. Ich muss mal anderen Leuten die Chance geben, Chips loszuwerden. Marco Falls. Versteh ich nicht. Nicht immer meine Chips. Ich bediene mich an Dennis. Und Chris hat auch noch. Das ist auch in Ordnung so. 200? Genau. Ich baue ja noch drauf, dass Dennis als erstes geht. Und noch? Es schwärzt. Wieso? Dann kriegst du aber nix vom Essen ab. Meinst du, das ist Clou? Stimmt. Ich folge dir ja auf dem Fuß. Also das ist ja nicht das Thema. Ich möchte nur nicht als erster gehen. Denn das wäre richtig blöd. Denk nicht in Karten, denk in Namen. Okay, also ich müsste noch 100 reinballern, um dabei zu sein, ja? 200. 200. Krieg ich nicht Rabatt oder so als letzter? Ich bin letzter. Hallo? Hauke ist nochmal letzter in der Runde. Ach so, so letzter. Ich dachte mir, das ist eh nicht. Rabatt, da wäre ich nicht verteilt. Und sowas wie Poker? Nur viele erfolgreicher noch. Nur geiler. Also diese Hand, da ist auch vieles möglich. Simon führt noch, aber zu vier mit 21 Prozent nicht schlecht. Ich finde es ja Wahnsinn, dass man jetzt hier so ganz am Anfang so viele Hände hat und so viele Prozente. Weiß man gar nicht, wo man gucken soll. Chris Colt. Folt. Hauke Folt. Wir können uns jetzt auch mal eben anschauen, was so eure Favoriten eigentlich waren bis jetzt. Sophia mit 68,2 Prozent. Simon auf, ach so, ist für diese Runde natürlich. Auf die Runde haben 24,3 Prozent auf Simon gesetzt. Hauke 0,1 Prozent und der Blitz mit 0,3 Prozent auch nicht gerade ganz vorne. Also Sophia und Simon in dieser Runde natürlich ganz stark. Und im Moment sind die beiden noch am Tisch. Und da kann ja auch noch was. Nee. Der River ist schon gedealt. Hab ich die meisten Chips? Sehe ich gerade. Simon checkt. Simon hat die beste Hand, aber ist nicht sicher, ob er die beste Hand hat. Ist auch ein eklig Sport. Genau. Er sieht ja nicht, was die anderen haben, so wie wir. Das heißt, Flasche ist möglich, Straße ist möglich. Verschiedene zwei Paar Kombinationen. Also ist der Check auch okay, ne? Absolut. Möglichkeit jetzt für die anderen. Auf die Pick 5 am River. Was zu... Sophia hätte eine super Situation zum Blöffen. Das wäre jetzt schon ein fortgeschrittenes Konzept, ja. Sie hat hier eine sogenannte Blockerkarte. Sie hat eine Pick 7, die blockiert nämlich mögliche Straßen und Flaschs, die andere Leute haben könnten. Das ist beim Pokern, gerade für die Profis, auch ein wichtiger Faktor, den man berücksichtigt, wenn man blöfft. Ja, diese 7 in Pick ist eine wichtige Karte, weil die 7 reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Straße oder ein Flasch... Flasch... Ein Flasch. Ich sag schon wieder Flasch. Letztes Mal auch schon. Ein Flasch hat. Aber wäre ein guter Spot gewesen, muss man aber nicht blöffen. Juhu. Chris, ich gebe dir 100, wenn ich die Karten sehen darf. Du kannst es dir morgen umsonst anklicken. Scheiße. Das wäre nicht. Stimmt, das ist eigentlich das Geilste. Okay. So, hier ist der Chip-Count. Sophia, 24.050 Chips. Hat mehr als doppelt so viel wie der zweite. Simon mit 10.000. Also sie dominiert den Tisch im Moment. Massiv. Rasiert. Mal gucken, ob das in der Stunde auch noch so ist. Da haben wir ja auch in den letzten beiden Staffeln ordentlich gesehen, dass der Chip-Leader sich auch einfach mal aus dem Spielen zurückhält in der letzten Sendung. Oder wo wir uns gefragt haben, wo ist er denn? Wo ist er denn? Der dominierte doch auch. Ja. Und dann war er auf einmal weg. Nee, das musst du merken. Marco, race auf 200. Dann gehe ich abkacken. Andi. Du kommst ja schön flösch. So, Marco. Erste Hand, glaube ich, die er raced. Pocket 7er. Chris Colt. Chris Colt mit 3, 4 suited. Hauke ist dabei mit 3, 6 suited. Simon mit 9. Da könnte man sagen, hau drüber, oder? Simon? Auf 1.000? Also Simon mit seinen 9ern wieder gut dabei. Auch Marco hatte die Chance zu raisen. Auch der Blitz hatte die Chance zu raisen. Ass 9 ist auch ein vernünftiges Blatt. Gerade zu 8 am Tisch sollte man eigentlich viele Ass-Kombinationen mit einem guten Kicker nehmen. Und die 9 ist die durchschnittlich höhere Karte. Also von 2 bis König ist 9 eben überdurchschnittlich hoch. Das heißt, man sollte ab als 9 auch anfangen, wirklich aggressiv zu spielen. Das sind genau die stärkeren Asse. Also hier gibt es 3 Chancen zu raisen und keiner nutzt sie. Der Blitz checkt. Der Blitz checkt. Der Blitz checkt. Dann machen wir ein T-Shirt draus. Der Blitz checkt. Schon ein neues Format geworden. Ich habe den Namen, lass jetzt was überlegen. Sophia, Betz, 400. Das ist ja super. Die Lieder habe ich kennenlust. Marco Folt. Jetzt schaue ich mir die Masse an. Hat Sophia gesetzt? Ja, ja. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. 400? Sophia kann ich mit Geld umgehen, glaube ich. Sophia hat jetzt 400 gebettet. Mit König 5 auf einem 10-Bube-6-Board. Was sind ihre Gedankengänge hier? Sie hat Lauf. Sie hat Lauf. Das sind ihre Gedanken gerade. Sie rasiert und hat Lauf und denkt sich, jetzt kann ich den Bluff durchziehen. Und er funktioniert auch. Wieder 1000 Chips für Sophia. Unglaublich. Unglaublich. Aber da sieht man, wie wichtig es ist, diese Paare auch aggressiv vor dem Vlog zu spielen. Das macht keiner. Das ist ganz, ganz wichtig. Haben wir bei den letzten Folgen aber umgekehrt gesehen. Da wurden die Paare extrem aggressiv gespielt. Da wurden ein Paar immer geraced und durchgezogen. Gleich spielen wir die nächste Hand. Mal gucken, wie es dann mit Sophia weitergeht. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Erholt euch. Entspannt euch. Gleich geht es weiter. So, wir stellen euch den nächsten Kandidaten an unserem Tisch mal ein bisschen genauer vor. Und das ist in diesem Fall der liebe Simon. Den aus Hanau stammenden Bürgermeistersohn Simon Kretschmer müssen wir ja eigentlich niemandem mehr vorstellen. Das S der Beans hat nicht nur das Aussehen dieses Tisches geleakt, sondern auch noch diverse andere Formate. Vielleicht gibt es ja auch in dieser Sendung ein paar heiße Insider-Infos von unserem Leakmon. Schmeißt die Bitcoins all in, mein Freund. Und macht euch keine Sorgen, etwas während der Kommentatorenstrecken zu verpassen. Wir werden es sicher in Beamons Instagram-Stories erfahren. Und der liebe Simon, der muss ein bisschen aufholen. 9.800 Chips liegt eigentlich noch ganz gut, aber wenn man Sophia sich anguckt, mit 20.000 Chip-Leader ist er auf alle Fälle im Moment noch nicht. Ja, bei uns sagen wir ja im Stream immer, hinten kackt die Ente. Am Ende, ja. Das ist das Prinzip, weil beim Pokern ist es nur wichtig, am Ende wirklich noch dabei zu sein. Und das ist bei dem Turnier das A und O. Das heißt, am Anfang sind die Stacks noch gar nicht so entscheidend. Sophia hat einen riesen Vorsprung, aber viel wichtiger ist wirklich noch, einen guten Stack zu behalten. Wenn die Blines nachher sehr stark raufgehen und anziehen, dann werden wir sehen, wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Dennis Colt, Chris Colt, Hauke Folt, Simon Colt, der Blitz geht raus, Sophia Colt, Marco mit der Option checkt. Fünf Spieler, vier Spieler, sechs Spieler. Also das ist der Durchschnitt, was man hier hört. Das ist immer Multiway. Also das ist unglaublich. Man muss aber auch sagen, jetzt haben wir 90 Minuten gespielt. Jetzt so die richtigen Burner-Hände, also Burner-Star-Hände, habe ich auch noch nicht so gesehen. Wir hatten noch keine Jacks, wir hatten noch keine Queens, keine Könige, keine Asse. Wir hatten zehn vom Blitz einmal. Das stimmt. Neun und sieben habe ich gesehen, aber ich bin mir ganz sicher, dass die gleich in der nächsten Stunde mal einlaufen werden. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, wo man hier mal hingucken muss. Das ist sauschwer für mich auch, da zu gucken, wer ist jetzt gerade eigentlich vorne, weil da so viel unterwegs ist. Wenn ich normalerweise ein Turnier kommentiere, da sind die Hände heads up oder maximal dreihändet und bei dreihändet ist es eigentlich schon zu viel. Und deswegen ist das schon sehr ungewohnt. Aber hat ja auch was. Ja, ist interessant, ist mal interessant zu sehen. Ich wirf dir das Papier so rüber. Hast du was gegen Sophia? Ich habe nur Respekt vor dem Stapel da. Ach, von mir nicht. Marco macht das schon gut. Da hätte ich mich schon eher dran halten sollen. Nein, nein, der ganze Respekt ist jetzt weg. Alles reduziert auf dein Geschick am Pokertisch. Ja, ich habe dich darauf geholfen. Wenn es sexy ist, ist es eine Sache orientierend. Ich ertrage das hier auch nur noch mit der Kugel. Das macht mir Spaß. Du brauchst mir Ausdauer. Hey, Simon, du und ich sind übrig, ne? Head's up. Nur wir beide. Na gut. Köpfe hoch. Achso, ich bin dran. Entschuldigung. Sorry, nee, sorry, Sophia. Hä, ich? Ja. Achso, stimmt. Sie hat jetzt auch wieder irgendwas getroffen. Ich weiß nicht, wie viel von den ganzen Kohlen sie da reinschieben soll. Ich glaube, sie weiß nicht. Es ist natürlich schwer, diese Entscheidung zu treffen, ne? Ich finde es gut. Ich kriege mal einen Tenner wieder. Sophia bett 400, Simon Colt. Hosen runter. Ach, Quatsch. Nein, der ist doch noch. Oh, guck mal. So. So. Das ist aber jetzt auch wieder eine gute Karte für Sophia. Jetzt hat sie zweimal zum Bluff angesetzt. Und ich nehme mir doch wirklich ab, dass sie auch den Bluff bewusst gezogen hat, jetzt den Simon von dem König runterzudrücken. Der Simon bettet aber jetzt etwa 1.000 Euro, was natürlich doof ist. Das ist konfus, ja. Warum bettet er jetzt, obwohl er eigentlich jetzt, genau, jetzt kriegt der Sophia natürlich raus. Sophia hat die schlechtere Hand. Aber hätte er gecheckt, hätte er vielleicht von Sophia noch einen weiteren Bluff kassieren können. Aber da hatte er, glaube ich, jetzt Angst und hat selber sich gesagt, ich setze mir selber den Preis. Das machen viele am Anfang, die sich nicht sicher sind, was sie mit ihrer mittelstarken Hand auf der letzten Karte machen sollen. Weil dann eine blöde Karte das Ass kommt und du denkst dir so, was mache ich denn jetzt? Checken und dann den Gegner setzen lassen? Also, ich würde da checken und abwarten, was Sophia macht und dann eine Entscheidung treffen. Deswegen, aber ich bin noch ein bisschen verärgert. War nicht so spektakulär, wie ich es gerne gehabt hätte. Also, ihr habt es gerne gezeigt. Ja, aber ihr habt ja alle vertraut. Ich sag ja, wenn du was hattest, gut. Wenn du nichts hattest, traut. Das ist meine? Ja. Okay. Die Chips sind meine. Also, es sind nicht viele. Ich will sie. Ich hänge da dran. Ja, I'm so sorry. Soll ich sie vielleicht tauschen gegen einen Braun? Du bist gar nicht dran. Was ist das mit dem Braun? Was ist das hier? Das ist der Tausender. Dennis kommt. Das ist eine gute Runde. Das habe ich im Gefühl. Okay. Auch gekauft. Wir haben hier. Bist du auch dabei? Ja, alle dabei. Entschuldigung. Ich call den. Kann ich erhöhen? Natürlich. Nein. Dann zeig doch mal hier. Wird krass. Wird krass. Wird krass. Krass Karten. Ja, ja. Let's fold. Das sind die Pocket Aces. Man kann es doch mal machen. Man kann doch auch mal ein bisschen feige. Man kann es so holen. Marco fold. Andy Badé. Sie sind aufgezuckt. Andy Badé. Jetzt sieht man zum Beispiel, im Gegensatz zu den Runden zuvor, wenn man jetzt genau aufpasst, kann man erschließen, dass Simon eine starke Hand hat jetzt. Er hat Asse. Asse, beste Start in dem Poker. Aber er raced auf 500 zum allerersten Mal, obwohl vorher immer nur bezahlt wurde, auf 200 geraced wurde. Und jetzt sieht man, was das anrichtet für einen guten, aufmerksamen Spieler. Der kann hier sehr leicht erschließen, dass da eine sehr, sehr starke Hand unterwegs ist und der weiß dann ganz genau, wie er dagegen zu spielen hat. Also das ist eine gefährliche Setzgröße jetzt von Simon zum ersten Mal, auf 500 zu erhöhen. Nee, frag mich jetzt nur. Was war denn? Gehen wir mal die letzten Mal. Obwohl, ich hätte das schon längst machen sollen. Jetzt reibst du nicht noch ein, Alter. Wird so assi kommentiert. Hat der Typ schon mal einen Röckler gesehen? Ich weiß nicht. Wieso ist das richtig? Wieso ist das so zu sagen? Kann doch nicht sein, dass nur ich so schlecht aussehen. Komm, den könntest du dir doch. Guck dir doch deinen Stapel da an. Ich brauche einen Lappen. Das Glück wird auf jeden Fall Unrecht verteilt. Wenn ich schon mich spielen kann. Du, ich habe da nichts gegen. Das ist nur, bam. Das geht doch. Andi called. Der Hunderter bitte zurück. Ach Mann. Jetzt wohl der Raisin hat vergessen, das anzusagen. Sprecht mehr miteinander, Kinder. Kommunikation. In welche Kamera muss ich sein? Und geht wählen. Dennis Folt, Chris Folt. Ja, das ist doch, also wollt ihr hier Action haben oder was sollen das jetzt? Kommt dann die Schokobungs dran an? Ja, da muss ich. Oh, ich bin nur mein Chip getauscht haben. Ach, das ist doch. Wollen wir aufdecken, Andi? Nee, jetzt zu spät. Das ist etwas lustig gewesen. Jetzt auch noch. Das Ding ist, das war noch. Ach, Entschuldigung. Nur noch, wir machen nicht mehr in der Reihe, ne? Ach, das ist doch. Entschuldigung. Entschuldigung, okay. Alles gut. Andi checkt. Nee, ist okay. Lass es einfach. Ich check auch. Alter, was ist denn das hier? Deswegen haben wir da schon einen Boden. Wir haben doch wahrscheinlich Dinge ändern sich. Wir haben den Boden gekauft, oder nicht? Alles ändert, weil dann dumm. Ja, siehst du? Schwer entzündbar und... Schwer entzündbar und Bier fest. Bier ist es. Andi checkt. Entweder oder, ne? Ja, muss ich überlegen. Simon checkt. So, und jetzt ist Kalir das nochmal richtig. Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich hab das Gefühl, dass wir wahrscheinlich... Andi hat's jetzt gesehen und sagt so, hey, jetzt geh ich. 80 Prozent der Probe, die Hinschuld. Ist nichts, ne? Also, naja, die trinken, glaube ich, vielleicht alles. Andi checkt. All in für mich. Das ist so günstig nicht. Ja, das dachte ich mir schon. 1.000. Auke, Bett, 1.000. Simon, Gold. Oh mein Gott. So, jetzt ist die Falle von Simon, wenn es denn eine Falle war, tatsächlich zugeschlagen. Auf dem River trifft nämlich Hauke seine Zehen. Andi wird jetzt wegschmeißen. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob Simon jetzt da eher ängstlich callt oder ob das sein Plan war, hier jemanden in die Falle laufen zu lassen. Vielleicht machen ihm die beiden Fünfen jetzt doch noch Angst. Also, normalerweise würde er jetzt vielleicht auch drüber gehen. Also, wenn man jetzt genau die Karten kennen würde, der Gegner, wäre Simons Betting-Line super gewählt, weil in dem Fall hätte er genau das Maximum aus seinen Assen jetzt rausbekommen, um jemanden hinten raus noch die Zehn treffen zu lassen. 1.000. Den Flop-Check kann ich noch verstehen, aber spätestens auf den Turn. 3.000. Ich überlege, ob ich 5 jetzt rauf packe oder nicht. 5.000? Ja, genau die Frage hätte ich mir auch gestellt. Jetzt bin ich gespannt. Hat Andi jetzt den nötigen Drive, da die 5 zu repräsentieren oder was Höheres als... Er glaubt nicht. Er schmeißt sie weg. Er schmeißt sie weg und ich glaube, Hauke wird scoren, oder? Komm, zeig, zeig, zeig. Der wird jetzt überrascht sein. Pass auf. Mal gucken, wie er guckt. Wie er jetzt guckt, wenn Simon die Asse rumdreht. Und die Sonnenbrille aufgesetzt, jawohl. Zack. Ich brauche diese Sonnenbrille. Oh mein Gott. Dafür habe ich die Brille mitgebracht. Oh mein Gott. Zack. Ich brauche diese Sonnenbrille. Wenn ich Stream mit einem Asse habe, habe ich auch immer die Sonnenbrille auf. Ich weiß. Und ich brauche die Deal-with-it-Sonnenbrille. Oh shit, bin ich da noch nicht drauf gekommen. Ich muss sie sofort bestellen. Ja, Simon hat sich verbessert. 2.250, glaube ich, waren es. Der hat jetzt 13.000 und ist im Moment hinter Sophie, die 24.000 Chips hat. Der zweite. Ja, Hauke muss was tun. Der Blitz muss auch was tun. Dennis auch. Und dazwischen ist es noch eng. Ihr habt jetzt wieder die Möglichkeit, mitzuspielen, auf euren Favoriten zu setzen. Nein, 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 nein. Du lass mich holen. Ja, wenn du auch noch ein bisschen Lohn machst. Aber der Blitz auch. Der Blitz hat sich mehr gepostet. Entschuldigung. Das ist Salz. Das ist mit mir schon wieder. Gut wegwerfen ist die halbe Miete. Ja. Was machst du mit deinen Augen? Das ist nicht normal. Du musst mal zum Arzt. Nein, das ist echt nicht normal. Ganz ehrlich, ich mach dir einen Termin morgen. Morgen früh um 10 Uhr bist du bei meinem Optiker. Ganz ehrlich. Du drehst das aber auch wirklich 180.000 Grad einmal komplett rum und machst noch nicht mal irgendwie eine Abschottung von der Seite. Du machst eh zu. Ja, du. Das kann ich fast sogar sehen. Von hier her fast sogar sehen. Das ist die gelbe Karte, oder? Sag mal, mach nochmal. Mach nochmal. Mach nochmal. Mach nochmal. Mach nochmal so wie eben. Ja, ist doch sein. Das habe ich gesehen. Ist doch okay. Wenn man die Kamera da hinten sieht, ist doch ein Auto. Ja, okay. Okay, was machst du? Es liegt an dir selbst, deine Karten zu schützen. Du hältst das mal in die Fresse jetzt. Okay. Und pass auf. Okay. Jetzt haben die sich so viele gestritten, wieder alles vergessen. Fuck. Chris Colt. Auch Colt. Simon Colt. Salami. Extra Käse. Sophia Colt. Handfleisch mit Barbecue-Sauce. Liegt das echt an mir jetzt? Muss ich das persönlich nehmen? Nein. Andi, Raze. 200. Wir sind alle drin. Auf 200. Mach dreifach Käse raus. Hallo. 200. Geht ihr mit? 200. Warten erhöht, bitte. Ich habe erhöht. Du hast erhöht? Ich habe eure Karten gesehen. Was soll ich sonst machen? Wir müssen zum Lassen oder was. Dennis Colt. Alter. Colt. Sehr gut. Chris Colt. So wollen wir das haben. Simon Colt. Simon Colt. Der Blitz Colt. Und Sophia Colt. Das sieht mir sehr schön aus. Das ist schon mal. So. Und jetzt pass auf, was ist jetzt passiert? Dennis Nordröme. Sechs Spieler. Jetzt macht es. Ich bin da drin. Bis hier nicht der runde Teigfladen ist, bin ich am Start. Scheiße. Nein, ich dachte, du hättest noch Karten. Ach so. Ihr müsst mal ganz kurz signalisieren, dass die Pizza da ist, weil dann geht doch euch. Einfach nur sagen, dass sie da ist. Ich warte noch auf den richtigen Moment. Ich? Ja. Andi, Bett 100. Andi, Alter, Lachs. Wow. Auch da. 1300 im Pott. Bett 100. Da werden fünf Spieler vielleicht hinter ihm noch callen. Ja. Also in genau dieser Situation mit einem Flop von Bube66 ist es gar nicht mal so verkehrt, ganz klein zu setzen oder sogar zu checken. Da finde ich das noch in Ordnung. Aber generell gebe ich dir absolut recht, die Bet-Sizes hier sind einfach nicht angepasst. Da ist dieses, wie gesagt, No-Limit-Hold'em-Konzept noch nicht so ganz angekommen. Man darf auch gerne mehr setzen. Alles meins gleich. Fünf Spiele. Aber wie du siehst jetzt genau in dieser Situation, kriegt er tatsächlich dadurch ein paar mehr Chips durch diese 100er-Bett. Die ist natürlich mega gefährlich, weil Chris könnte die Fünf treffen, Simon könnte den Ast treffen, der Blitz könnte den König treffen, da ist alles möglich. Das war aber jetzt, habe ich 500 gehört. 500. Jetzt sagt er, jetzt möchte ich das Ding aber auch hier klar machen, das wird mir zu heiß hier. Das ist super, nein, 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 du bist noch nicht fertig. Warte, 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 so. Nee, aber so, du musst tiefer sitzen. Und jetzt noch ein bisschen ernster wie eben. Ist das so, Herr Ernst? Dankeschön. Ich werde es nicht sein, aber du musst doch auch nicht gehen. Nee, ich gehe nicht mit. Doch, doch. Simon-Fold. Ihr geht nicht raus, ihr Spacken hier. Alter! Hallo, Sophia Fold. Okay. Heads up. Zwei Pansen, ein River. Sauber. Die zwei erinnert alles. Das hast du bis jetzt bei jeder Karte gesagt. Dann packe ich da nochmal 500 drauf. Der Typ hat auch einfach zwei Affe gekriegt. Andi, Wett 500. Ich glaube, ich auch. So was hat er nicht gebraucht. Irgendwas brot. Ein Pärchen. Ich will sehen. Andi. Ich glaube auch, dass er... Das Call. Also er hat wirklich das Maximum rausgeholt jetzt mit seinem Dame-Bube. Gegen ein paar Fünfer. Muss man ja sagen. Muss man ihm lassen. 3.800 Chips. Ich habe... Wenn du... Einen Buben habe ich. Ein Buben-Pärchen. Insgesamt zwei. Mit Dame-Kicker. Ja, Glückwunsch an Andi. Schönes Pöttchen. Schmeckt. Dankeschön. Hat jetzt 11.700. Risiko, wie gesagt, war hoch. Durch seine kleinen Betts. Aber hat sich am Ende ausbezahlt. Ist oft eine Abwägung, wie man es macht. Aber gegen so viele Spieler ist natürlich mega riskant gespielt. Aber du hast doch keinen taktischen Vorteil. Weil ich weiß doch, dass du nichts hattest. Weil du hast ja weggeworfen. Aber er gibt keine Informationenpreise. Er versucht dich nicht zu verwirren. Naja, aber kann auch ein Nachteil sein. Im Fall von Blitz, wo du dann vielleicht doch noch was hast. Und du es nicht weißt. Also du weißt halt, wenn ich... Also du weißt halt, wenn ich... Also du weißt halt, wenn ich... Das sind die besten vor Ort. So, wie immer. Das ist dann passiert. Als Beispiel, Simon. Er hätte Ass-König haben können. Das wäre ja nichts gewesen. Ja, aber er hätte das Gefühl gehabt, ich muss das zeigen. Das ist Ass-König. Er wird auch mitgegangen. Oder er ein Dreierpärchen gehabt. Was auch zwar gut gewesen wäre, aber eben nicht zum Sieg gereicht hätte. Und er hätte eben nicht die Informationen preisgegeben, was er davon gespielt hat. Dass er nicht mehr richtig hart geblufft hat oder aber nur nicht so gut getroffen hat wie... Ja, okay, ich verstehe. Aber es ist, ich glaube, am Ende kommt es nicht auf die filigranen Feinheiten an. Es ist gerade an diesem Tisch. Es ist einfach ja, nein. Es sind auch nur viele Chips gewinnen. Besser als Straße. Besser als Straße. Raps me all the time. How are you called? Was denn jetzt? Simon raised auf 200. Du riechst mir ganz schön auf gehörig auf die Nüsse. Alter, ich glaube, das wird eine richtig harte Runde. Ich fühle es jetzt schon. An jeder Ecke ist nur kriege ich. Ihr könnt doch nicht alle Päsch haben. Paar von euch haben auch Glück, so wie ich heute in dieser Runde. Geht ihr einfach mit. Der Rest geht weg. Die, die auch gute Karten haben, geh einfach mit. Dennis geht mit. Ich will einfach nur wissen, was da abgeht. Sophia call. Okay. Sehr gut. Das war so ein kleiner Race. Das sind auf jeden Fall keine zwei Asse. Marco call. Was war das 200? Ja, ich habe gesagt, hallo, vier. Zwei Asse. Das habe ich nochmal. Okay. Ach, Blitz. Dennis call. Blitz vermissen. Chris call. Auch gecallt. Guck mal, guck mal, du hast noch so viele von den Brau... Wirklich. Sechs Spieler. Du wohnst doch momentan hier, ne? Psst. Ich werde das mit finden. Oben. Und auf dich warten. Ich weiß nicht, das klang jetzt... War das eine Bedrohung oder eine Antwort? Da kann man sagen, Sophia hat mit dem Flop wirklich Glück gehabt, ne? Aber sowas von Risiko... Hat nur gecallt mit den Königen? Ja. Da würdest du auch wieder sagen, nein, erhöhen. Bei der Runde musst du wirklich einfach aufs Gaspedal drücken. Da musst du richtig raisen. Die Fünfer würden bezahlen, Dame, Bubu würde vielleicht bezahlen, vielleicht würde Bube 9 in Herz noch bezahlen. Aber der Flop ist natürlich mega genial jetzt für Könige. Ist auch noch genau die richtige Farbe. Also die anderen Farben können nicht bedienen. Und besser geht es nicht. Man sieht es auch in der Gewinnchance. 55% gegen so viele verschiedene Hände. Sie ist ein hoher Favorit, der anzugewinnen. Sophia war übrigens auch in dieser Runde die Favoritin. 94% haben nämlich auf Sophia in dieser Runde gesetzt. Simon mit 5,8% dicht gefolgt. Aber auch hier wieder riesengroßes Risiko durch den Call nur Preflop. Dadurch lädt man einfach Leute ein, deine Premium-Hände zu knacken. Und das ist das, worüber sich jeder Einsteiger beim Pokern ganz oft beschwert. Hinten raus auf den Turn, auf dem River, wurde meine Hand tatsächlich dann noch geknackt. Aber jetzt wird es lustig. Es gibt ein Race und ein Call von Simon. Boah. Also die fünfen Callen treffen auf den... Ich wollte es ja nicht heraufbeschwören, aber... Turn, ei, ei, ei. Und Simon... Sie hat Angst vor meiner Seite. Guck mal, wie sie freut. Freut er sich. Sophia geht raus. Ja, ja, von den beiden hier. Sophia geht raus. Das interessiert mich nicht. Sophia Colt. Respekt. Marco Colt. Frauen mit Eich, mit Dach und Ass und Meer. Das wird noch eine teure Runde auf dem River, schätze ich mal. Das Ass rettet aber vielleicht jetzt Sophia, dass sie vielleicht noch von den Königen runterkommt. Und Marco auch. Zumindest nicht mehr ganz so viel bezahlt. Und Simon, könnte ich mir vorstellen, dass er wirklich vorsichtig ist. Oh, der Flasche ist angekommen. Ich bette nur 1500. Was macht er? 2000. 2000. Okay. Richtig gute Karten. Sophia. Sophia Colt. Und Marco geht raus. Habe ich das Ding so schön fett gemacht. Showdown, Simon. Warum gehst du raus? Ich habe richtig gut. Weil ich keinen Ass habe. Ja, und? Oh, er macht es wirklich. Er macht den ekelhaftesten Karten-Slow-Roll hier mit einer Fünf. Noch eine Fünf. Dieser Blick. Ja, Sophia, deine Könige sind leider geknackt. Rip Kings. Also, Simon holt sich 6600 Chips, schließt auf zu Sophia, hat 19.350. Und wenn ich mir mal so die Short-Stacks hier mal so anschaue, zum Beispiel den Hauke, der hat nur noch 3750 Chips. Der muss richtig was tun und den stellen wir euch jetzt mal ein bisschen genauer vor. Durkenfreund Hauke Gerdes kennen die meisten wahrscheinlich aus volltrunkenen Auftritten in diversen Pen-and-Paper-Formaten. Der lustige Kanzler des Kliemannslandes mit den zwei verschiedenen Augenfarben hat gerade sein erstes Sportbuch veröffentlicht. Dabei sieht er, seien wir mal ehrlich, nicht so aus, als hätte er jemals eine unkleine Kabine von innen gesehen. Das Ocholder-Urgestein träumt davon, auf seinem Bauernhof Bienensklaven zu halten und seinen eigenen Honig herzustellen. Und pokern kann er auch. So, nächste Runde und ich glaube, Carsten wird jetzt die Blinds erhöhen oder in der nächsten Runde oder in dieser Runde, müssen wir mal gucken. Auf alle Fälle ist jetzt langsam Zeit, da noch ein bisschen mehr Druck ins Spiel zu geben und das Ganze ein bisschen teurer zu machen. Und dann spielen wir nämlich 100, 200. Also Big Blinds 200, Small Blinds 100. Und Simon wacht wieder mit einer schönen Hand auf. Jetzt aber Raisin, bitte, komm. Nein. Call. 100. Das kann man dir vielleicht auch gar nicht verübeln. Er trifft ja. Eben die fünften getroffen. Treffen hat schon immer geholfen beim Pokern, ja. Das stimmt. Noch einmal bei 100. Call vom Blitz. Also nochmal, wir machen uns hier nicht über irgendwelche Spiele lustig. Das müssen wir mal ganz klarstellen. Wir sehen ja hier die Karten und das ist auch, ne, wir haben es auch total einfach. Aber an der einen oder anderen Stelle kann man sich schon mal wundern, warum man nur so wenig Raised oder nur Callt. Wie du es eben auch dann auch beschrieben hast und auch begründet hast, warum das möglicherweise ein falscher Zug ist. Also wenn wir die ersten Leute in der Kommentatorenbox zu Gast haben, wird auf jeden Fall ganz kurz mal angerissen. Vor dem Flop erhöhen und richtiges Bet-Sizing wählen nach dem Flop. Groß. Viel hilft auch manchmal viel. Bei so vielen Spielern. Bitte vorne liegen lassen den Button, damit wir wissen, wer dran ist. Nämlich Chris. Achso, ich bin hier raus. Herr Richterski. Ich denke, es steht eine Spielerin hinter mir. Check. Chris checkt. Mega dumm. Hauke checkt. Simon lässt sich zu 500 hinreißen. Gumi und the ghost. Der Blitz gold, das? Das habe ich jetzt nicht erarbeitet. Ich dachte, ich kann mir den Sachen so unter den Nagel reißen. Chris folgt. Hauke folgt. Unglaublich. Wenn du glaubst, dass du mir das wegessen kannst, Blitz. Hats ab. Mach dir keine Sorgen. Ganz schnell bin ich die hier los. Dann mache ich mir gar keine Vorstellung. Was denn? Nein, ich wollte nur deine Reaktionen sehen. Du, ich gucke mir die Aufzeichnung an und dann weiß ich nicht, was es bedeutet. Okay. Oh, interessant. Es wurde noch nichts gesagt. Check ist möglich oder ein... Simon, check. Ich bin ja gerade mitgegangen. Jetzt kann ich überlegen, ob ich den immer noch von wusste. Ah ja. Ja, gut. Hast du hier gerade Poker-Ecklen am Pokertisch? Blitz mit 200. Ja. Entschuldigung, ich bin dabei. Ich wollte nicht unterbrechen. Ja, manche Dinge weiß ich nicht, aber das wäre halt ja ins Post gewesen, was noch zu wissen ist. Will jemand einen Schokobon? Das Protokoll ist, Chris ist betrunken. Was machst du denn? Das ist möglich. Ich sortiere schon mal jetzt gleich. Ich doch. Hast du Probleme zu Hause? Nein, ich mach's hinter der Linie, Entschuldigung. Du bist doch dran, oder nicht? Er will dich all in setzen. Ich will dich all in setzen. Er möchte schauen, wie viel du noch hast und dich zum all in zwingen. Dafür müsst ihr einfach nur all in sagen, weil du... All in. Du hast ja eh mehr. Moment, wo ist die Kamera? Es muss dramatisch sein. All in. Das ist nur Quatsch, weil du nicht all in gehst. Nein, ich geh nicht all in. Aber es ist ja egal. Ich hätt richtig Bock, dass Blitz das jetzt gewinnt. Blitz call? Ja, ich steh auf! Blitz call. Alter! Drilling-Neuner mit dem River. Das ist Full House. Ja, Mann. Der Drilling-Buh. Das ist auch Full House. Wahnsinn! Wahnsinn! Aber Full House! Wir haben einen Orlin. Oh Scheiße! Wir haben einen Orlin. Und das ist ja auch eine echt brutale Hand. Blitz hat drei... Da wundert er sich gerade. Aber das passiert im Poker. Ich geh mal ihn abfangen. Ja. Kommst du genau richtig. Perfekt. Perfektes Timing. Ass-Bube gegen 2-Neuner. Das ist der Wahnsinn. Drilling-Neuner. 2 Buben, du hast ein Full House. Ach still! Ich hab mich schon fast für mich gefreut. Um ehrlich zu sein, ist das unsportlich gewesen, dass er gerade sagt, er freut sich für mich, weil er dachte, das ist nicht in Ordnung. Dafür muss er eigentlich... Ich schick's zurück! Ich hab... Ey! Achso, das könnte ich auch. Seed open. Sonst... Tschüss, Blitz! Können wir vielleicht die Kamera... Das ist ja gewonnen. Es tut mir echt leid. Aber jetzt kann ich unser Video aus. Falsche Ansage von mir. Ich leide mich jetzt schon mal in dein Bettchen. Ich werde da schon mal eine kleine... Aber völlig richtig... Ich wollte schon mal ein Stück hier. Lass mich mal ein Stück nicht dazu. Ja, natürlich. Das ist auch schlimm. Weil keiner aufpasst. Ja, weil nach einer Stunde fliegt der erste raus. Zum Glück bist du da, Karl. Aber wenn keiner aufpasst, muss ja wenigstens ich auch. Nee, Quatsch. Sorry, stimmt ja gar nicht. Also, wir sind schon drauf. Du wolltest früh nach Hause. Du hast es geschafft. Aber durch so eine eklige Hand, das tut einem wirklich dann auch weh, ne? Ja. Also, das ist tatsächlich, wenn du, sag ich mal, 75 Prozent des Spiels nicht verstehst eigentlich die ganze Zeit. Was ihr wahrscheinlich des Öfteren auch oben gesagt haben werdet in der Kommentatorenkabine. Aber hier wusste ich eigentlich ziemlich genau, damit muss ich mitgehen in dem Sinne. Mit den drei Bübchen. Und dann, ja, das erste Mal zu wissen, dass man was auf der Hand hat. War trotzdem nett, dass du da warst. Schade, dass du die Pizza jetzt nicht mehr essen kannst. Was willst du, was du jetzt heißen? Nein, ich gehe jetzt an die Startlinie. Genau. Wir nehmen dich bitte in die Kommentatorenbox. Können wir noch ein bisschen fachsimpeln. Und da siehst du vor allen Dingen das Spiel mal aus unserem Blick, was auch eine Menge Spaß macht. Nächste Hand, bitte. Aber sonst war schon richtig, ey. Button dahin bitte. Small, blind, big blind. Warte mal, ich war echt schon Chef hier. Ja, deswegen zum Chris, bitte. Fuck, Simon ist natürlich jetzt echt eine Challenge. Kannst du da mal ein Auge drauf haben? Das ist jetzt das dritte Mal. Wie oft muss er cheaten, bis er rausfliegt? Ich habe mich einmal aufgedeckt. Bist du bestraft, wird heiß das. Ja. Außerdem bin ich mir sicher, dass die Pizza schon da ist. Und die alle nur wissen, dass wir all in gehen. Das glaube ich auch. Wenn wir da sind. Die verraten uns das nicht. Die ist fucking kalt nachher. Blitzer ist jetzt in der Pizza. Blitzer. Er ist jetzt dabei. Sophia, kalt. Äh, ich bin raus. Marco geht raus. Andi, kalt. Kannst du mich nochmal wechseln? Nicht während der Hand, bitte. Nicht während der Hand. Einfach reinlegen und sagen, call. Vierde Mal. Pogo. Bitte. Ich bin jetzt dran, ey. Nicht während der Hand. Ja, Dennis hat gecallt und du bist zusammen. Kann ich ja auch. Noch nicht? Bitte. Okay. Call ist eine Option und du callst. Chris callt. Call. Auch ein Call. Sieht man hat Option. Ich bin dabei. Option. Check. Ich bin dabei. Ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher, wo wir waren. Ich bin irgendwie okay. So. Jetzt haben wir den Blitz hier am Start und jetzt kannst du das alles mal von hier aus angucken. Ja, so ist es ja viel einfacher. Das muss ich ganz klar sagen. Ja. Ganz großes Spiel. Letzte Hand konntest du ja wirklich nichts machen. Das ist ja schlimm. Ja. Aber das ist auch das. Wie gesagt. Die letzte Hand ist halbwegs auch die erste Hand, wo ich begriffen hatte, dass ich was hatte. Ja. Ich meine, ich habe die ganze Zeit euch schon halbwegs im Ohr gehört mit so, wo ich auch den Flasch hatte oder was. So dieses so, der Blitz hat nicht die geringste Ahnung gehabt, was er auf der Hand hat. Ich war mir auch nicht sicher, ob du weißt, dass du den Flasch hattest. Ach nein. Nein. Ganz ehrlich, das Thema ist wirklich, ich bin letzte Woche angefragt worden, so von wegen hast du Bock, Pokern spiele ich den so. Ja, Pokern kriegst du schon irgendwie auf die Reihe. Dann hast du dich ein bisschen vorbereitet, so von wegen, wie sind die Hände. Ja. Aber das tatsächlich mal so durchzugehen, gar nicht gemacht. Und dann stehst du denn da. Und ich hatte ja gerade gelernt, dass bei den ganzen Drillingen, Zwillingen, was auch immer, die nicht zählen, die Farben. Ja, ja. Und das habe ich so aus meinem Herzen verbannt, dass ich denen so, naja, das ist ja super gelaufen und dann so, oh, gewonnen. Und jetzt am Ende war ich eigentlich der festen Überzeugung mit den drei Punkten. Dass du gut bist. Ja, ja, klar. Da war ich wirklich das erste Mal so, jetzt hast du was Gutes auf der Hand. Und dann, also ich habe mich schon die Ehrenrunde um den Block drehen sehen, so in dem Sinne. Aber, naja. Also ist es beim Pokern. Aber aus der Situation wären auch viele Profis nicht rausgekommen. Inklusive mir. Ich wäre da auch nicht rausgekommen. Ja, das ist schön zu hören. Macht dir keinen Vorwurf. Das macht mich ein kleines bisschen auch. Ja, macht dir keinen Vorwurf. Weil der Rest, das war wirklich, ey, teilweise wusste ich nicht, also sie wissen nicht, was sie tun. Das Remake ist hier wirklich... Sophia mit einer Idee, Bett 500. Also, das ist von Carsten, der annonciert Sophia mit einer Idee, Bett 500. Ich weiß nicht, ob das... Es ist natürlich offensichtlich ein Bluff. Ich weiß nicht, ob das jetzt die anderen Spieler gemerkt haben. Was hat er gemacht? Carsten hat gesagt, Sophia mit einer Idee, Bett 500. Auf das Ass am River. Ähm, da kann man ja vielleicht was draus lesen. Aber es könnte wirklich funktionieren. Guck dir das mal an. Hier hat ja wirklich niemand irgendwas. Also sie blöfft ganz klar? Ja, ja, klar. Und alle schmeißen wahrscheinlich auch weg? Das gibt's nicht. Ich weiß jetzt nicht... Das ist eine eiskalte Blöfferin, ne? Eiskalte. Also, um ehrlich zu sein, diese Geschichte hier, weißt du das so darzustellen? Ja, ich hab nur ein bisschen auf der PSP gespielt. Ich hab ihr das schon geflüstert. Ich geh fest davon aus, dass wir auf irgendeiner Online-Poker-Seite, wenn wir ihr Profil finden, das ist ein gottverdamter Shark oder so, wie ihr das sagt. Die hat uns alle nackig gemacht. Sie hat aber schon ein paar Mal so geblöfft, ne? Die Situation erkannt und gesagt, meine Güte, vielleicht komme ich damit durch, ne? Wie hast du sie so am Tisch erlebt? Wie ist sie so? Du saß da direkt neben ihr. Das Enttäuschende ist, dass sie halt total entspannt ist. Während ich da sitze, weißt du, mir läuft der Schweiß aus allen Poren. Du weißt gar nicht, was passiert. Ich mein, ganz ehrlich, mit so vielen Chips, ich weiß jetzt nicht, da eben waren ja die Zahlen zu sehen. Haben wir. Sie hat 20.550. Da würde ich auch ganz entspannt rangehen. Ja, die spielt jetzt den Lauf. Man merkt ganz klar, sie hat den Lauf und dann versucht sie auch mehrere Situationen zu nutzen, die man normalerweise vielleicht nicht unbedingt mitnehmen würde und dann blöfft sie halt. Und das funktioniert aber gerade, weil die anderen sitzen jetzt so da. Wir hören mal in die nächste Hand rein. Achso, ich bin dran. Deswegen sagst du auch nicht. Paypal? Äh, Paypal. Ja, ein bisschen Platz hier. 300. Marco, Raise auf 300. Das finde ich eine sehr gute Idee. Undifolt. Macht die die Entscheidung leichter? Ja. Raise auf 300 mit einem 500er? Ich, Marco? Guck mich nicht an, ich habe keine Schrift. Marco, Raise, was? Wenn er das ansagt, ist das ja legitim. Marco, Raise. Nikotin? Legitim. Gleich. Er hat schon wieder Erscheinung. Dann ist das Nikotin. Simon, hast du mal nachgerechnet, was du da an Klumpfeld da rumliegen hast? Ach, du kennst mich doch. Es ist einfach immer da. Ich mache mir einfach keine Sorgen um Geld. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so wenig. Das ist gar nicht so wenig, nee. Ich habe es schon extra so, damit ihr mich nicht schämt, Rich schämt, habe es in zwei gleich großen, wird es nicht so viel aussieht. Ich habe es auch versucht, aber Blitz hat trotzdem geneidet. Ich passe. Also da liegen 300, hast du ja. Was gibt es für eine Rendite? Ganz einfach. Ist nicht so einfach, weil da 500 liegt. Also vielleicht wird das eine entscheidende Hand für Dennis, weil er ja schon mit dem Race von Marco konfrontiert ist. Möglicherweise, wenn ich mir so den Chip-Count von Dennis ansehe, 5400. Vielleicht kriegt er da die ganze Kohle jetzt rein, ne? Mal gucken. Also da könnte es auf jeden Fall knallen. Das sind zwar richtig starke Hände. Er callt aber nur. Auf dem Race würde ich doch sagen, hey, da gehe ich nochmal drüber und bete auf 1000. Genau wie Sophia mit ihren Königen. Sophia hat mit ihren Königen auch nur bezahlt. Ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem von vielen Einsteigern. Die spielen ihre starken Hände langsam, weil sie dadurch denken, sie bekommen vielleicht mehr Chips. Aber eigentlich steigern sie nur ihr Risiko. Das ist das größte Problem. Was natürlich ein super Board jetzt ist für Dennis. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da echt noch knallen wird. Noch sind meine zwei Aßen mehr wert. Ich wollte gerade sagen. Oder zwei Könige. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das könnte auch der nächste Spieler sein, der ausscheidet. 2-2. Na, Marco hat ihn gecovert. Nein, nicht ganz. Dennis hat ihn gecovert, ja. Nein, Marco hat ihn gecovert, ja. Richtig. Komm, ich verwirre dich mit Pokership-Tricks. Dann denkst du, ich habe... Ich glaube, sie fühlen sich beide sehr, sehr wohl in ihrer Haut gerade. Ja, ich bin nicht dran. Habe ich zwischendurch auch. Also Marco ist sich ziemlich sicher, das ist mein Ding. Blind? Also ich weiß ja nicht, wie das von hier aussah, aber Marco hat, glaube ich, immer nur mitgespielt, wenn er was Gutes hat, oder? Ja, er war sehr reserviert bis jetzt. Und das Gefühl halte ich nämlich am Tisch auch, dass er nur mitgeht, wenn er was hat. Tausend! Wie gibt es tausend? Wolltest du dir ein bisschen früher ansagen? Auch da? Auf tausend Rays, Dennis? Was sagt der Fachmann? Ja, also es ist immer das gleiche Prinzip, genau wie vorhin. Wenn du es zu klein, zu günstig machst, gibst du dem Gegner eine Chance, dich auszudrawn, also eine bessere Hand zu machen. Aber genau in diesen Fällen ist es tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil es die Leute halt bei der Stange hält. Aber normalerweise ist es gefährlich, sowas zu machen. Stell dir jetzt mal vor, der Marco hätte eine Acht gehabt und hätte für 500 sich noch eine Acht kaufen können. Dann wäre das Geschrei bei den Assen jetzt groß. Dann würde er am Ende mit den Assen sagen, wie kann er sich denn da mit den Achten noch eine Karte nehmen. Aber er hat sie mal so günstig gemacht. Ja, ich will auch zuschauen. Wie sieht das von da hinten aus? Also wir haben hier das Glück im Unglück, dass das genau Konstellationen sind, in denen die Setzgrößen tatsächlich gut sind. Das wird ein Call, ja. Ich hoffe einfach, dass er nicht die Acht hat. Nee, ich glaube, das hat nur die Pizza. Nee, er hat nur die Asse. Jetzt macht er auch Slogan. Der Klassiker. Okay. Zwei Asse und Marco. Oh, weia. Jetzt hilft ihm nur noch die Dame. Das Ass hilft nicht mehr. Das letzte Ass im Deck. Wenn man das Unmögliche hat, muss man eigentlich direkt ansagen. Vier auf dem River, das war's. Rip is Queen. Ganz ehrlich, man kann es Marco in dieser Hand auch nicht verübeln. Und wir schauen uns jetzt, bevor wir die nächste Hand austeilen, Marco mal genauer an. Hier ist nämlich seine Vorstellungsmatz. Nachdem er jahrelang versuchte, Schalträger des Jahres zu werden, hat sich Marco Risch nun endlich am Pokertisch eingefunden. Bei GameStar arbeitete er früher Seite an Seite mit unserem Marco Giesel und hatte den Spitznamen Marco Nummer zwei. Wenn das nicht genug Ansporn ist, es heute allen zu zeigen. Als Filmexperte startete er beim YouTube-Format High Five durch. Und jetzt betreibt er den Kanal Nerdkultur und sammelt fleißig Abos unter Star Wars Anhängern. Viel Glück, Marco Nummer zwei. Viel Glück, aber Felix, das Turnier ist für ihn noch lange nicht zu Ende, glaube ich. Er hat auch Chips. Weil er hat nämlich noch Chips und man kann selbst als Shorty nochmal wiederkommen, oder? Ich hab ein Turnier schon mit 30 Chips gewonnen. Also da ist alles möglich. Ohne Witz, du musst nur in die richtige Situation kommen. Mit 30 Chips? Ja. Mit wie vielen Spielen war da? Das war ein Spinning Go von 500 Chips auf Startseck. Also du hast 30 Chips, im Endeffekt ist dann ein Big Blind oder was. Das kann alles passieren. Es gibt auch noch Spieler, die haben Turniere gewonnen mit unter einem Big Blind. Also da ist alles möglich. Chip in the chair, ne? Chip in the chair. Wem traust du denn den Sieg zu heute Abend? Um die Technik zu verbergen. Das ist auch schwierig. Also vom Kartenlauf her natürlich Sophia aktuell. Aber ich hab die Befürchtung, dass da irgendwo auch mal der Punkt kommt, wo sie vielleicht ihre Hände anfängt zu überspielen. Das ist immer die Gefahr, wenn sie einen guten Lauf hat und der Lauf irgendwann abbricht. Simon, auch nicht schlecht. Ich würde auch sagen, Simon weiß zumindest doch schon, was er tut. Ja. Also ich glaube, die beiden werden es nachher zwischen sich irgendwie ausmachen. Verliert macht man. Ja. Ja, das ist schon gut. Wir haben auch noch zwei Kandidaten, von denen wir noch gar nicht viel gesehen haben. Die können sich auch noch mal aus dem Gippel schmelden irgendwann. Also da ist noch alles möglich. Und die haben auch noch volle Chips. Also wir sehen hier zum Beispiel Anni mit 11.000. Wir sehen Dennis mit 10.000. Dennis ist jetzt auch im Rennen durch das Ding gerade eben. Das ist enttäuschend. Ich hatte die Kanzel drauf gebaut, dass Dennis geht. Weil er die Pizza will. Schade, kein Family Pot. Wieder ohne Partee. Sechs Spieler. So, wir hören mal rein am Tisch. Ich, ne? Check. Sophia checkt. Marco checkt. Check. Check. Dennis Christ checken. Check. Hauke checkt. Jetzt wirklich. Gruppenzwang, ne? Kann am Ende noch immer eskalieren. Ja. Nur um euch zu zeigen, dass man halt ein bisschen Action auch mal machen kann, ne? Simon, Bett, 150. Nein, das ist ein Bett. Bett. Alles gut. Call. Sophia, call. Marco fold. Ja, guck ihn dir an, Mann. Das ist halt gemein gegenüber den kleinen Klingen. Ich hab dich mal mehr von jeder Farbe ein. Solange du einen braunen hast, brauchst du dir keine Sorgen. Genau. Solange du einen braunen hast, brauchst du keine Sorgen. 150. Ja. Ey, wenn du so lange brauchst zum Folgen jetzt, ne? Ich hab getrunken. Lass mir die Zeit zum Trinken. Okay. Und ich bekomme nichts zu trinken, was die Schlimmer ist. Race. Oh, was ist das? Action-Flop im Moment sicher. Ja. Aber. Außer für Sophia ist hier alles dabei. Und man sieht's auch an den Gewinnwahrscheinlichkeiten. Man sieht den Open-End-Straight-Draw von Größ mit 25%, 10, 350%. Aber auch Dame-10 fühlt sich auf dem Flop ja bombenstark. Du denkst ja nicht, dass du geschlagen bist. Da würde ich auch nicht denken, dass ich geschlagen bin. Also ich seh die ganzen Karten, aber ich würde Dame-10 ja auch weiterspielen. Leg dich einfach hin, Jolly. Wir bringen's hinter uns. Drei Spieler. Oha. Ich seh schon, was jetzt kommt. Wenn wir uns mal ne Karte wünschen könnten auf dem River. Jochen, was würdest du sagen? Herz Ass. Herz Ass. Herz Ass. Oder Herz 6. Herz Ass wär super, weil das ist nämlich das sogenannte Steel Wheel. Von Ass bis 5 in einer Farbe ist eine der unwahrscheinlichsten Straight-Flash-Kombinationen, die es gibt im Poker. Von Ass bis 5. Sehr selten. Nach dem Royal Flash natürlich. Mach den mal in die Richtung. Kirby Enthusiasm. Kennst du das nicht? Wo er mit den Blicken versucht, den Ball rauszukriegen. Also Dennis wird nicht rausgehen noch. Nee. Der wird auf alle Fälle noch callen. Chris denkt auch noch, eigentlich nicht schlecht. Und Simon ist auch noch sicher. Ich glaub, die Hand ist auf alle Fälle, da ist noch ordentlich Potenzial für eine Poderhöhung drin. Sie haben beide noch ein Herz dabei. Chris checkt. Das Traumige ist, an dem ich mein Schiff zweimal habe. Was soll ich machen? Ich kriege jetzt dazu, dass Sie mal ein bisschen Feuer haben. Check, check, check. Wenn ich jetzt checkmache, haben wir gar nichts davon. Wenn ich jetzt 100, 100 steht hier. Das ist ja kein Junge. Kann nicht anders. Simon, Bett 100. Alter. Wir müssen mal ein bisschen pieken. Simon muss gepiekt werden. Ja, los. Es geht all hin. Gib's mir. Das ist ja immer so ein bisschen da auspackt. Dann wird das gefährlich. Das ist es schon, Andi. Diese Bett macht mich jetzt von Simon schon wieder so ein bisschen ratlos. Ja. Es schlagen ihn ja so viele Karten auf dem River. Wenn er nicht jetzt sogar schon geschlagen ist, da musst du doch Gas geben. Ich bin noch nicht ganz sicher. Aber es kann sein, dass der Flasch natürlich so ein bisschen die Action einfriert. Das ist oft so. Oha. Oha. Jetzt kann aber schön einer vielleicht einen Bluff ansetzen. Das Ass repräsentiert. Oder die 6. Ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt gesehen wird. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also 2 Paar. 10, 3 nach wie vor gut. 4, 5 macht jetzt auch 2 Paar. Dame 10 wird sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut fühlen. Ja, Andi, das ist echt nervig. Aber 4 Chips. Ja, ich denke auch check, check, check. Da ist die Pizza. Das ist die grüne Karte. Die Pizza ist da. Dennis geht all in. Ja. Sieht bedeckt. Wie schiebt er unter das Deck, wenn du die Karten bestemmelst, wenn du nicht siehst, was unten ist? Achso. Ich halte es ja in der Hand. Jetzt bist du, glaube ich, aus dem Konzept. Aber jetzt muss ich das mehr machen. Ich glaube, Dennis fühlt sich eingeschlafen. Ich weiß auch nicht, was jetzt war. Das ist ja getilter. Jetzt hat er wieder Call. Dennis hat sich endlich dazu entschieden zu checken. Ja, Simon, willst du Action oder was? Ja. Chris setzt 500. Chris ist mein Mann. Der Chris, ey. Simon callt das. Dennis callt das. Oh. Dann darf Chris jetzt zeigen. Oh, 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 oh. Ich glaube, die sehen die Straße nicht. Ja, was hat er da. Tupair. Vierer, Fünfer. Können Sie das schlagen? Tupair, eine Drei und eine Zehn. Das kann er schlagen. Tupair mit Drei und Zehn. Erzähl mir nicht, keiner von euch hat eine Straße, ey. Ja, ich habe so auf die gehofft. Ich habe auf einen Royal Flash gehofft. Nein, ja. Richtig. Also, Simon holt sich den Pott mit 3.450 Chips und der Blitz hat es gerade schon richtig gesehen. Hier ging an unserem Kommentatorenzimmer die Pizza vorbei. Viel Spaß beim Essen. Dennis, hau rein. Wir machen eine kurze, beziehungsweise eine etwas längere Pause und sind gleich wieder da. Guten Appetit. So, die Brücke zu schlagen von dem Thema vorhin, jetzt zum Pokern, fällt mir nicht einfach. Wir lassen es einfach. Die nächsten Karten werden gedealt und wir sind gespannt, wie das hier weitergeht. Wir gucken mal ganz kurz auf unseren Chips-Deck. Hauke mit 3.450. Simon hat Sophia überholt inzwischen. Ja. 27.000 bei Simon. Genau. Und Marco muss was tun, hat noch 1.700 Chips, aber kann trotzdem nochmal wiederkommen. Andi hat 11.600, Dennis 10.050 und Chris 5.050. Also, Sophia hat erstmal den Chip-Lied abgegeben. Halten wir das mal fest. Und Simon, mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Die sind auf alle Fälle jetzt gut gestärkt. Die Pizza hat geschmeckt. Kurze Pause tat ihn gut und jetzt geht es dann weiter. Genau. Ja, ja. Das war schon provokant. Nee, aber wegen den Störsignalen. Handy ist wieder auf Flugmodus. Das heißt Big Bang 2. Bist du Flugmodus, Robin? Nein, 100 noch. Bist du Flugmodus? So, eben draußen hieß es 100, 200. Wegen Störsignal, mach mal Flugmodus und WLAN. Er ist im Flop-Modus. Kannte ich nicht. Ich glaube, einer von der... Mir wurde nichts gesagt. Vielleicht mal raus. Was? Ist das korrekt? Ja, ich dachte, wir kriegen ausreichend Essen. Aber an dieser Stelle, Felix, müssen wir nochmal sagen. Also, es ist hier auch ganz gut, wenn man mal... Es sind alles Hobbyspieler. Ja, klar. Und du kennst das ja auch aus deinem Stream, dass viele Hobbyspieler eigentlich auch immer wieder die gleichen Fragen stellen und es immer wieder die gleichen Probleme gibt. Gerade hier wie Betthöhe, Wettsizes, nicht zu raisen auf dem Flop und so. Das ist aber ganz, ganz normal für Leute, die einfach nicht jeden Tag spielen, so wie du es natürlich in deinem Stream machst. Ja, ich meine, das sind die typischen Probleme, mit denen sich Einsteiger beschäftigen müssen. Das haben wir auch gerade eben bei Blitz schon gehört. Die sagen am Anfang, ich sollte mich lieber zurückhalten, ich will erstmal einen Flop gucken, ich will erstmal passiv spielen, ich will erstmal schauen, was passiert und so weiter. Und das ist eigentlich genau die falsche Herangehensweise. Eigentlich sollte man lieber aggressiv sein und versuchen, Chancen zu nutzen. Und das kann man nur, indem man geschicktes Betthizing verwendet und da eben höher ansetzt. Weil beim Puckern geht es darum, Druck zu erzeugen und den Gegner in eine schwere Situation zu bringen, wo er Fehler macht. Also aus der Komfortzone rauszulocken. Und genau das sehen wir hier noch nicht. Bisher werden die Blätter gespielt, bisher werden die Situationen erkannt, aber die Bettgrößen sind noch nicht so, dass man sagen kann, da steckt was dahinter. Bei so vier sehe ich die Ansätze. Aber da kann man bestimmt noch, es ist viel Luft nach oben noch. Shit truck from behind. So, Mund abwischen, weiter geht's, Simon. Eingesifft. Bist Chiplieder. Gib Gas. Das war keine Pizza. War Sprechkäse. War Drecke. Wenn die die Kamera festschrauben, fällt das mal in der Decke. Ich hab da auch noch ein halbes Stück, ne? Ich froh's mir nicht. Wann ist das denn los? Passiert schon. Kannst du mir eine Apfelschorle mitbringen, Chris? Ja. Shit talk from behind. Haben wir sowas hier? Wie ist denn das eigentlich noch her? Es ist eine Fernseesendung. So, die Spieler sortieren sich noch ein bisschen und haben vielleicht noch die einen oder anderen Pizza-Krümel im Mund. Zeit für uns, einfach mal einen Spieler vorzustellen, der den Tisch gebaut hat, und zwar Chris. Christian Pogocel. Christian Pogocel. Pogo. Der Ductape-schwingende Pole aus der Aufnahmeleitung kam erst spät nach Deutschland. Wenn er nicht gerade bei Wir-müssen-reden-den-Barkeeper spielt, auf Weltreise ist oder im Garten auf der Gitarre schrammelt, baut er die wunderschönen, billigen Kulissen hier auf dem Sender. Welche meinst du? Die andere. Du-ren, du-ren. Das war ein Du-ren, du-ren. Du-ren, du-ren. Du-ren, du-ren, du-ren. Kann sein. Sind wir schon ein R? Jupp. Stink's. Nein, wir spielen mal eine Runde im Off. Wir spielen eine Runde im Off. Sie laden bitte in die Boxen. Sind sie. Oh, das hätte ich gleich machen dürfen, ne? Anfassen. Darfst mich anfassen. Ich darf die Güler Safte anfassen. Nicht mit einem Fettfinger. Und mit meinen. Ihr müsst ihr doch immer. Nur weil er die Autoritätsperson ist. Ich müsste ihn provozieren. Das ist echt, als wären vier Klassen-Clowns. Die Blancs sind erhoben worden, ja? Wir haben vier Kloppen-Clowns. Das heißt, ich muss auch mit 200 reingehen, ja? Exakt. Oder höher. Wie sie wenden. Kohl von Dennis. Kohl. Kohl, Chris. Ich fuhlde. Hauke Fult. Kohl. Kohl. Simon, Kohl. Kohl, Simon, Kohl, Sophia, Fult, Mag. Option bei Andi. Checkt. Fault so gerne, aber ich habe nichts. Fertig okay für mich. Fünf Spieler. Äh, hä? Sieht so ein Krümel bei dir. Oh ja, das geht nicht. Das ist nicht gut. Andy checkt. Dennis checkt. Chris checkt. Hau geschläft. Simon, 400. Schon gefault. Ich finde das super interessant zu sehen jetzt, dass auf einmal die Leute, die zu Chips gekommen sind, wirklich Ideen bekommen und jetzt hier anfangen tatsächlich anzugreifen in Situationen, wo es gar nicht mal so schlecht aussieht, aber jetzt laufen sie da tatsächlich gegen die Hand von Chris. Aber man sieht, der Mut ist ja auf einmal mit denjenigen, die Chips haben. Das ist oft so. Nee, er hat nur einen Ass. Ich bin hier, ich sitze vor dir. Chris call. drei Spiele. Ich glaube, das war es aber dann mit der Hand, oder? Check. Also jetzt kann er sich nur noch erhoffen, dass er Bluffs bekommt. Und ich glaube, er muss checken. Das finde ich gut, dass er checkt jetzt. Guter Check, ne? Ja, guter Check. Er hat das Board komplett eingenommen. Da ist keine Möglichkeit mehr, für irgendwelche Leute was zu haben. Das heißt, er muss jetzt hoffen, dass jemand blufft. Und er nutzt die Situation gut. Ja, Sophia mit ihrem Flaschdor zieht nämlich an. Das ist voll irritierend. Ach, sie hat einen Flaschdor geturnt. Das sehe ich auch erst gerade. Sehr gut. Sehr gut hier. Soll er callen, der Chris? Call. Nur call, auf jeden Fall. Liegen schon 3.100 drin, ne? Simon wird jetzt wegschmeißen. Jetzt sei denn, ihm fällt doch irgendwas ein, was bei Simon nicht unmöglich ist. Also wenn jetzt ein Karo kommt, dann knallt es. Wenn kein Karo kommt, dann blufft Sophia vielleicht nochmal. Und dann hat Chris noch eine Möglichkeit, hier abzuschmatzen. Vor allen Dingen ist das für Chris super, weil er eh wenig Chips hat. Noch 4.900 dahinter. Und er braucht es einfach auch. Doofe Karte für ihn natürlich. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Check, Chris hier, die Disziplin hat zu checken nochmal mit seinem Full House. Das machen nämlich die wenigsten Amateurspieler. Die kriegen jetzt Angst und spielen selber an. Aber jetzt bin ich gespannt, ob er checkt. Siehste? Das ist genau das, was ich sage. Die bekommen jetzt Panik, dass sie keine Auszahlung mehr bekommen. Aber sie spielen ihre Hand eigentlich genau falsch herum. Jetzt nochmal zu checken und zu hoffen, dass man Bluff kassieren kann, ist viel besser, als anzuspielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du Geld kriegst durch einen Bluff, ist höher, als dass du Geld kriegst mit einem eigenen Wert. Richtig, richtig. So, 4-Fold. Das ist falsch herum gedacht quasi. Bis zum River richtig rum. Der Ansatz war gut, zu checken. Und auf dem River muss man einfach zum Turm Disziplin haben, konsequent sein. Und die Eier haben, zu checken. Das haben die wenigsten. Passt eigentlich mal wieder ein paar Chips auf deinem Tisch. Das ist schön. Wohl verdient, ne? Fein. Hab ich fein gemacht. Ein paar ist gut. Also das ist nicht so wenig, was er da jetzt hat. Wir haben auch mal das Zuschauer-Ranking der besten acht Zuschauer hier stehen. Flopper FPS mit 103.000 Perzerquetschten. Theo Fries dahinter mit 65.000. Ihr könnt weiter betten auf eure Spieler, von denen ihr glaubt, die machen jetzt die nächste Hand klar. Das funktioniert immer bis zum Flop. Also, viel Spaß dabei. Es geht ja auch um was. Und zwar um unterschiedliche Merchandise-Pakete in unterschiedlicher Größe. Achso, ich muss es mal gucken, ne? Krass. Könige. Könige bei Andi. Chris Kolt. Und schon wieder. Auch gekolt. Oh, Kolt. Das klingt auch, ey. Das ist ein großer Anteil meines Kapitals. Das tut so weh. Und schon wieder. Die kleine Nagelstiche. Ähm, achso. Das ist so wein. Andi Kolt. Da noch mal zwei drauf. Leider zu spät. Zu spät. Finde ich gut, danke. Immer ansagen. Ja, stimmt. Das war natürlich jetzt ärgerlich. Er wollte eigentlich raisen. Und genau das ist jetzt eingetroffen. Eine Art Stringbet hat er gemacht. Genau. Erst mal was reinzuschicken. Und da war der Dealer der Karsten Eisenharder gesagt, nee, 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 geht nicht. Hat er genau was geklärt. Aber er hat sich gut verhalten. Ja. Manche Spieler würden jetzt sagen, oh Mist, ich wollte... Und er hat gesagt, alles klar. Na gut, okay. Bevor die anderen es merken, dass ich sehr stark bin. Äh, ziehe ich dann zurück. Oder ist das nicht so schlimm. Aber Glück im Unglück. Der Flop gibt dem immer noch die beste Hand jetzt. Mit Top-Dupair. Man sieht die Gewinnwahrscheinlichkeit 96%. Ich will jetzt keinen Tipp geben, auf wen ihr setzen sollt, aber... So viel raus. Ach komm. Geht auch nicht mehr. Dann ist er gut. Zwei, sieben, sieben. Komm. Das war auch ein schönes Blatt. Aber hier wäre es auch zum Beispiel ratsam, tatsächlich die Könige zu checken auf diesem Board. Weil von was will er Action bekommen, wenn er Könige hat? Sieben, sieben, zwei. Entweder bekommt er von der sieben Action oder keiner bezahlt, weil niemand was getroffen hat. Also hier sind oft... Es ist wichtig, einfach zu wissen, wann man geschickt taktieren sollte. Also man muss tatsächlich auch mal schauen, nicht immer nur zu betten, wenn man denkt, man hat die beste Hand. Man muss auch oft checken, man muss halt irgendwie variieren zwischen den Betting-Lines, um zu gucken, wie kriegt man das Maximum raus aus den anderen Händen. Und wo ist das Risiko gegenüber dem Reward, was man kriegen kann. Und in diesem Fall Reward gering, Risiko auch gering. Also kann er einfach nochmal warten. Ich wollte erst den Small-Blind auf Big-Blind und dann wollte ich erhöhen. Du checkst das nochmal, oder was? Das hast du vorher auch nicht gemacht, als getauscht worden. Wieso checkst du denn bei mir? Es wurde schon dreimal getauscht und es wurde nicht gecheckt. Natürlich wurde es gecheckt. Das ist fucking Profile, das ist diskriminierend. Er hat doch für dich gecheckt. Weißt du doch nicht, wenn Simon mir aus Nettigkeit mehr gegeben hätte, hätte er die bestimmt eingesteckt, wie ich ihn kenne. Aus Nettigkeit. Was hättest du dann gemacht? Hättest du die eingesackt oder ihn zurückgegeben? Sag's genau. Guck die Wiederholung. Ich hab alles gecheckt. Und setz einen blind, sonst kriegst du keine Karten. Achso, ja, ich auch, ne? Ich bin Big, oder? Ja. Ganz großer Junge. Hauke Fold. Ich bin jetzt aber schnell. Simon, du bist nicht die erste Halbzeit, bei der ich nicht lange nachdenken muss mit dem Pult. Sophia Colt. Das Problem ist, dass man dann aber auch weiß, wenn du mitgehst, dann hast du auch meistens was. So, das ist jetzt die Chance, Marco einfach alles reinzuschieben. Marco hat noch 1600. Ihr habt halt so viel, dass ihr seid der... Er ist auf 600. Eigentlich mit 8 Big Blend muss das alles rein, oder? Und hoffen, dass es ein Ass-Bube ist 10 oder irgendein Ass-Call. Genau, er kann direkt all hingehen, weil alles, was jetzt nach dem... nach der nächsten Straße passiert, ist, seine restlichen Chips waren dann eh in die Mitte. Das Blöde ist nämlich, wenn er jetzt nicht trifft, steht er da und überlegt sich, kann ich jetzt noch eine Continuation, also nochmal eine Bet machen, wenn ich nicht getroffen habe, oder muss ich die Hand dann wieder wegschmeißen? Deshalb die Entscheidung in der Situation, lieber vorm Flop treffen mit so wenig Big Blinds. Genau, er riskiert sonst zu viele Chips von seinem Stack, um eben einen Flop zu sehen und anderen erlaubt er eben dadurch noch günstig einen Flop zu sehen und das kann sich nachteilig auf ihn auswirken. Deswegen lieber sofort das Ding all in bringen und die ganzen Chips abräumen. Du bist Marco. Aber er hat Glück und Unglück, auch hier wieder, er trifft auf viele Hände, die er dominiert hat. Er hat A6 dominiert und er hat Dame 6 dominiert. Und guck mal, wie die sich alle gegenseitig die Outs klauen hier mit der 6 und mit der Dame. Das heißt, Marcos Gewinnwahrscheinlichkeit steigt gerade auf 49 Prozent und 9-4 in Kreuz hat auf einmal 32 Prozent vor dem Flop. Das ist der Wahnsinn. Das ist natürlich das Best-Case-Szenario, was jetzt eingetreten ist. Er hat tatsächlich die Hand mit dabei, die er absolut dominiert hat. Aber da kommt tatsächlich die 6 noch. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Und zack, drehen sich die Wahrscheinlichkeiten genau herum, wie man sieht. Von 85 zu 15. 15 zu 85. 1050. 1050. Oh, der arme Marco. Aber ich kann mir vorstellen, dass er noch foldet jetzt. Er geht doch sowieso gleich all in. Ja, ne? Warten wir mal ab. Wir sind mal leise hier. Das wird spannend. Ja, lass uns spielen. 1050. Dennis, Bett 1050. Marco called. Showdown. Das ist schicksalhaft. Das ist die gleiche Hand nochmal. Aber hast nix getroffen bis jetzt, ne? Nö, aber zwei gute Karten. Aber das hat er getroffen. Ass, Dame of Suits. Bei Marco. Gegen Dame. Und 6. Man weiß es noch nicht. Nee, nee, nee. Komm, da kommt noch was. Ein Ass kann dich treffen. Also, Marco braucht das Ass. Alles andere bringt nix. Oder Runner, Runner, Straight. Also Bube und König noch, ne? Jetzt hilft nur noch das Ass. Bei uns im Stream nennen wir das Ace on the River. Barry Greenstein hat das Buch dazu geschrieben. Ne, da ist es nicht. Ich gehe mal in den Spielsammel. Ach Gott. Der Arme. Du hast es gut gemacht. Du hast es gut gemacht. Du hast es richtig gemacht. Also mit der Karte wäre ich auch dann voll hingegangen. Da habe ich auch ein Züßchen her. Oh, das wird ja gemütlich auf einmal hier. Hast du dich so eingeengt? Ja, schön. Ich kann endlich auch sehen. Hey, du. Alles gut? Ach, hören Sie doch auf. Denkst du an die 10 Euro, ne? Ja, natürlich. Die ganze Zeit. Es war auch gefühlt mehr Pech als Unvermögen. Schreckt war Marco nicht. Oh, Marco, das war in der letzten Hand natürlich ein bisschen bitter. Felix und ich, wir hatten uns die Frage gestellt, warum du nicht direkt alles reinschiebst mit 8 Big Blancs. Stimmt. Das habe ich mir nachher auch gefragt. Ich habe gemerkt, dass er jetzt so wenig ist. Wobei, es hat ja gereicht, um die anderen zwei rauszukriegen. Die Frage ist, ob Dennis mitgegangen wäre. Und ich würde sagen, wahrscheinlich nicht mit der Hand. Es hat mich gewundert, dass er überhaupt mitgegangen ist mit der Hand. Also, weil er ist so groß, das stimmt nicht. Da war er gar nicht. Aber das ist mein Problem gewesen. Ich habe den Dennis halt zweimal unterschätzt, auch nur mit der gleichen Hand. Und das wurde bestraft. Ärgerlich, aber du hast einen Platz bei uns jetzt in der Kommentatorenbox. Wem traust du den Sieg jetzt hier zu? Oh, schwierig. Schwierig, schwierig. Also, ich glaube, Dennis hat gezeigt, dass er es am Ende doch ein bisschen kann. Aber ich glaube, puh, schwierig, schwierig. Die Monat übertrieben. Ich sage nicht, Dennis. Ich habe eine gute Nachricht. Die meisten Zuschauer haben in dieser Hand auf dich gewettet mit 92%. Aber so ist Poker, ne? Kommt die 6, machst du nix. Trotzdem, danke, dass du da warst. Und wir sehen dich gleich bei uns, bei Felix. Wir können doch schon weiterspielen, aber währenddessen oder nicht. Es spart Zeit, ne? Muss ich das euch erklären, oder was? Oh, nee. Scan, 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 scan. Sieben kommt. Hier kommt. So, es wird hier gemütlich. Der zweite Spieler, der vom Tisch genommen ist, ist jetzt bei uns. Felix, sag was zu seinem Spiel. Okay, du konntest ja echt nix machen. Du konntest nix machen. Gut, in der letzten Hand hättest du alle deine Chips einfach riskieren sollen. Vor dem Flop schon. Dann wäre Dame 6 nicht mitgegangen. Das war auch wirklich meine Überlegung. Das war wirklich meine Überlegung. Für die anderen zwei. Ich habe gedacht, okay, ich will nicht gegen einen spielen. Dafür war es tatsächlich die richtige Zahl. Aber dass der Dennis dann auch so in der Hand mitgeht. Du wirst es auch nicht gerne hören, aber die anderen Sechser und Damen waren auch komplett aus dem Deck. Das heißt, diese eine Sechs war seine einzige Chance zu gewinnen. Und er hat sie tatsächlich getroffen. Du warst echt nicht gerade mit Glück gesegnet in dieser Runde. Ich war nicht mit Glück gesegnet, aber gut. Das sind, ich hätte vielleicht auch besser spielen müssen. Nein, die Entscheidungen waren gut getroffen. Ohne Witz. Also, ich fand deine Entscheidung gut gewählt. Du hast zweimal Astame zu Lüde gespielt. Die letzte Astame hättest du vor dem Flop all hinstellen können. Aber die andere Astame, da konntest du nicht raus. Da wäre ich auch nicht rausgekommen. Ich habe es ja sonst auch nicht geschafft. Also, ich habe sehr tight passive gespielt. Die Blei der Höhen waren ja so niedrig. Deswegen fand ich tight passive die richtige Taktik. Ja, das hätte ich halt, ich hätte das erste Mal, wo ich All-In gegangen bin, hätte ich das einfach gewinnen müssen. Und dann würde alles anders aussehen. Aber es ist halt nicht passiert. Muss man ihm lassen. Es ist zwar schwierig, ein besserer, Anführungsstrich, ein besserer Spieler hätte niemals so die zwei Astle gespielt. Aber es ist ja auch meine Aufgabe, dann rauszufinden, dass er vielleicht so spielt. Oder so mit zwei Kings spielt. Hätte ja das Gleiche sein können. Also, insofern sehe ich schon Fehler bei mir. Naja, ich sehe es unproblematisch, nicht ganz so schlimm wie du. Also, ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich. Vor allem, wie du an die Geschichte rangehst jetzt, an die Pokerstrategie, das hört sich gut an. Weiter so, bitte. Es klappt sonst besser. Wir gucken uns jetzt mal diese Hand in Ruhe an. Simon hat nämlich wieder fast 70 Prozent und wird sich möglicherweise auch diese Hand wieder einverleiben. Da ist aber auch nicht viel los hier. Doch, die Fünf. Die Fünf bezahlt. Ach, darf ich noch gar nicht, oder? Ja, vorgegriffen. Vorgegriffen, wieder zurück. Das heißt, jetzt darfst du nicht mehr selbst investieren. Ja, ich checke jetzt. Moment, er hat vorgegriffen, er darf jetzt nichts mehr machen. Er darf nur das machen, was du gemacht hast. Ja, genau, checken oder folden darfst du jetzt. Check. Na? Ist das eine Bestätigung? Tipp von mir? Nicht. Jetzt ist... Was soll man da machen, ne? Mal gucken, was du machst. Ich hab schon so einen Verdacht, was er macht. Simon, bett 2000. Das überrascht mich. Ich bin nicht so voll an, Simon. Ja, komm, Simon. Ich gönn's dir, ja? Chris geht raus, Simon. Du hast es ja nicht... Das hätte man auch fünf Minuten früher haben können. Absolut Null, Mann. Alle Kacken sind ja auch ein Null. Wie bitte? Mann, Mann. Entschuldigung. Danke. Kannst du tauschen? Das sind so ein Scheiß. Das ist mir so ein Fünfhundert hat er gegeben. Wie viel willst du? Fünfhundert. Watt-Move, bitte? Watt-Move? Simon darf nicht drin, ey. Das sind vier. Ich dachte, ja, alle Button. Das sind nice. Button-Move. Wenn du so die Spiele am Tisch beschreibst, aus deiner Spielerperspektive, wie sind die so für dich gefühlsmäßig gewesen? Hauke hat es ähnlich gemacht wie ich, sehr tight passive. Also, wie sagt man so schön? Stone? Ne, Rock. Rock, ne? Ja, dann... Ja, als Rock bezeichnet. Ja, als Rock. Und dann geht es da genauso wie mir. Wir haben uns auch vorhin in den Pausen drüber unterhalten. Wir haben halt sehr große Probleme mit so Loose-Aggressive-Spielen zu spielen einfach. Wir merken halt, auch wenn du gut erhöhst, es gehen trotzdem zu viele mit. Ja. Und damit haben wir beide halt nur Probleme. Und das ist natürlich doof. Das sind wir vielleicht bei acht von zehn Spielen besser, aber in diesem Spiel halt nicht. Und ich finde, der Simon macht es eigentlich relativ gut. Nein, nein, Entschuldigung. Also, gerade dieses Schauspielen macht er gut. Also, diese so, ach, ich überlege und da war ich... Eigentlich habe ich ja ein Full House. Ja. Das macht er ganz gut. Bei Dennis bin ich immer noch gespannt. Also, ich finde es zumindest schwer lesbar. Also, vom Gesicht her schwer lesbar. Ob der jetzt zwei Asse hat oder Bube 6, das war das gleiche Gesicht. Das war wirklich nicht so einfach, wie ich es mir gedacht hätte. Interessant. Ich hatte gedacht, dass der Alkohol ihn aggressiver macht. Und überlegter. Da habe ich mich getäuscht. Ich trinke immer ganz diszipliniert ganz viel Wasser, damit sowas mir nicht passiert. Sehr löblich. Das heißt aber, ich glaube, du hast auch öfter gespielt, ne? Du hast zehnmal, also spielst du online oder mit Freunden viel? Ich habe eine Zeit lang ein bisschen online gespielt, aber ich bin da nicht wirklich gut drin. Ich spiele sehr gerne mit Freunden. Und, ja, habe mich natürlich ein bisschen Poker eingelesen. Ich bin schon ein Fan. So ist es nicht. Ja, man merkt das auch so ein bisschen. Also, wie du adiat und weißt, wie du über die Pokerstrategie so sprichst. Es geht auch besser. Es geht auch besser. Wir hatten letztes Jahr bei der Gamescom, da war das Motto bei der Branchenparty Casino. Und da habe ich mich mit fünf Euro eingekauft und bin mit 120 wieder raus. Das Problem war, das war für einen guten Zweck. Ich konnte es leider nicht einsetzen. Ich habe im Prinzip nur fünf Euro gezahlt. Aber es ist auch eher mein Ding, Cashgame tatsächlich. Also, gerade bei Cashgame tue ich mich leichter mit, in Anführungsstrichen, so Loose-Aggressive-Spielern. Die kann man, finde ich, besser ausnehmen. Da kann man es sich noch gemütlicher angehen lassen. Du kannst ja nachkaufen die ganze Zeit. Das ist ja das Ding. Ja, genau. Die kannst du auch richtig schön ausnehmen. Und das ist natürlich, Tournament. Tournament bin ich nicht ganz so gut. Also, es gibt Phasen, da bin ich immer in den letzten zwei oder drei. Oder in der Bubble, wie man so schön sagt. Aber heute hat es ja natürlich gar nicht geklappt. Deswegen bin ich gerade wie ein Blinder, der von seinem Lieblings-Porno redet. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Also, Tipp, den ich dir für Turnier-Poker mitgeben kann, ist auf jeden Fall, wenn du in die späte Phase kommst, push deine Hände direkt all in. Also, sei aggressiver, auch mit deinen mittelstarken Händen. Du musst nicht unbedingt As-Dame sein. Kann auch mal As-6 sein oder As-7 oder so. Wenn du sehr wenig Big Blinds hast, gerade wenn du da Probleme kriegst, tu es rein. Mein Tipp von mir, schau den Stream von Felix Grinding it up bei Twitch. Grinding it up TV kannst du auch mal gucken. Und wir spielen auch jeden Tag Turniere. Jeden Tag, die spielen viele Turniere. Da lernt man so viel bei ihnen. Wir sind in einem Boot. Ich bin auch ehemaliger Cash-Game-Spieler, habe Ewigkeiten nur Cash-Game gespielt. Und jetzt langsam fange ich auch mit Turnier-Poker an. Da hat der Dennis mal schön den Flasch gemacht. Und kein Hauch einer Freude in seinem Gesicht. Aber Sophie zieht mit 1.000 Euro an. Mit 1.500. Aber wisst ihr, was richtig schade ist? Der Bube ist schon raus, meinst du? Wir können keinen Royal Flasch mehr sehen. So, jetzt bin ich gespannt auf den Trash-Talk. Ich muss mal einen Royal Flasch mehr sehen. Seid mal ruhig, ich will das hören. Nö, ne? Ich bin nicht dabei. Nee, wir sind... It's just us. Du, heads up. Nur du und Sophie. Mach auch mal wieder... Ich will auch so ein bisschen reden. Ein bisschen lesen. Okay, cool. Dennis, call. Interessant, interessant. Wieso machst du das immer, wenn du draußen bist? Mach das doch, wenn du dabei bist, Alter. Wenn ich dann die Zeitung habe. Sei doch mal neutral, wenn du draußen bist. Ich muss mich gerade konzentriert. Das war ein starker Call von Dennis, oder? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sophia jetzt nochmal andengelt, oder? Ich muss dich lernen. Felix, das wird jetzt interessant auf dem River. Check. Ich glaube, Sophia denkt, sie ist gut. Das hat er super gemacht. Vor allem so lange zu überlegen für den Call und alles. Sie denkt, sie ist gut dabei. Sie hat mich vorhin noch gefragt, wie nochmal ein Flasch, also wie das nochmal genau funktioniert. Ja. Und sie weiß sicher, dass sie jetzt ein Flasch hat. Und das wird sie zu sicher machen. Jetzt frage ich mich, wie Dennis jetzt reagiert. Also er musste schon eine gewisse Menge setzen. Ich könnte mir über Sophia einen Rerate vorstellen. Ich finde, sein Schauspiel finde ich gut. Ich finde es gut und ich glaube, er checkt. Boah. Nein. Doch, weniger Schauspiel dabei, als ich gedacht habe. Das ist verboten. Verboten. Das muss ein Penalty geben. Auf der World Series of Poker wird der jetzt erstmal für die nächsten Runden ausgesperrt, weil man die Nuts auf dem River nicht hinterher checken darf. Das ist verboten. Reden wir gleich noch drüber. Wir verdauen jetzt diese Hand. Er hat wirklich einen Flasch gehabt. Also, der hat die stärkste Hand gehabt. Der hat die stärkste Hand. Die bestmögliche Kombination des Flasches. Dame, Bube wäre besser, aber der Bube liegt bei Sophia. So, wir wundern uns drei Minuten lang. Atmen tief durch und dann geht es gleich, liebe Freunde, weiter. So, wir müssen eben kurz aufklären, weil natürlich im Chat sich auch viele gerade die Frage stellen, warum war dein Felix so echauffiert? Du kommst vom Turnierpoker. Du bist Profi. Das, was wir hier spielen, ist eher Amüsement. Und bei euch im Casino kriegt man Penalty, wenn man was macht, wie Dennis gerade. Es geht normalerweise darum, man darf auf dem River auf der letzten Karte die bestmögliche Hand nicht hinterher checken, weil es könnte ausgelegt werden als ein sogenanntes Softplay, dass man versucht halt mit einem Spieler zusammen zu spielen. Man möchte keine Chips mehr von dem Spieler. Das ist deswegen wichtig, weil bei Turnieren es sein kann, dass andere Spieler Anteil an anderen Spielern haben in einem Turnier. Also, zum Beispiel, ich sage, ich gebe dir für das Turnierbein von 1000 Dollar, gebe ich dir 300 oder 500 Dollar und bin daran beteiligt, was du gewinnst. Und es kann gut sein, dass bestimmte Spieler sich nicht gegenseitig aus dem Turnier nehmen wollen, um sich dann eben die Chips hin und her zu schieben oder eben die Chips so zu lasten, wie sie sind. Und das ist gefährlich. Und da gibt es eigentlich dann immer sofort ein Penalty für. Genau. Hier in der Runde akzeptieren wir das. Und Dennis hat auch gesagt, er wusste gar nicht, dass er die bis dahin hat. Völlig in Ordnung. Das war überhaupt keine Absicht. Aber es ist mal gut zu wissen, wie ihr das so als Profis so seht. Hermann geht da völlig unbedarft dran. So, für euch wieder die Chance, natürlich die nächste Runde zu starten und auf eure Spieler, wo ihr meint, die gewinnen jetzt, diese Hand zu setzen. Und wir haben auch einen Zwischenstand. Hülsenfruchtzwerg führt im Moment mit 137.200. Flopper FPS mit 103.996. Und Nefariux 72.000. Das sind unsere besten acht Zuschauer, die ihr da seht. Weiterspielen. In der letzten Hand gecheckt, ja, das ist halt freundliches Spiel. Also das wäre die Antwort. Turnierregeln, nicht, oder? Habe ich zwar nicht explizit erwähnt, weil es sehr selten vorkommt, aber... Aber in der Frage, woher soll Dennis wissen, dass er die Nats hat? Das kannst du dir ausrechnen, bei dem, was da liegt. Naja, bei dem, was da liegt, weiß man es ja. Das war das Beste, was möglich war, aus dem zu machen, was da lag. Es lag ja schon auf. Der mit 3000. Es lag ja schon auf. Die Karten, die Karten... Hatte die Klappe faul. Sorry, Freunde. Weil er hat selbst die Karten zu einem Straight-Flush weggenommen, also war sein Flush mit der Dame das höchste Mögliche. Andi, bitte. Das Mikrofon weckt, der spuckt so da rein. Andi called. Dennis called. Aber bitte noch ein Hunderter mehr. So, wir haben Marco nochmal zu uns geholt, für zwei Hände. Es ist schon schön, hier in der Kommentatorenbock zu sitzen und die Prozentzahlen zu sehen. Zu Fachsimpel. Zu Fachsimpel, das ist schon anders, ne? Hier. Wir wissen einfach alles. Ich darf mich doch immer anders ärgern, dass ich meine Kälte nicht gesehen habe. Schreck. Ich passe. Alle mal nach links, liebe Leute, dann sehen wir uns alle. Ja, ja, ja. Sechs Spieler, Family Pod. Das klingt so schön, Family Pod, ne? Ah, die Familie ist so wichtig in Polen. Ist aber nicht viel dabei. Kein Treffer. Doch die sieben. Check. Simon checkt. So, vier, fünfhundert. Ah, Hauke mit Asbubel, den habe ich gar nicht gesehen hier unten. Ja, aber Hauke hat so einen kleinen Steep. Das ist doch die Wahrheit. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Nee. Ja, wirklich wohl kann er sich nicht fühlen bei so vielen Gegnern. Warum nicht? Andi, Fold. Weil, nee. Ich wollte, dachte eigentlich, ich bin der Erste, der geht. Aber jetzt irgendwie gerade denke ich, ach, da. Jetzt hast du angebissen. Dennis, Fold. Man könnte ja auch ganz total aggressiv spielen. Marco, bist du denn auch so einer, der auch dann so bei Rechnet und Prozentzahlen? Ja, ich bin ja selber auch, ich bin nicht gut bei Potts ausrechnen. Da gehe ich eher so nach Gefühl, er ist so ungefähr, Potts heißen. Ja, passt, ich habe 20 Prozent. Ich finde ja, die Stochastik ist ja relativ einfach bei Poker. Im Worst Case muss man einfach nur die Tabelle auswendig lernen. Das ist auch nur 15 Minuten Arbeit. Also, da möchte ich nicht so sehr damit angeben, dass ich das ausrechnen kann, weil im Ergebnis kommt er eben doch auf die Psychologie an. Ich habe versucht, alle Gegner ein bisschen einzuordnen und habe mich bei Dennis einfach ein bisschen zu sehr vertan. Also, ich hätte ihn einfach mit zwei Assen anders eingeschätzt. Ich hätte gedacht, dass er mehr Loose spielt, wenn er zwei Assen hat. Aber das war der Fall. Das war nicht der Fall. Er hat nur gecallt. Der Calling-Station. Sophia hat jetzt ein All-In gecallt von Hauke mit fünf, das ist sechs, sportlich. Oh, Hauke ist doch All-In gegangen, das finde ich gut. Also, wenn ich mir jetzt eine Karte wünschen würde, wäre es die Vier auf dem Turn. Ja, die Vier, natürlich. Damit das noch auf dem River spannend ist. Die Vier auf dem Turn. Die Acht ist auch gut. So, wenn du schon mal eine Fünf. Jetzt jede Sechs, jede Fünf. Hauke schüttelt schon den Kopf und hat Angst. Zurecht. Achtung, Sechs. Boah. Ich hätte so gelacht, Digga. Ich kriege ganz mit Haukes Ehrung. Also, ich habe wie gesagt, mit Hauke ein bisschen unterhalten. Er weiß schon, was er tut. Und dann direkt nach mir ausscheiden ist nicht schön. So, Zeit für uns, unsere Andi Mats zu zeigen. Das ist unser Spieler Andi am Tisch. Da sitzt er nun, der kleine Video-Artist und denkt darüber nach, wie viele Filmpreise er in dieser vergeudeten Zeit hätte gewinnen können. Der ehemalige norddeutsche Skateboard-Landesmeister ist bekennender Anhänger der Diarrhoe-Sekte. So richtig erfolgreich ist Andreas Magic-Badet allerdings nur auf Ebay, wo er kitschige Bilder zu überteuerten Preisen an ahnungslose Hartz-IV-Empfänger verschleudert. Statt endlich mal vom Bungee-Turm zu springen und was gegen die Höhenangst zu tun, lernt er lieber billige Zaubertricks, um Frauen in Bars anzugraben. Und nun hockt er hier, am Pokertisch. Und es gibt noch nicht mal Sekt. Ja, mit 12.000 Chips ist Andi eigentlich auch noch ganz gut dabei, ne? Also, es ist das gleiche Prinzip. Hinten kackt die Ente. Es kommt am Anfang gar nicht drauf an, wie viele Chips du hast. Es geht nur darum, wer am Ende noch übrig ist. Und das kann auch jemand mit einem Short-Stack sein. Er muss sich nur durchmanövrieren können, das ist alles. Ich muss bei Sophia ein bisschen dazu sagen, wir hatten uns während dem Spiel so ein bisschen unterhalten. Und ich habe ihr versucht zu erklären, also, welche Menge man vielleicht setzen sollte, wenn sie jemanden wirklich noch rauskriegen würde. Und sie hat es nicht so richtig umrissen. Und ich glaube tatsächlich, 500 ist so ein Standard-Bett, den sie gerne macht. Egal, ob sie gute Karten hat oder schlechte. Also, ihre Vorstellung von Bers ist 500. Und das macht sie zwar schwer lesbar, was teilweise gut für sie war, aber in dem Moment hat sie es halt einfach Geld gekostet. Ja, wir haben uns auch schon festgestellt, dass die Bet-Sizes gar nicht so sitzen. Denen ist gar nicht so bewusst, dass wir hier wirklich Nole mit Holdem spielen. Also, sie können variieren und sie variieren einfach nicht. Sie betten entweder ganz wenig oder halt genau diese 400er, 500er-Betts. Das passiert die ganze Zeit. Simon immer 1000 zum Beispiel. Ja, stimmt. Ich hasse mich so sehr. So, da stehst du dann mit Asskönig und weißt erst mal mit dem Floppen nicht zu viel anzufangen. Gibt es ein bekanntes Poker-Meme. Die Maus kommt aus dem Mäuseloch mit Asskönig und freut sich. Und dann kommt der Flop, 9, 7, 5 und die Maus geht wieder zurück ins Mäuseloch. Das ist ein klassisches Poker-Meme. Direkt mit 9, 7, 5 dann. Ja, man kann auch 9, 8, 7 sagen. Oder irgendwelche drei Straight-Cards, die halt mit Asskönig nichts zu tun haben. Weil das ist oft so. Asskönig spielt sich halt sehr schwierig. Und deswegen haben auch gerade Einsteiger viele Probleme damit. Ich bin gespannt, ob Simon jetzt durch Trash-Talk ihn von der Hand bringt. Das kann er nicht tun. Warum sollte er das tun? Wenn du die alle, dann kannst du gleich alles. Dann kannst du auch alle hingehen. Ja. Also, Trash-Talk. Okay, fangen wir mal. Dann ist Bett 1000. Simon. Dann kannst du auch gleich noch hingehen. Okay, ich bin raus. Hier geht das jetzt, ich bin raus. So ein Scheiß. Was, was? Ach so, ja. Button bitte zu und ich schaue auf ihr Dekollet. Okay, nächste Hand. Marco. Du bist leider vom Tisch geflogen. Das tut uns allen sehr leid. Vor allem mir, weil ich gegen Felix das Größte gehofft habe. Ja, wir haben immer gesagt, wer wird denn das Bein kommen? Ich habe gesagt, Marco schafft es. Ist leider nicht so geworden. Aber du kannst auf alle Fälle hier noch weiter gucken. Ja, mache ich auch. Du darfst jetzt noch einen Tipp abgeben, wer den Tisch jetzt hier rockt. Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich jetzt im Moment glaube tatsächlich, dass es Dennis ist. Ich hoffe, dass es Hauke ist, ehrlich gesagt. Ich würde es ihm einfach gönnen, weil er ein besserer Spieler ist, als es der Stack abbildet. Und er hat ja jetzt auch wieder ordentlich zugelangt. Ich traue mir zumindest zu, dass er es noch in den ersten drei schafft. Nur dadurch, dass er von so weit unten kommt, wird es halt schwierig für ihn. Aber ich muss halt sagen, der Dennis, er macht zwar auch viele Fehler, aber er hat ein sehr gutes Pokerface und spielt es teilweise richtig gut. Wir sind gespannt. Danke dir und komm gut nach München. Musst du nach München zurück. Ja, ja. Gute Anreise hat sich gelohnt. Dankeschön. Danke schön. Ich weiß nicht genau, wann ich die ihm... Wann darf ich die rein? Warte einfach, bis er da einsammelt. Das Rechtshänder sammelt eben auch von da ein. Dann war schnell. Zack, einfach. Okay. Was los denn? Ist das richtig Bock, oder was? Nee, ich bin ja nicht dabei. Ich muss mich irgendwie beschäftigen. Okay. Aber man legt sie immer erst hier hin. Das war schon richtig. Ach so Rituale. Nee, sonst könntest du mal 300. Andi, Batch, 300. Kein Mensch mehr nachzählen, was du hingebrochen hast. Das ist nicht so viel, ne? Das hat alles eigentlich durchzählen, ja. Kold? Chris Kold? Äh, wie viel... 300. 300. Nee, ich bin raus. Simon ist raus. Nicht schnell. Heads up. 2.000. 2.000. Andi, Batch, 2.000. Uiuiui. Chris Fowl. Gönne ich dir, Brudi, ne? Ja, danke. Oder mal wieder Zeit. Das ist nur Kleinkram hier. Bin ich? Bin ich? Nonverbale Absprache. Good for the Nuts. Good for the Nuts. Die grüne Karte, okay, dass man die Rückseite nicht sieht, ist ja Wahnsinn. Aha, so sieht also ein Fold aus. Wie scheiße muss es gewesen sein, dass du es wirklich schon so weggibst? Du satzierst mal auf den Geld, aber was ist nicht so rum und still. Hauke, Hauke. Es geht ab. Was sind noch durchgestartet? Du hast übrigens nur Hauke, weil du es so oft in der Kombination sagen musst, nicht, dass sich das festsetzt. Du bist ganz gut dabei wieder. Der war nicht schlecht. Simon Kold? Äh, ja. Ich auch. Sophia Kold. Andy Kold. Raised. Dennis zu Raised. Auf 400. Ich habe unter der Mitte. Kold. Chris Kold. Also nochmal 200 oder 400? Nochmal 200 ist ein Call. Du kannst auch Raised. Call. Das ist immer ein Call. Ja, ne? Sophia Kold. Der Scheiß, der kleine Scheiß muss ja auch weg irgendwie, ne? Ja, deswegen dachte ich, ich mache auch mit. Ey, wenn es euch stört. Und ich bin gerne in die Chippenbildhalde. Wenn jeder ein bisschen spendet, ist Hauke auch wieder richtig stabil. Ja. Alles für Hauke. Künftspieler. Gut für Hauke. Das hat jemand weniger als ich, glaube ich. Das stimmt. Check. Dennis checkt. Checkt. Chris checkt. Check. Simon checkt. Ich auch. Sophia checkt. 1.000. Andi setzt 1.000. Tja, da stehst du mit deinen Sechs natürlich blöd da, ne? Chris hier mit einem Bombenblatt. Middlepair mit Flush-Straw. Wir sehen es auch in der Gewinnwahrscheinlichkeit. Das ist der Wahnsinn, wie viele Outs er hier hat. Selbst wenn er nicht die beste Hand haben sollte. Das ist cold. Aber disziplinierter Fold von Dennis mit den Sechsern. Ich denke mal, das war es jetzt auch. Der Pott wird an Chris gehen. Kam noch einen Tisch. Chris braucht auch Chips. Nein. Hätte er gecold. Andi cold. Mit einer Idee. Also er hat auf dem Flop, nur mal um gerade sicherzustellen, keinen Draw. Er hat nichts. Jetzt hat er die Neun getroffen. Und damit denkt er vielleicht, er hat die beste Hand. Hat er aber nicht. Denn Chris hat einen Flush gemacht. Ich habe nicht gecheckt. Du hast nicht gecheckt, oder? Du hast dich nicht gecheckt. Das ist doch jetzt eine neue Runde, oder nicht? Ja. Aber du hast nicht gecheckt. Du hast nichts gemacht. Jetzt hat er eine Chance, da ordentlich Chips reinzukriegen. Ja. Andi hat ja die Neun getroffen und kann auch auf den Flaschen hinten hoffen. Der wird noch was bezahlen, oder? Das war so mit die beste Turnkarte, die für Andi kommen konnte. Die Neun in Herz. Die hat ihm jetzt die Chance gegeben, eben noch einen Flaschen zu ziehen. Der höher ist als Chris. Das steigt tatsächlich aus. Ein bisschen hoch, vielleicht. 3.000. Grobe Kelle. Grobe Kelle hier mit 3.000. Ich meine, ich bin ja eigentlich bisher Fan davon gewesen, mal die Bettsize zu erhöhen, aber bei Chris merkt man auch, wenn er tatsächlich eine starke Hand hat, hatten wir eben auch schon, als er Full House hatte, hat er 2.000 am Rüber gesetzt. Das sind auch so Sachen, da muss er aufpassen, weil das ist ein sogenannter Bettsizing-Tel, den er auch raushaut. Merkt den hier jemand? Nein, wahrscheinlich nicht, aber für ihn ist es natürlich auch schwierig, hier Geld zu bekommen. Und das sind halt zwei Nachteile, die er durch sein Bettsizing hier mit dazu bekommt. Lass mal einen machen jetzt. So, Carsten, jetzt deal mal so mal richtige Fackeln. Buben, schönige Asse, alle gegeneinander bitte. Fackeln. Der Dealer. Heißt Steaks, oder? Heißt das nicht so? Steaks, ja. Steaks. Steaks. Heißt Steaks. Ich denke da an Steaks. Simon Colt. Achso, ja. Achso, nein. Ja, nein. Vielleicht. Vielleicht. That's not enough. Ich habe jetzt schon gesagt, ich will, ne? Dann muss ich jetzt. Du hast nur Ja gesagt. Ja. Na gut. Willst du mich heiraten? Sophia Colt. Das ist doch die Antwort, die man hören will, wenn man eine Frau um ihre Hand bittet. Ich weiß nicht. Ich muss nicht. Ja, ich muss nicht. Ja, ich muss nicht. Ich muss nicht. Ich muss nicht. Ja, ich muss nicht. Andi Call, Dennis Call. Guckst du mich schon wieder so an? Weil du dran bist, vielleicht. Felix, du hast das Gefühl, das Mobeltier grüßt wieder. Call, call, call. Bamm, alle dabei. Ich gebe es auf. Wir haben noch keinen Pott, der vor dem Flop Heads Up gespielt worden ist. Und ich meine, das werden wir auch hier nicht mehr erleben. Ich glaube, selbst bis zum Heads Up, selbst im Heads Up wird heute nicht mehr Heads Up gespielt. Das sage ich dir. Wieder alle dabei. Alle dabei. Oh. Schwierig natürlich für Andi da Kohle zu kriegen, ne? Kein Flashtraw draußen, kein guter Straightraw draußen. Und dann hast du mit Ass fünf natürlich. Ich würde jetzt hier empfehlen, mal schön anzuchecken. Sophia checkt. Kein Andi, er greift aber zu Chips. Andi, Bett, 600. Diesmal hast du auch nicht vorgegriffen. Alles gut, die bleiben drin. Ja, oh Gott, stimmt. Jetzt muss es auch mal ein bisschen losgehen hier, Leute. Also es wird ja auch immer später. Wie spät ist das denn, Jörg? Viertel nach zehn. Ich muss mal arbeiten. Du, Andi, wenn du los willst. Dennis Fold. Ich bin einfach ein bisschen schlechter. Chris Fold. Ja, mach mal langsam, ey. Auge Fold, Simon Fold. Siehst du, jetzt müssen wir wieder neue Karten austeilen. Warte, Sophie ist noch drin. Warte, Sophie macht mich jetzt planen. Klar überlegt sich, Sophie, was? Tu's nicht. Tu's nicht. Doch, tu's. Nein. Doch. Nein. Das ist gut zum Zugucken, Felix. Immerhin hat sie den Backdoor-Flush-Draw. Also sie kann auch einen Karo treffen jetzt, um dann einen Flush-Draw zu bekommen. Nein, hat sie aber nicht. Andi reibt sich die Hände. Hier, check. Tausend. Andi wird 1000 Sophia Fold. So fort gefoldet, oder was? Instant Fold. Gut. Ich bin sehr gut gecallt. So. Andi kriegt Chips. Die Blinds gehen hoch. Hat jetzt 13.700. Simon führt immer noch mit 24.500. Und Sophia, ja, sie hatte mal 24.000, 25.000. Jetzt hat sie nur noch 11.700. Und jetzt vor allen Dingen werden die Blinds erhöht. Carsten. Carsten wird das jetzt annoncieren hier. Drei Stück, drei Stück. Kannst du dir denn so viel leisten? Bist du dir sicher? Ja. Da haben wir den Chip-Count. Die Hauke, der Smallstack mit 6.000. Aber immer noch 12 Big Blinds. Kann man noch mit arbeiten. Ja. Die neun Big Blinds, ja, würde ich auch sagen. 200, 400 ist schon hart. Ja. Aber es wird ja auch langsam in Richtung Ende. Hauke Small? Sind noch 200, 400? Ja. Simon Big? Also wir sind bei 200, 400. Die neun Blinds. So viel Accord. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das auf das Spiel der Kontrahenten hier auswirken wird. Wenn die Blinds so ansteigen, bleibt einem nicht mehr viel übrig. Jetzt muss Gas gegeben werden. Jetzt muss irgendwas geraced werden hier. Jetzt müssen Chips fliegen. Da fliegen sie. Andi, wacht mit Astam auf. Erhöhen bitte. Andi Call. Nein, er bezahlt schon wieder. Warum race denn keiner? Jetzt gucken sich wieder alle den Flop an. Chris Race. Race Chris. Auch nicht. Hauke. Hauke Race. Da sind sie Ladies. Sag mal, auf 1.500? Auf 1.800. Na, schon mal. Nein. Auf 1.800 ist es zu wenig. Ich wollte gerade sagen, es ist ein guter Betrag. Ich dachte aber, wir sind bei 100, 200, aber bei 100, 200 wäre es ein guter Betrag. Ja, wir sind aber leider bei 200, 400. Da muss das schon mal saftiger. Und alle haben schon 400 gecallt. Also easy für alle jetzt einfach zu callen und dann steht er wieder mit Damen gegen drei Spieler da. 1.600 mindestens. Insgesamt oder on top? Insgesamt. Andi Call. Call. Chris Call. Vier Spieler. Fick dich. 2.000. Hauke bett 2.000. Guter Flop für Hauke. Puh. Glückhaft. So gut hat er noch nie geblufft. Drei Verstetigung gerade. Jetzt zeige ich dir mal mein peinliches Gesicht. Nur für dich. Over the top jetzt, oder was? Ach du, ich wusste nicht, wann es fertig war. Das Ohr ist gut, ne? Ja, Mann. 2.000, Andi. Und das ist nicht sein finales Form. Ja. Tut weh, aber... Andi Folch. Chris Folch. Was müssen wir machen? Hauke ist back in the game. Oh, Mann ey. Chris nicht emotional werden. Ich würde gleich ausfallen. Beleidigend fertig gesagt. Boah, darauf warte ich diesen ganzen Abend. Plötzlich sieht es so aus, als ob du gehen musst bald. Ja, ne? Da habe ich auch langsam was gehört. Ich bin doch echt gerade nicht so viel. Du hast am wenigsten Chips, würde ich sagen. Oder Andi? Ne, der versteckt ja viel. Ne, ne, ich. Ne, wobei. Chris. Super viele Hände gespielt. Viel Pech gehabt. Chris und ich, wir nehmen uns gerade nicht. Noch zwei sind hinter. Ja, die blauen gar nicht gezählt. Ich habe schon am wenigsten gemacht. Keine Sorgen. Sind in den Chips auch Codes drin? Ne. Okay. Small and Big Blind. Das heißt, die machen das visuell. Die rechnen dir ein Set mit. Ja, das ist schon ein Software, aber die müssen die füttern. Ja, die haben letztes Programm laufen und ich muss doch die ganze Zeit alles ansagen. Äh, ich habe nicht. Also, ich kann nur so machen. Ja, dann mach das dann. So. Was würdest du sagen? Wie lange dauert es, bis wir den ersten Heads-Up-Pot hier hinbekommen? Wohl geraced wird? Pass auf, Felix. Okay. Jetzt. Ich bin gespannt. Was war das denn? Dennis, Bube 3. Das reicht. Ich habe keine 400. Also 400 ist... Wieso 400? Weil wir die Blinds erhöht haben. 200, 400. Ja. Nein. So, nur ein Chip. Achso, wir haben es schon erhöht. Okay. Okay. 400. Ich habe das Gefühl, dass der Tisch so ein bisschen ruhiger geworden ist, seitdem zwei Spieler wir sind, oder? Also, sie spielen zwar weiter alle die Karten, aber sie... Da wird nicht mehr viel geblufft, da wird jetzt nicht mehr viel... Ja, das stimmt, das stimmt. Und Simon hält sich auch merklich zurück in seiner Ansprachhaltung. Das tut dann halt weh, Fion. Das tut halt echt weh, ne? Simon ist ruhig geworden, ne? Ja. Aber es sind immer noch gute Blätter dabei. Assbube in Herz, richtig gutes Blatt. Und Assdame für Sophia jetzt. Wir haben ja bei Sophia noch gar nicht so wirklich starke Hände gesehen bisher, außer König ganz am Anfang. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber es wird wieder nicht erhöht. Aber Sophia trifft natürlich ein Riesending. Wer ist jetzt noch drin? Ah, der Starsky ist noch drin. Das knallt jetzt für Hauke. Die werden alle müde, das gefällt mir. Sophia, Bett 400. Also ein Ries von Hauke, ein Call von Sophia. Ich gucke mal eben auf den Chip-Stack von Hauke, 7100 hat er. Das könnte tatsächlich das Turnier für Hauke sein. Das kann das Ende bedeuten, möglicherweise. Er raced 2500, Sophia called. Und er raced weiter. Jetzt muss ich ihm doch wirklich sagen, alles klar, ist mein Assbube vielleicht noch überhaupt nicht mehr gut, oder? Ja, man weiß es nicht genau. Er hofft ja auch immer noch auf die Straße zum Beispiel, selbst wenn er hinten ist. Aber Assbube ist ja auch so ein starkes Blatt. Check hinten, check. Check. Wow. Auch gecheckt. Ja. Glück gehabt. Ich muss öffnen. Zuerst, ja. Two pair. Two pair. Das hätte Sophia nutzen können, um Hauke aus dem Turnier zu befördern. Das hätte funktioniert. Der Pott war groß mit 9400. Hauke hätte bestimmt, er hätte mit All-In gezahlt vielleicht. Da groß zu kommen dann hinterher, ist auch schwierig. Das ist ein Problem gerade für Spieler mit wenig Erfahrung oder Amateurspieler, dass sie auf der letzten Straße auf einmal dann einen Gang zurücklegen und sich denken, ich bin damit zufrieden mit dem, was ich aufgebaut habe und nehme das mit. Aber das unterscheidet dann im Endeffekt dann den Schritt zum zum Beispiel ambitionierteren Spiel, zum professionelleren Spiel hin, dass du eben genau auf dieser Straße auch noch den letzten Rest mitnehmen kannst. Weil das unterscheidet dich langfristig von denjenigen, die zum Beispiel nur Plus Minus Null spielen oder verlustig spielen. Ich komme als Mono dazu. Den Weg haben wir nur gewinnen. Der bleibt da. Du bist dran. Und du wegbleiben. Weg habe ich, ne? Grande. Ein bisschen Glück wäre jetzt nicht schlecht. Hey, Buddy, nochmal. Wegbleiben, bitte. Ein bisschen Glück. Sie können große setzen, Sie müssen nicht die 50er abzählen. Aber die können ja auch mal weg. Die kommen irgendwann wieder. 400, ne? Ja. Geil. Und die Karten bitte in die Box. Na gut. Dankeschön. Check. Dennis, checkt, was nicht möglich ist. Der hat endlich gerade die Blinds gesetzt? Ich nehme es auch. Ja, er hat seinen Blind gesetzt, aber du musst schon mit deinem Geld mitgehen. Das ist echt alles, ne? Ja, ich bin ein Fuchs. Fox Force 5. Hier, kannst du die haben. Dennis Folt. Chris Folt. Hauke Folt. Simon Colt. Schauen wir uns zumindest mal an, oder? Ja. Sophia Colt. Wie viel? Du bist schon. 400. Du kannst ja mal checken. Es sind ja nur Calls. Achso, das sind die. Ah. Ich hatte nur den Small Blind. Und Andi checkt die Option. Drei Spieler. Ich sag ja, ich kann diese Dinge aber noch nicht ganz erkennen. Und den Button bitte weiter nach vorne. Sophia ist dran. Ich bin der... Der soll nur so liegen, dass es sichtbar ist. Achso, ja. Wo er ist. Danke. Siehst du ihn hier nicht mehr? Na ja, du hattest deine Hände drüber. Da vorne ist so unsichtbar. Ja, okay, dann. Sophia checkt. Hier kann niemand. Dark Zone. 400. Andi, Bett 400. Raus. Simon foldet. Folti dold. Sophia foldet. Schnulli schnulli schnulli. Ich hätte jetzt gedacht, Sophia calltas noch. Wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, das liegt doch an den erhöhten Blinds. Ich glaube, der Druck ist spürbar größer geworden, auch für alle. Aber wir wollen doch, dass sie noch aggressiver spielen hier. Leute, ihr macht das falsch rum. Ihr müsst jetzt aggressiver spielen. Vor allem nicht mehr so viele Flops angucken. Ich weiß noch, wer hat es gesagt? Hat es Hauke gesagt? Oder ich meine, Hauke wäre es gewesen, der am Anfang gesagt hat, ich will hier keinen Flops gucken lassen. Und was passiert jetzt in dieser Session? Das ist der erste Rocket Beans Final Tale, wo wir nur Flops sehen. Die ganze Zeit. Jede Hand. Aber Simon ist Chip Leader, ne? Würdest du dem jetzt eine Taktik empfehlen, was er jetzt machen kann? Jetzt vielleicht noch ein bisschen aggressiver spielen? Also als Chip Leader solltest du eigentlich noch viel aggressiver spielen. Du solltest König Bube zum Beispiel raisen. König Bube ist eine klare Hand, die super stark ist, die sich richtig gut spielt. Sie ist suited gewesen, also zwei der gleichen Farbe gewesen. Du hast eine Möglichkeit, eine Straße zu bauen. Du hast zwei hohe Karten. Und mit einem Race kriegst du Hände wie 9-2 raus. Mit einem Race kriegst du eine klare Antwort. König 5 hast du dominiert. Also in dem Spot hätte er den Pot mitnehmen können. An zwei Stellen. Und der hat es nicht genommen. Also als Chip Leader muss er da definitiv mehr Druck machen eigentlich. Dominieren. Können wir auch mal eben erklären, was das bedeutet, wenn du immer von dominieren sprichst? Dominieren bedeutet, dass du mit deinem, mit deiner höchsten Karte, die höchste Karte des anderen, durch die Buy-Karte geschlagen hast. Also König Bube schlägt König 5 erstmal vor dem Flop. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du nach dem Flop eben gegen diese Hand verlierst, ist sehr, sehr gering. Meistens redet man da von 75% zu 25%. Wenn man suited ist, sind es 70% zu 30%. Also das ist ein massiver Vorteil, den du vor dem Flop hast, den du nutzen musst einfach. Der Check wäre möglich gewesen. Aber Andi entscheidet sich für den Fold. Andi hat gefolded, obwohl er einfach hätte checken können. Passiert auch manchmal. Ja eben wurde auch gecheckt, obwohl noch gar kein Blind gebracht wurde. Passiert alles. Heute ist alles möglich. Du kannst doch rausgehen. Dennis checkt. All in. Auke, all in. Ah ne, ist weniger, Entschuldigung. All in reicht. Doch, doch. 4100 sind es. Ne, 4200 sind es. Hauke, alle mit 4200. Hauke ist all in. Simon geht raus, Sophia geht raus. Eigentlich. Das ist ein gutes Play. Das ist ein sehr gutes Play. Der Nutflush-Draw, er hat Ass hoch, aber er hat 4 Kreuz. Das heißt, jedes Kreuz macht ihm den Nutflush. Das Board ist zwar gepaart, aber wie man sieht, hat er, was man in der Pokerfachsprache Fold Equity bezeichnet. Das heißt, er kann die anderen dazu bringen, ihre Hände mit Gewinnchance aufzugeben. Also er macht so viel Druck, dass die Leute jetzt ihre Hände aufgeben müssen. Selbst wenn sie ihn bezahlen, mit einer besseren Hand zum Beispiel, hat er viele Chancen, noch die beste Hand zu machen. Und man sieht ja, wie stark die Hand hier generell ist. Selbst wenn er einen Call kriegt, ist er vorne. Dann ist er hier an der Stelle vorne. Aber selbst wenn er jetzt einen Call kriegen würde von zum Beispiel einem Paar Vierer oder Paar Fünfer oder sogar Paar Könige zum Beispiel, hätte er immer noch oft 40 bis 50 Prozent Gewinnchance. Du weißt ganz genau, dass du das nicht mehr lange mitmachst. Das ist ein Faktor, ja. Du musst auch langsam nach Hause. Überlegt sich Dennis jetzt tatsächlich zu callen oder spielt der rum? Wir haben das bei der letzten, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber ich glaube, ganz beim ersten Rocket Beans Final Table war Königdame auch die Nuts. Auch ungepaart war die Nuts. Und er hat einfach gecallt, weil er dachte, es kann kommen. Also Königdame sieht gerade für einen Amateurspieler wie eine tolle Hand aus. Kann man nicht verübeln, ehrlich gesagt. Er foldet. Rauch ist glücklich. Hat funktioniert. So, wir machen jetzt an dieser Stelle eine klitzekleine Pause, wir sind gleich wieder da und dann geht das hier zack, 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 zack. Die Leute fliegen vom Tisch, wir sehen nur geile Karten. Da sind wir wieder. Ich habe hier nebenan Kontakt zum Flur. Da sind die Spieler gerade durchgerannt. Einige nehmen dann die Plätze ein und dann geht es weiter. Die nächste Hand. Die Blinds sind bei 200, 400 und dann werden die sich irgendwann nachher wieder erhöhen und nochmal ordentlich Druck drauf machen. Das wird auch Zeit. Das wird auch Zeit. Hier muss was passieren. Die können sich doch nicht die ganze Zeit da Flops angucken. Es ist, also, beim ersten, der erste Sendung, die war anders als die zweite. Die zweite ist jetzt komplett anders als die dritte. Die dritte ist komplett anders als die ersten beiden. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Poker ist ein Wahnsinnsspiel. Mich treibt es auch manchmal in den Wahnsinn. Auch nach elf Jahren noch. So. Carsten ist am Zug, dealt die Karten und dann hoffen wir, dass es jetzt richtig Action gibt. Du suchst mal keinen Lines, ne? Für den Song. Ne, das sagte gerade Simon. Ja, ich weiß. Ja, wir kennen uns doch. Hock und Holt. Hock und Holt. Mächt' mir raus. Simon Folt, Sophia Folt. Ich brauch noch mehr Stäbchen. Andi Folt. Oh ja, können wir die auf Blitzplatz? Boah, hier wird jetzt gefoldet auf einmal. Was ist denn los? So kenn ich die ja gar nicht. Aber wenn ich mir so Andi angucke, dann, das ist auch schon anstrengend. Jetzt haben wir halb elf. Die sitzen da schon ein paar Stöhnchen am Tisch. Da muss man schon Kondition haben. Es ist auch relativ warm. Es ist schon anstrengend auch. Sophia hier wie Sam Faha mit der Salzstange. Dennis, Chris, check. Ich soll zu sagen, Sam Faha, wir kennen wahrscheinlich kaum jemand, ist ein High-Stacks-Pokerspieler aus Las Vegas, der immer wirklich so im Gangster-Style mit so einer Zigarre, mit seiner Zigarette halt irgendwie da rumsitzt. Die Zigarette macht er sich natürlich niemals an, aber die sieht immer aus, aber er sieht halt richtig Gangster aus. Und dann hat er seine Gangster-Brille noch an. Ein Wahnsinnscharakter. Hast du eigentlich mal gegen so große Poker-Profis am Tisch gesessen? Also du bist natürlich auch ein großer Poker-Pro, aber so ein Daniel Grano, der ist ja von Poker-Stars auch, oder ein Lex Feldhaus zum Beispiel, den kennst du? Mit Lex hab ich schon mal am Tisch gesessen, aber beim Charity-Turnier, mit Daniel selber noch nicht, aber kenn ich auch persönlich, auch in Las Vegas schon getroffen. Und ja, mit vielen Pros hab ich jetzt noch nicht so wirklich am Tisch gesessen, das liegt aber auch in der Hauptsache daran, dass ich nicht so viel Live-Poker spiele. Ich spiele in der Hauptsache online, ich stream immer auf Twitch und ich spiele immer Poker online und da kommt man halt nicht so viel raus, weißt du? Ich nerde halt so in meiner Höhle vor mich hin. Warst du nicht gerade im Kings-Casino? Ich war gerade im Kings-Casino, ja. Letztes Wochenende? Zum Sunday Million Live, zum ersten Mal. Da war ich auch am Feature-Table. Ja. Da konnte ich auch mal die Erfahrung machen, wie das ist, wenn man mit Hohlfahrts beobachtet wird, ne? Es ist ohne Witz, du denkst anders über die Situation, weil du denkst, was würden jetzt die anderen denken, wenn sie sehen könnten, was du hättest? Und auch später, was denken sie, wenn sie deine Hände sehen? Können sie dann vielleicht auch Rückschlüsse über deine generelle Strategie ziehen? Und dann machst du dir vielleicht Gedanken so, wie musst du dich dann später anpassen, wenn dieser Tisch vorbei ist, zum Beispiel auch. Das beeinflusst den Spieler dann schon. Ja, auf jeden Fall, ja. Irgendwo schon. Muss man dann sein Spiel an diesem Tisch dann, der mit Kameras überwacht wird, anpassen? Es kann auch sein, dass sich das Spiel der anderen verändert und du dadurch eben wieder dein Spiel anpassen musst. Also, dass die anderen zum Beispiel tighter werden. Oder Loser werden, weil sie vielleicht sagen, ich will jetzt mal ein bisschen was zeigen, was ich kann, so. Nach dem Motto. Hast du den gut abgeschnitten? Also, ich hab auf jeden Fall gecashed für knappe 500 Euro. Aber leider 470. 5.000 Spieler waren da? 5.000 Spieler. Insgesamt haben 5.000 Spieler mitgemacht. Ich war am 470. Unsere beiden Buddies aus dem Pokerbos Office, mit denen ich zusammen die Streams schmeiße, die waren etwas tiefer drin. 400er Platz und 100, ne Entschuldigung, 110. Platz und 44. Platz. 44. 44. Von 5.000? Genau. Das ist schon ganz schön viel. Undi Colt, Tantau77, hat für fast 2.000 Euro gecashed. An dieser Stelle sei gegrüßt, wenn er zuguckt. Ja. Ab geht's. Echt, ey. Der sieht wenigstens viel aus. Dennis Colt. Colt. Chris Colt. Chris hat eine Hand. Colt aber nur. Colt nur. Sag was, Felix. Ich sag nichts mehr. Ich sag hier nichts mehr. Ich warte einfach ab, was der Flop bringt. Weil was so... Naja. So, wir schauen Chris mal ganz tief in die Augen. Geflopptes Full House. 400. Der weg bleibt. So viel. So viel. Er lacht. In Fliegen. Er kriegt aber auch hier was. Kaum was. Ich meine... Er kann checken eigentlich. Er muss checken. Okay, wir kennen die anderen Karten, aber selbst wenn die Karten nicht kennen, ist auf so einem getroffenen Full House Flop eigentlich kaum was für die anderen dabei. Nee. Ja. Du musst checken. Du musst eigentlich checken. Das macht er auch. Ja. Wie ist das in Fliegen? Ist echt richtig. Wie ist das in Fliegen? Ach so. Okay. So, 4-Fold. Willst du tauschen? Check. Vielleicht fällt ja irgendjemandem was ein. Da hofft Chris natürlich drauf, dass Dennis zu den Chips greift und sagt, hey, den Pott, den klau ich mir. Bam. Minimum ist 400, ja? Ja. Macht's. Zero Move von Dennis Richtarski. Bet 400. Er sitzt zwar schlank. Ah! Der Blindgeier zieht seine Kräfte. So. Dennis, 400. Willst du jetzt callen? Musst du ja callen. Was willst du jetzt machen? Wenn du jetzt raced, verlierst du ihn. Man macht das richtig. Machen wir euer Fliegen jetzt ab. Das geht an. Worauf ich jetzt gespannt bin, ist der River. Und die Fold. Ich mach nicht weiter. Shit. Eine Fliege hätte ich schon gerne gehabt. Kannst du mir vielleicht das in zwei Fliegen kaufen? Heads up. Natürlich. Wer was auf sich hält, der hat eine Fliege. Geht es aber hier. Macht Dennis auch Angst? Aber Dennis, habt ihr jetzt zumindest noch Optionen aufgegabelt? Ein Double-Gutter, ne? Ja. Ein Double-Gut-Shot bedeutet, jede Dame, jede Sieben macht ihm eine Straße. Aber es liegen ja schon drei Herzen. Das Board ist gepaart. Also es ist die schlechtest mögliche Voraussetzung, um auf eine Straße zu ziehen. Man sollte immer aufpassen, dass man auf solche Hände nicht zieht, wenn zu viele bessere Hände möglich sind schon. Aber ja, er überlegt sich's, oder? Ich denke, er steigt aus. Dennis, fall it. Aber auch wieder das gleiche Problem, was ich gerade schon angesprochen hatte. Mit den starken Händen, da ist ja bei der Panik-Button schnell betätigt. Weil man denkt sich, jetzt muss ich aktiv werden. Jetzt hab ich meine Hand slow gespielt, jetzt muss ich aktiv werden. Aber im Endeffekt willst du es genau umgekehrt. Du willst den Gegner weitermachen lassen. Du willst ihn bestimmen lassen, wo es lang geht. Damit er sich mit seiner Idee vielleicht aufhängen kann. Und du willst vor allen Dingen, dass Dennis seine Straße hin nach oben bietet. Genau. Genau. Und so hat er ihm jetzt die Bluff-Chance quasi genommen. Simon hat 22.550 Chips. Ist gut dabei. Sophia, 15.000. Und ein paar. Dennis, 14.650. Andi, 12.000. Die sind da noch eng dabei. Und, ja. Der Shorty, Hauke, 5.800. Muss bei einer Blind, bei Blinds von 200, 400. Gleich mal gute Karten treffen, würde ich ihm empfehlen. Ah ja, ich bin wieder, ne? Ja, ich merke. Sophia Colt. Oh Gott. Andi. Oh Gott, wie muss man übertreiben? Schieß scharf. Kater im Bauch. Starker Arm auf jeden Fall. Starker Arm. Willst du mal sehen? Die Vene sehr schlecht getroffen. Wenn du nicht weißt, was sonst... Sophia? Ja, bitte, wurde erhöht. The race of 1.400. Das ist in Ordnung. Sophia Colt. Schieß sie? Souverän. Und Colt. Chris Colt. Sehr schön. Oh, Hauke Folt. Wieso können wir das nicht ab der zweiten Runde machen, wo ich zumindest schon gesehen habe, was da liegt? Drei Spieler. Dann wäre es nicht so spannend. Das. Also hier in dieser Phase des Turniers, Hände wie Dreier und Asskönig wären jetzt schon Hände, die eigentlich für den ganzen Stack, also für den ganzen Stapel All-In gespielt werden müssten. Wir haben so wenig Big Blinds, 400 ist der Big Blind und die Stack Sizes sind quasi 20 oder maximal 30-faches davon. Asskönig und Pocket-Dreier sind jetzt hier sehr starke Hände. Jedes Pärchen vorm Flop und Asskönig vor allen Dingen, unglaublich starke Hand, da muss mehr Aggression kommen, weil man sieht ja, was die Flops bringen. Dreier, der Flop kommt, 10, 8, 6, kann man nichts mit anfangen. Asskönig, der Flop kommt, 10, 8, 6, kann man nichts mit anfangen. Man muss die Stärke der Hände vor dem Flop nutzen, gerade bei so einer späten Turnierphase ist das sau wichtig. So, vier Colt. Sophia Colt 3000 mit 8, 2. Die hat immer eine Idee. Ja, aber pass mal auf. Simon hat nur Dreien. Ja. Wenn das gleich check, check geht, steht sie da und nimmt den Pot mit. Du kannst 3000 nicht fliegen. Beide haben Ideen. Oder Simon glaubt an seine Dreier. Das werden 30 fliegen. Ich bin mir ja nie sicher, ob Sophia das diesen Call nicht tatsächlich so macht, um auf dem Turn zu blöffen. Sie hatte eben auch schon mal so ein paar Hände, wo ich gedacht habe, die callt den Flop, um am Turn irgendwie was zu machen. Ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ich glaube, sie wartet immer darauf, dass alle checken, damit sie angreifen kann. Und so lange bezahlt sie dann einfach. Weil ich meine, mit Ass 2 stehst du einfach doof da. Du hast kein Straßendor, du hast einfach nur Ass hoch. Absolut. Jetzt hast du gerade bei Chris gesehen, wie er aufschreien muss. Die sagen, ach Mann ey, Ass König, immer das Gleiche. Und das ist der Grund, warum alle sagen, Ass König, Anna Konikova, sieht gut aus, gewinnt aber selten. Ist aber Quatsch, weil man muss es aggressiver vor dem Flop spielen. Und das machen die wenigsten. Und dann kriegen sie immer solche Flops und haben immer Probleme. Ich sehe das Ding noch nicht bei Simon. Simon geht all in? Nee. Doch. Einfach mal. Ich weiß nicht, ob er denkt, dass er blufft jetzt, aber ich glaube schon. Ist doch schon spät. What a move. Den möchte ich mir gleich mal erklären lassen. Ich auch. Das weißt du natürlich, ne? Ja. Vielleicht kennt er Sophias Strategie mit der, ich warte mal, bis alle checken und dann bluff ich. Und dann will er gegen kontern. Sieht der jetzt nervös aus in deiner? Nö. Ich glaube, der war sich schon sicher, dass er gut ist. Der hat irgendwie das Gefühl, dass er hier was machen muss. Chapeau Simon. Er will sich nicht von Sophia ausspielen lassen wahrscheinlich. Sehe ich das richtig, dass Simon gerade am Gewinn ist? Es ist jetzt so, jetzt, ab jetzt. Der hat sich wieder aufgeholt. Das war gerade wieder ein bisschen. So, jetzt kommt bei den Spielern so langsam an. Oh, es geht ja um mehr. Wir spielen 200, 400 Uplines. So, wir schauen mal eben schnell aufs Ranking. Da haben wir es nämlich. Zwischenstand, Flopper, FPS mit 153.000, führt vor Alley Music, 145.000, dicht dahinter Nefarioks. Und ihr könnt natürlich jetzt wieder in die Runde einsteigen vor dem Flop und auf euren Spieler setzen, von dem ihr glaubt, der macht es in dieser Runde. Mehr nicht. Das ist so einfach, das ist alles. Wir arbeiten so. Andi gähnt schon. Okay, zwei Karten, ich muss da hin, okay. Und kriegt Astame auf die Hand. Wundert sich hin. 400 sind wir. Score, score, score. Das sind 500. Du kannst ihn aber auch legen und sagen, call, und dann sind es 400. Und du kriegst gleich 100 wieder. Andi called. Gut, ich glaube, das kriegen wir heute nicht mehr aus denen raus. Das kriegen wir nicht mehr aus denen raus. Vielleicht werden wir gleich die Blinds nochmal erhöhen. Ich weiß es nicht. Ich sage ja, auch im Heads-Up wird noch Multiway gespielt. Simon, komm, leg deine Fliegen hin. Ja, okay. Oh, komm Simon. Da sehe ich aber hier, da treffen zwei gute Hände aufeinander. Simon, das ist deine Chance. Simon hat ja, bevor es losgeht, zu mir gesagt, das große Problem, was ich habe, dass ich irgendwann die Geduld verliere und so nach drei Stunden nicht mehr kann. Das wäre jetzt so der Zeitpunkt, dass er vielleicht gleich so over the top ist. Ich schmeiße es einfach alles rein. Kann ich ihm ja nachempfinden. So bin ich ja auch so ein bisschen, wenn ich Stream oder Poker spiele. Aber an der Stelle mit Astkönig. Ich meine, gerade dann. Jetzt hat er die Chance, den Andi vom Tisch zu nehmen. Sophia vielleicht mit reinzukriegen, wenn er einfach groß raced. Jetzt haben wir wieder das Problem. 2-7-9 kommt, der Floppt. Keiner hat was. Jetzt gewinnt, wer anspielt. Es wiederholt sich alles. Es wiederholt sich. Ich gehe jetzt mal da rein. Ah ne, die schlechteste Hand. 9-5, die gewinnt. Ja, so ist das beim Pokern, Leute. Aber jetzt denken alle, ja, schlechteste Hand gewinnt, ist ja ein Glücksspiel. Nein. Hauke hat aber noch 40%. Stimmt, er hat seinen Open-Enden-Straight-Draw. Aber man kann es wirklich selber steuern durch Aggressionen, ne? Hier hätte man so viel steuern können durch Aggressionen. Astama, Astkönig, alles hätte er anspielen können. Und 9-5, 10-8 wären gar nicht dabei gewesen. Andi Kolt. Dennis Furt. Dennis gibt auf. Drei Spieler. So eine 6 oder ein Bube wäre interessant. Gute Karte für Chris. Andi checkt. 400. Bett 400. 3600 in der Port. Er bettet 400. Er müsste doch eigentlich jetzt das Ding mitnehmen, ne? Bisschen niedrig, oder? Ja, aber wir hatten das ja gerade eben schon. Marco hat das ja auch gesagt. Sie spielen immer standardisierte Bettmuster, weil sie, glaube ich, gar nicht so sicher sind, was gut ist oder was besser wäre oder so. Das kommt wahrscheinlich aus Unsicherheit. Und jetzt guckt ihr das an. Das Gesicht von Andi möchte ich... Ah, da ist es. Also das ist eine gute Lektion für Astkönig und Astama. Sehr gute Lektion. Das checkt das Wetter. Ach Mann, ich dachte, du gehst jetzt höher hier. Bitte. Schau da. Ich habe ein paar. Welche Neuner? Oh, nice. Das Gesicht von Andi möchte ich jetzt noch mal sehen. Alles Gesicht gemacht. Oh nein, das hätte alles meins sein können. Da geht die Kohle hin. Also man muss dazu sagen, beim Pokal ist es ja so, man sieht nicht immer alle fünf Karten. Man kann nicht immer alle fünf Karten sehen. Aber was man tun sollte ist, mit starken Händen, so wie Astkönig, die ungepaart sind, wenn man die aggressiv spielt, hat man wenigstens die Chance, alle fünf Karten zu sehen, weil man selber die Action steuert durch Aggression. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, kriegt man vorher schon die ganzen anderen Hände raus, sodass man gar nicht erst treffen muss. Das ist der Punkt. Und den müssten wir vielleicht gleich nochmal... Aber ich glaube, liebe Freunde, jetzt in der nächsten Runde, Felix, du wirst dich wundern, läuft das alles anders. Bestimmt. Bestimmt. Bin gespannt. Auf dem River Camp war das ja die höchste Karte. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Die Kommentatoren sehen das bestimmt genauso. Ja, die sehen das bestimmt genauso, Chris. Ja, pass mal auf, du. Die sagen gerade, der Pogo, der Pogo. Wenn du es dir morgen anguckst, wie sie mir Recht geben werden. Manchmal nicht. Ja. Ja, ruf mich danach an. Mach ich mal auf. Nicht. Das sind meine Fliegen. Ein 50er zu wenig. Ein Fliegen zu wenig. Dennis, Colt. Chris Colt. 50 Prozent kannst du einfach immer gleich behalten. Hauke geht raus. Ich geh mit. Das ist eine ziemlich gute Quote, wenn du sagst 50 Prozent noch. Du, ich spiele aus Verzweiflung fast alles. Simon Colt. Sophia geht raus. Die Option, Dick Blind Badet, der sie checkt. Dick Blind Badet. Wenn ich die Hoffnung habe, Chris könnte gleich verhungern, gewinnt er drei Runden. Vier Spiele. Dann zieht er sich ein paar Fliegen rein. Snackt der ein paar Fliegen weg. Andi hat den Flasch gefloppt. Andi hat den Flasch gefloppt. Bam. Jetzt bin ich gespannt, wie er spielt. Das ist natürlich mit 10, 7. Die schlägt trotzdem noch was. Ja. Also wenn man jetzt die anderen Karten nicht kennen würde. Also wenn man jetzt so wie Andi die Karten nicht kennt, sollte man anspielen. Macht er auch richtig. Wir sehen, da ist nichts los. Also sollte er eher checken. Aber er macht es schon korrekt. Er spielt an. Man will halt kein Herz Dame sehen und kein Herz Ass. Ja, und vor allem kriegt man von jedem König, jedem Buben Auszahlung. Die bezahlen mindestens eine Straße. Das nennt man Call. Schade, er kriegt noch kein Geld, weil er andere nichts hat. Da ist die Hand dann jetzt wahrscheinlich schon wieder geschickt. Simon ist dran. Bitte ein bisschen mehr Respekt für den Dealer. Wenn du mitgehen willst, ja. Simon Fold. Ja, tut mir leid, das ist Fold. Heads up. Aber Dennis hat gecallt. Oh. Das stellen wir mit Überraschung fest gerade. Ja, gut. Dann fällt ihm jetzt vielleicht was ein. Bin ich jetzt gespannt, ob er versucht, Andi mit einem Bluff anzusetzen, weil sonst kann ich mir das nicht erklären. Nee. Hast du den Jungen getroffen gehabt oder? Viel besser. Die Karten, hast du den Jungen getroffen? Viel besser. Er zeigt seinen Flasch. Und ärgert sich wahrscheinlich, dass er da nichts hat. Ja. Zwei Herzen wäre ein Flasch gewesen. Aber was interessant ist, dass hier tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen so das Ego mit reinspielt, dass hier auch bei Sophia oft mal gecallt wird. Es wird einfach mal gecallt auf dem Flop, um zu gucken, was machen die denn jetzt auf dem Turn? Bist du wirklich so stark? So nach dem Motto, weißt du? So kommt mir das vor. Da ist ja nichts los. Das ist ja Dame vier. Das ist ja kein Herz. Das ist gar nichts. Keine Outs. Null. Nada. Tot. Also nochmal, wir müssen natürlich sagen, wir kennen die Karten. Wir haben alle Wahrscheinlichkeiten. Wir sind ganz schön schlau hier in der Kommentatorenbox. Das wollen wir aber nicht dazu ausnutzen und sagen, wie geil wir eigentlich sind. Aber anhand von solchen Sachen kann man wirklich ein bisschen was erklären und ein bisschen was sehen. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich der einzige Sinn dabei. Ja, ich finde es halt besonders wichtig, eben auf diese Aggressionen, die notwendigen Aggressionen beim Pokern hinzuweisen, weil genau das ist der Punkt, den man hier sieht. Die Abwesenheit von Aggressionen führt eben dazu, dass man im Endeffekt halt die Karten spielt, wie sie fallen und sich dem Schicksal der Karten hingibt. Und das ist nicht Sinn des Pokerns. Deswegen ist das wichtig, das zu sehen und zu erkennen. Ist das ein Call oder? Wenn du nicht da bist, behalte ich die. Nee, nee, das ist ein Call. Das ist ein Call? Nee, nee, das ist ein Call. Ein Schiff ist ein Call. Ja gut. Sie hatten nichts. Wir müssen uns irgendwann nachher mal gegenüberstehen. Einfach nur Backpfeil. Andi ist raus. Das ist ja auch. Dennis hat Optionen. Was ist denn mit denen? Ich bin dabei. Ich bin sofort dabei. Drei Spiele. So, da ist doch für alle was dabei. Zehn. Pock oder Achter. Und zwei Paar für Sophia. Da kann doch jetzt mal Action passieren. Ich denke auch. Da wird was passieren. 400. Okay, pass auf. 400. Also das Minimum. Ja. Das ist 5. Er hat aber angesagt. 400. Aber angesagt. Dennis Betten immer nur. 400. Das ist eine Standardbette. Aber das beobachtest du auch oft bei Live-Tischen, Live-Turnieren, Live-Cash-Games, dass Leute bestimmte Muster übernehmen, weil sie einfach denken, ah, wenn die anderen das machen, wird das ja schon seinen Sinn haben. Und dann wird das halt kopiert. Die Karte crasht die Action natürlich jetzt mit Sicherheit. Außer für Sophia. Die wird wahrscheinlich weiter von Iran überzeugt sein, nehme ich an. 1.000. Auch interessant zu sehen ist, dass auf eine ungünstige Karte mehr gebettet wird. Genau, dass Leute da eher aktiv werden. Ich glaube, das spricht so ein bisschen aus der, ich will jetzt nicht, dass jemand anders was setzt, deswegen setze ich jetzt. Ja. Also entweder das ist jetzt all in oder du gehst raus. Callen kann ich nicht, oder? Nee. Nee. Das ist ganz einfach. Ich weiß. Du blufst, glaube ich, aber ich... Chris Holt. Ich will ja gewinnen, ne? Sophia, raise auf 2.000. Jetzt habe ich Interesse geweckt, Herr Richter. Dennis Holt bei 1.000. So, Felix, callt er oder nicht? Schnell. Ich glaube schon, dass er callt. Ich glaube, er lässt hier nicht vertreiben, weil er denkt auch, dass Sophia vielleicht blufft. Das sind ja genau die beiden Kontrahenten, die hier am meisten gegeneinander irgendwie gespielt haben und wo halt klar ist, so irgendeiner blufft hier die ganze Zeit. Und das Ego, ich glaube, das Ego ist jetzt hier groß. Guck mal, wie er sich aufbaut. Und wie viel hast du denn noch? 7.300... 415. 7.000? Ja. Ach, die blauen, ne? Ach, die blauen. Die zählen auch. Also, Sophia kriegst du aus der Hand mit Sicherheit nicht mehr raus. Die wird das callen. Ja, ne? Ich meine, das ist natürlich schon eine super schlimme River-Karte. Der Flush kommt an, Straße kommt an, mit Dame-Bube. Machen wir mal 4K. Boah. Das ist ein Bluff. Die wird zahlen. Die überlegt doch gar nicht lange. Sophia called. Und das war ein guter Call. Ja. Hab ich richtig gezählt? Und bringt sie weit nach vorne. Das sind 14.600 Chips. Pärchen, 10er. What the fuck? Two Pairs. Oh, two Pairs. Ah, komm hier. Sehr ganz kurz. Ja, sehr gut. Mein Geld. Gut investiert. Ich blick da nicht so ganz durch. Ja, jetzt was. Doch, denn das ist eine 4.000 Euro. Schock, sie geht raus. Die Bleinstein. Da wird höflich gefragt, ob man die Chips... Darf ich? Weil im Casino werden die Chips einem immer gegeben, ne? Ja, man darf... Finger weg von den Chips, oder? Erst wenn die Chips zu einem geschoben werden. Holy fuck. Bitte was? 500 und 1.000? 500. So, Sophia hat wieder 18.000 Chips. Simon, 27.000. Der hält sich ein bisschen zurück. Da muss mehr kommen. Ja, aber so wie es aussieht, hier gibt es ja ein paar, die viel Musik machen. Gut. Auf Chris wurde übrigens am meisten gesetzt in der letzten Runde. Ja, nämlich 100%. Achtung. Bin mal gespannt, wie das in der nächsten Runde aussieht. Nee, hat's mir gedacht. Ich wollte es nur von dir. Ach so. Lass die Fliegen? Nee, nee. Ja, nee, lass die Fliegen mal fliegen sein. Wie viel ist denn auf deiner Uhr? Auf meiner ist nämlich gerade viertel nach fünf. Das ist wie so ein fetter Zunahme, dich wischt er weg. Ja, wollte ich auch sagen, mich wischt er weg. Also du musst aufpassen, dass meine Körperteile dich nicht mitreißen. Vielleicht spült es bei mir was an von dir. Sophia? Ja, bitte. Ja, Entschuldigung. Karsten, dann kannst du schon mal vorhören. Dankeschön. Du tust mir so leid. Hauke ist raus. Das war die schlechteste Hand im Spiel. Das war sie jetzt. Du bist dran, ne? Ja, ja, ich bin dran. Okay, ich muss meine Uhr noch einstellen. Dann 1.000, bitte. Oh, warte. Vergessen das ja. 1.000. Also, wir haben die Blindstruktur erhöht. Wir sind jetzt bei, so wie ich sehe, bei 500.000. Sophia, du kommst noch vielleicht nicht mehr. Noch nichts gesagt. Und jetzt kann man sich nicht mehr zurückhalten. Jetzt wird zum Beispiel der Punkt schon erreicht, wo man mit so einem Ass, Ass 7, schon all-in stellen kann oder sollte, weil du hast nicht mehr viel Zeit und dein Chip-Stack ist sehr klein. Wir haben eine Chip-Stack-Reichweite zwischen 6.000, 4.000, 10.000 und so weiter. Das sind alles Regionen, wo ein Ass eigentlich all-in gestellt werden muss. Ich spiele jetzt um den Pott. Ich spiele jetzt um den Pott. Ja. Check, ne? Ja. Um den braunen Pott. Das ist Pott. Ja, klar, check. Ja, klar, check. 2.000, ey, 2.000 schon mal. Das geht jetzt schnell. Habe ich 500.000 gerade gesagt? Hetzt ab. 500.000? Wir sind bei 500.000, also 500 Small Blood und 1.000 der Big Line. Das sind jetzt Hände. Schau dir mal an, was für Hände hier Flops gucken auf einmal. Dame 2 gegen Bube 3. Und jetzt kommt so ein Flop. So, Dennis ist aber jetzt, der wird jetzt wahrscheinlich reinkacheln. Achso, der hat ja auch noch ein Set getroffen. Heidewitz, also ein Rilling. Trips, genau. Trips, ja. Und wird aber gegen Chris eine Auszahlung kriegen mit Sicherheit. Die 2 wird ja nicht, die 2 wird er auch nicht wegschmeißen. Vermutlich nicht. Zumindest eine weitere Straße wird geschaut. Geiles Blood. Jetzt ist tatsächlich immer die Frage, wie spiele ich so, dass ich alles reinkriege? Oder? Er hat jetzt noch 5.000 dahinter. Da er gerade eben einen fetten Bluff gemacht hat und Chris ihm eben auf den Kopf auch zugesagt hat, ich glaube, du bluffst, finde ich es jetzt sogar gut, dass Dennis weiter anspielt. Da könnt ihr mit eurem Bube-König... Kommt ihr da nicht so weit? Ich glaube, Dennis spielt noch mal an. Ich meine, er hat Olin gesagt. Wenn ich richtig verstanden habe... Du wolltest ihm die Augen gucken. Ja, ja. Hat er, glaube ich... Oh ja, da ist es, da ist es Olin. Olin von Dennis. Und der Cole. Sofort ist der Cole da. Er glaubt es ihm nicht. Zweier Pärchen. Also zwei Pärchen habe ich mit dem Dreier. Was hast du, Dennis? Du hast ja gar nicht. Wieso Zweier Pärchen? Er hat zwei Zweien und zwei Dreien. Und eine Dame. Bube? Bube und was... Fuck you! Erinnereien. In der Reihe. Hütte ich! Das hast du jetzt wieder gut, was ich dir gerade gesagt habe. Oh nein! Bin ich raus oder bin ich noch drin? Bin ich noch drin? Schämen, bitte... Du hast recht, ne? Es war tatsächlich die Entscheidung, die Hand davor. Ja. So wie Chris gerade reagiert hat. Das nennt man im Pokern History. Oder die Dynamik entsteht so, dass man halt denkt, der Gegner blufft. Und irgendwann lässt man sich dazu verleiten, von der psychologischen Seite, dann irgendwann zu sagen, jetzt gucke ich aber auch mal nach, was er hat. Und dann passieren oft die Fehler. Bist du Big Blind gleich? Ja, es ist ja bis zu Olin gegangen oder was? Ja. So, damit ist Chris der Smallstack mit 2900 Chips. Also nicht mal mehr drei Big Blinds hat er. Das ist immer ärgerlich. Das ist das erste Olin und dann gleich... Hauke, dicht gefolgt, führt 4200, also vier Big Blinds. Dennis hat jetzt wieder 13.000 Chips. Andi hat auch 13.800. Simon, 27.000 und Sophia hat 18 Big Blinds, also 18.000 Chips. Ja, klar. Fliegen. Also für Hauke und Chris wird es jetzt ganz, ganz eng. Dann zählt er noch eins. König hoch reinstellen. Ja, wenn sie es dann machen würden, endlich. Und nicht weiter Flop gucken. Ich bin Big Blinds hast. Komm. Pass mal auf. Sei froh, dass er bei dir gerade vorbei ist. Ja. Hauke, willst du so sein wie Dennis? Nee, oder? Du willst dich so ein bisschen an, wie du im Moment bei Monopoly, wenn jemand Schlossstrafe und Hauptstrafe draufkommst. Ja, 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 ja. Wenn du mal draufkommst, muss man richtig viel zahlen. Willst du so sein wie Dennis? Ja, ja. Das wäre eine geile Kampagne. Sei kein Dennis. Zahlt ein Big Blinds. Sei lieber ein Hauke. Sei kein... Oh ja, komm. Hier. Aspo besooted. Oh, fuck, man. Zahl den Blinds. Zahl den Blinds. Bla, bla, bla. Simon foldet. Ich hab Bock. Auf was? Sophia called. Andy called. I was born. Komm, bist dabei, Dennis? Stoff und Schnapp-Satz. Andy called wieder. Dennis called. Call. Darüber reden wir jetzt nicht. Das haben wir jetzt oft genug besprochen. Ich sag jetzt auch nichts mehr. Du wolltest gerade schon ausholen. Ich kann dich verstehen. Deine Backen-Klustern. Ach, komm. Spiel mal fair und zwingt Chris, nicht all in. Danke, Hauke. Kein Zack. Bube, acht. Oh, Chris ist aber noch nicht weg. Hat ein Open-Ended-Straight-Draw. Also die Dame macht ihm die Straße. Die sieben. Interessante Hand hier. Dennis ist mit seiner acht-Mittel-Pair auch nicht schlecht. Da, äh, Sophia hat auch die sechs getroffen. Ja. Oh ja. Ja, geht all in. Wie jetzt? Alles kein Sinn. Chris ist all in. Und man muss dazu sagen, das ist ein gutes All-In. Das ist ein gutes All-In. Er hat die Möglichkeit auf eine Straße, er hat einen Open-Ended-Straight-Draw. Und er hat die Möglichkeit, sowas wie eine sechs zum Beispiel oder auch eine acht zum Fohl zu kriegen. Er kriegt natürlich jetzt Andi nicht raus. Aber das Ergebnis will ich mir jetzt nicht angucken. Vielleicht kriegt er Sophia raus. Vielleicht kriegt er Dennis raus. Selbst wenn er niemanden rauskriegt, hat er eine sieben oder eine Dame zur Straße. Call von Andi. Ich wollte eben schon sagen, kann jemand mit Chris eine Fliege schenken? Alle callen, das finde ich super. Call von Dennis. Das könnte jetzt ein wichtiger Moment werden. Das ist ja ein richtig großer Pott hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Turn wird jetzt sehr interessant. Es wurde jetzt gleich auch ein Zeit-Pott aufgemacht. Das heißt also, bis jetzt spielen alle den Pott, den Chris noch bezahlt hat. Genau. Und jetzt können die anderen drei Spieler, die noch mehr haben als Chris, noch mal untereinander spielen. Genau. Einen zweiten Pott aufmachen. Ganz genau. Da ist die Dame. Und da ist das Two-Pair für Sophia. Und das Two-Pair für Dennis auch noch. Und das Two-Pair für Dennis. Und vielleicht glaubt Andi auch noch an seiner Hand jetzt. Das würde ja bedeuten, das könnte ja theoretisch ein Triple-Knockout werden. Triple-K.O. In-before-Triple-K.O. Andi called. Also das ist ja wirklich die Zauberkarte hier. Auf 3.000. Ich muss jetzt, ne? Du kannst jetzt. Ich darf jetzt. Du darfst jetzt. Ich darf jetzt. Sophia Code. So. Andi könnte jetzt von der Hand kommen, ne? Dame liegt da, er überlegt sich's. Ist natürlich echt schlimm, wenn du siehst. Den Flop ist so schön. Den Flop kann man's wegschmeißen. Das Bube, ja, ne? Muss da eigentlich jetzt. Es kommt so viel an. Dame, Bube macht zwei Paar. 19 macht eine Straße. Abgesehen davon, dass man mit Dame 8 und Dame 6 gar nicht rechnet als Profi. Aber es ist natürlich hier immer auch ne Möglichkeit. Also Time heißt, du bist so langsam, aber es fehlen auch noch. Ich glaub, er will nicht. Ich bin called von Andi. Ja, er ist noch dabei. Ich will noch nicht gehen. Krasse Karte. Jetzt ist aber auch nicht gerade besser. Chris muss, oder? Ich bin raus. So. Chris gewinnt das Ding erst mal. Sophia checkt. Sein Open Ender ist angekommen. 19, Bube, Dame, König, die Straße. Und die anderen drei wollen nicht mehr spielen. Doch, Dennis muss doch noch rein. Dennis geht all in. Ich sag, Sophia called. Sophia wird callen. Ich glaube, ja. Andi wird rausgehen. Uiuiui, ich bin gespannt. Der König rettet Andi jetzt tatsächlich noch. 6000 wird dann nur ein Double Knockout. Aber auch nicht wirklich. 7050. Ich weiß nicht, wie ich soweit gekommen bin. Ich habe nicht vorhin, als ich irgendwie hier reinkam, gesagt, ich will eigentlich nur Spaß haben. Gecallt von Sophia. Ich bin schlässig langsam, ne? Wenn ich jetzt... Du kannst jetzt auch callen. Oder noch all in. Obwohl du nicht so viel hast wie dir. Oder race, was ein all in wäre. Du kannst auch all in gehen. Und Sophia muss auch all in gehen. Hä, wieso muss ich dann all in gehen? 5750. Weil dir ist dein Geld. Überlegt Andi noch. Aber du kannst ja trotzdem bei mir mitgehen und spielst nur um das, was du hast. Ich glaube, er überlegt noch. Nein. Er ist raus und spiel. Dann dürfte er jetzt zeigen. Showdown. Wer muss denn? Ja, ihr. Du musst zuerst. Wer zuerst? Ist doch egal. Weil er all in gegangen ist zuerst. Ich habe die Straße hier, Bitches. Sehr schön. Erstmal einen Schluck aus der Bulle. Wollt ihr jetzt nicht mehr zeigen? Mit Bitches, ich meine ich, ich habe euch alle lieb. Ja, ihr spielt noch gegeneinander. Ihr müsst euch zeigen, ne? Aber wenn du jetzt weg wirst, hat Dennis das gewonnen. Du kannst ja noch gegen Dennis gewinnen. Du solltest zeigen, deswegen. Wie kann ich denn gegen Dennis gewinnen? Chris kriegt doch eher alles. Nein, das hat ja nur Dennis. Er hat ja noch gar nicht genug. Tupère von Sophia. Tupère höre von Dennis. Nee, der Witzka Sophia war kurz davor, die Karten wegzuschmeißen. Das wäre echt bitter gewesen. Ist jetzt tatsächlich erst geschnallt mit dem zweiten Pott, den sie gegen Dennis spielt. Und ich hatte schon gehofft. Tja, und ich dachte, irgendwie fliegen alle raus und jetzt fliegt gar keiner raus. Also, Sophia hat, nee, Dennis hat den Pott klar gemacht. Chris hat den anderen Pott klar gemacht. Das bedeutet sein Überleben. Das bedeutet, Sophia sackt ziemlich ab. Und das bedeutet, Dennis streicht sich 10.000 ein. Und das bedeutet, wir haben gleich hier weiter Action. Das war gut so. Das war richtig gut so. Das war gut so. Und so wollen wir das gleich weitersehen. Kurze Pause, gleich wieder da. Wir hatten hier schon Platz dabei gewonnen für Chris, aber der hat es geschafft. Ja. Der hat sich den Pott nochmal geholt. Und Short Stack ist im Moment Sophia. Deine Favoritin war sie am Anfang. So kann es gehen. Meiner ist schon raus, egal. Jetzt geht es weiter. Und wir sehen, die Blind-Erhöhung, die tut dem Spiel ganz gut. Es wird ein bisschen dynamisch. Aber da geht noch was, liebe Freunde. All in, hier alle Chips, immer schön Druck machen. Der Tisch ist noch nicht ganz besetzt. Nochmal zu Sophia. Das ist aber auch ein Ding, wo sie gerade fast dabei war, die Karten wegzuschmeißen. Das sollte man niemals machen. Man sollte eigentlich die Karten immer aufdecken, wenn man dazu aufgefordert wird. Und man sollte sie wirklich nur dann wegdrücken oder wegschieben, wenn man ganz sicher ist, dass man nicht gewinnen kann. Und meistens übersieht man auch mal was. Und der Dieter weist darauf hin, ey, du hast ja doch gewonnen. Lieber. Lieber warten auf den Dealer, bis der sagt, sie müssen ihre Karten jetzt umdrehen. Alles klar. Und dann einfach umdrehen. Fertig. Da werden nämlich jetzt die Chips gerade mal gezählt, so heißt das Wort richtig. Aber wir haben zum Glück hier einen großartigen Rechner vor uns. Da können wir noch mal ganz kurz den Chip-Count hier euch erklären. Hauke hat 3.200. Unser absoluter Shorty. Simon, unser Chip-Leader-Moment mit 7.950. Sophia, 4.950. Andi, 7.900. Der ging's... Ne, das war Chris, der gerade steil ging. 7.900. Dennis, 23.400. Und Chris, jetzt wieder 12.600. Eben Comeback gemacht. Kurz vorm Knockout. Und ich bin gespannt, ob die Action jetzt genau so weitergeht. Ich will da hingehen und einfach die Chips... Ist dir auch mal so ein furchtbarer Fehler im Casino passiert? Oder ach du Scheiße, ich hab mal die beste Hand gefordert? Ich hab mal... Ich hab mal im Casino... Also, das gesprochene Wort im Casino gilt ja immer. Sofort. Das heißt, ich hatte einmal eine Situation, wo ich tatsächlich die Nuts hatte. Und ich wollte betten. Ich hatte den Nuttflush mit dem Herzass. Und ich wollte betten. Es lag ganz viel Herz auf dem Board. Und ich hatte den Nuttflush. Ich wollte betten. Und ich sage, lass uns mal checken, ob wir Herz haben. Und ich sag das zu meinem Gegner. Und der Dealer versteht, check. Mach den hier und dreht die nächste Karte rum. Dann sag ich, aber ich hab doch nur gesagt, ich will checken, ob ich Herz hab. Also, was du sagst, zählt oft. Das heißt, du musst aufpassen, was du von dir gibst. Das hast du zu deinem Partner gesagt. Lass mal... Ich hab das zu meinem Gegner gesagt. Und man darf ja mit seinem Gegner kommunizieren, auch während einer Hand. Das ist ja okay. Ich hab halt check gesagt. Und dadurch hab ich halt ganz viel Geld verpasst, was ich von ihm hätte bekommen können. Weil er hatte tatsächlich auch den schlechteren Flasch. So kann's gehen. Also, niemals... Also, ansagen ist wichtig. Aber man muss auch darauf achten, was man sagt. Also, kann schief gehen. So, es geht weiter. Da seht ihr nochmal den aktuellen Chip-Count. Und euren Chip-Count blenden wir nachher auch nochmal ein. Ihr habt also jetzt die Möglichkeit, wieder zu setzen, zu setzen. Und am Ende fette Merchandise-Pakete abzustaugen. Toll. Ich mach mal in die Regie. Danke. Danke. Ich bin da. Erstmal muss ich das Go kriegen. Dann zeig ich mir den Finger auf dich. Hallo? Alles da? Lässig. Sophia Fold. Andi Fold. Du willst die Hand spielen. Du willst die Hand spielen. Druck aus ihm, ne? Das Minimum. Them is Call. Chris Call. Okay. Tödel. Hauge Callt. Simon hat die Option. Ich bin okay. Und checkt. Vier Spiele. Hauke checkt. Simon checkt. Dennis checkt. So. Neue Runde. Altes Spiel. Alle sind dabei. Das haben wir noch nie gesehen, Jochen. Das haben wir noch nie gesehen. Dass hier von allen Spielern ein Flop angeguckt wurde. Ne, aber warte mal. Einer ist raus, oder? Was heißt das auch? Dennis kann sich lange Zeit zum Überlegen jetzt. Bis wir das Go wieder haben. Was ist das der Hauke jetzt? 1.800. 1.000. Naja. 2.200. Ich glaube an das Herz der Karten. Ich hasse diesen Sekt. Chris hat erstmal 1.000 gesetzt. Falls ihr das nicht bekommen habt. Und Hauke ist all in gegangen. Simon ist raus. Oder ein Hörspiel oder so. Aber du alleine. Alle sind ein bisschen doof. Habt ihr das? Zusammen einfach. Was denn? Sie checken alle durch. Und Chris setzt dann 1.000. Worauf von Hauke all in geht. Und Simon raus geht. Bitteschön. Das ist korrekt. Oh, hier das all in von Hauke auch wieder sehr gut mit dem Draw. Also was ich gut finde ist, dass die Leute hier tatsächlich erkennen, dass man mit einem Draw, mit einem Straight Draw oder auch mit einem Flashtraw all in gehen sollte. So wie hier zum Beispiel. Weil man hat viele Gewinnmöglichkeiten. Man sieht ja, wie hoch die Wahrscheinlichkeit immer ist hier. Das muss man nutzen. 2.200. Gekallt. Schaut auf. So. Hauke braucht eine 5 oder eine 9, um jetzt die beste Hand zu machen. Und hat tatsächlich 36%, weil er 2 Karten zu sehen bekommt damit. Irgendwas muss er spielen. Und ein 10er-Treffer bei Chris. Ja. Chris, weiter vorne. Das wird unwahrscheinlich. Nee. Und das war's. Trifft nicht. Dann gehe ich mal zu Hauke. GG, Hauke. Ein Spieler ist vom Tisch. Ja, nee, gut gespielt. Hab dich gerne wieder gesehen. Und Mädel. So, ich muss nach da, ne? Oder ist der überhaupt noch da? Ja, nee. Schleich dich. Okay, ich komme mal auf den Kaffee, ne? Tschüss, tschüss. Tschüss. Ah, die Tatli. Button bleibt bei Chris. Simon Small, Sophia Sprigblind. Ich freue mich. Das ist schön. Das war nicht ernst gemeint. Besten hier ist Lila. Hauke ist vom Tisch. Das war ein bisschen zäh am Ende. Wie war's? Merkwürdig. Handtechnisch nicht mein Abend. Und waren auch, habe ich ein paar Sachen sehr schlecht gespielt. Also bin sehr unverdient so lange drin geblieben überhaupt noch. Also ich hätte gedacht, die Blinds fressen mich noch eher auf, ehrlich gesagt. Ja, du warst ziemlich short, du musstest natürlich was machen. Und Felix hat auch gesagt, da können wir gleich noch drüber sprechen. Das war eigentlich komplett richtig, die letzte Hand da rein zu ballern. Ja, die eine mit Sophia tat mir halt sehr weh. Danach habe ich halt jegliches Handlungspotenzial verspielt. Hatte einfach nichts mehr, um irgendwen in irgendwas rein zu zwingen. Das war sehr ärgerlich. Aber sonst hat Spaß gemacht. Wir nehmen dich mit. Sprechen noch ein bisschen. Und die nächste Hand, bitte. Da habe ich dich die Mühe, den soweit herzuholen. Ja, ist echt anstrengend. An Simon weitergeben. Achso, ich bin ewig blind. So, Hauke ist in der Kommentatorenbox. Felix, letzte Hand habe ich gerade erwähnt. War gut, war gut. War auch nichts sonst rauszuholen. Ich habe nicht damit gerechnet, eine bessere zu kriegen. Und war auf einem Small Blind. Du hast einen Double-Gut-Shot. Das heißt, die Möglichkeit auf eine 5- oder 9-Straße. Und das ist auch gut. Das haben auch die wenigsten genutzt. Aber ich fand das gut, dass du es jetzt genutzt hast. Ja, kannst nichts machen. Nö. Also, habe ich ja schon gesagt. Ich hatte an vielen Stellen, zumindest gefühlt, an vielen Stellen echt Kartenpech. Also hatte immer Hände, die ich gerne spiele. Gerade wenn ich irgendwie suited bin, dann spiele ich das total gerne. Und immer Pech damit gehabt. Und halt ein, zweimal wirklich so schlecht gespielt. Und dann verdient echt viele Chips eingebüßt. Was wir hier gerade feststellen, ist, was du jetzt auch sehen wirst, ist, die Leute, die gucken sich hier bei euch am Tisch alle einen Flop an, bei sehr hohen Blinds. Ja. Und ich glaube, ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich kann mich nicht erinnern, ob du Situationen hattest, wo du mal einen Ass bekommen hast, Ass 7 oder sowas. Ja, ich hatte meinen Ass 4, meine Ass, ja doch, einen Ass 4 hatte ich mal. In so einer späten Phase, wenn du da deine Chips einfach all hinstellst, gewinnst du den Pot sofort. Dadurch kannst du deinen Chips-Deck wieder ausbauen. Und ich glaube, das nutzt hier keiner. Das heißt, das wäre für dich noch eine Möglichkeit gewesen. Aber ansonsten kannst du auch nicht viel machen. Ja. Naja. Wie war das Gefühl für dich? Wir haben so das Gefühl gehabt, am Anfang ist es sehr zäh. Dann gab es mal zwischendurch mal eine Phase, wo es ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen hat. Jetzt zum Schluss gab es noch mal ein bisschen mehr Fahrt. Wie hast du das als Spieler so erlebt? Also ich fand den Anfang wirklich sehr zäh. Ich dachte, okay, sitzen wir jetzt alle irgendwie das Ding aus. Dann dachte ich, bring mal ein bisschen Tempo rein. Hab gedacht, die Spieler, ich hab halt ehrlich gedacht, einfach gedacht, die sind schlecht. Und dachte, okay, denen kannst du jetzt ganz billig ein paar Hände abluchsen. Hab dann halt gegen so überraschend starke Hände verloren. Also wo wirklich jemand auf dem River irgendwie noch ein Pärchen trifft. Und damit zwei Pärchen hat. Und das war dann so, ja, auf, holst du rüber? Nee, nee, red ruhig. Ich sehe nur gerade im Augenwinkel, dass da in dieser Hand tatsächlich jetzt noch ein bisschen was passieren kann. Weil Simon trifft Two-Pair mit Dame 5. Und Andi, der ja nicht mehr so viele Chips hat. 8000 sind schon im Pott. Es wird knallen möglicherweise. Wird Andi jetzt da auch die Segel streichen. Ja. Er braucht dann am Ende eine 9 oder eben eine 2, um zu splitten. Oh ja, das wird Orlin. Willst du mit 500 überleben oder was? Orlin, genau. Eier zeigen, so ist das richtig. Da ist es. Eier zeigen, zeigt die Nazis. Und Simon freut sich natürlich. Es sind aber auch fiese Situationen heute, ne? Dame 9 gegen Dame 5. Da kommt die 5 auf den Turn. Eben auch schon. Marco mit Ass, Dame gegen Dame 6 raus. Da kamen genau die 6. Wir hatten auch sehr früh Leute, die so extrem im Chip-Lead waren, dass man eigentlich kaum noch was machen konnte taktisch. Weil die jeder Hand mitgegangen sind. Ja, ja. Dagegen hilft die All-In-Strategie meistens. Aber da muss man dann hinten raus einfach richtig aufs Gas. Ja, das habe ich auch sonst immer mehr gemacht. Da habe ich mich diesmal einfach nicht getraut. Weil ich dann einmal so böse abgestraft wurde, dass ich dachte, okay, ich möchte echt noch ein bisschen am Tisch bleiben. Weil irgendwie für eine Stunde bin ich auch nicht gekommen. Ja, das stimmt. Oha, jetzt hilft nur noch die 9. Oder noch eine 2. Eine 2 zum Split-Bot. Erhöht doch den Unterhaltungswert. Ich habe nicht viel. Die 2 zum Split der Botte. Oder die 9. Leider nein. Die Dame geht auch noch. Eine Dame ist auch noch am Deck. Er wusste es doch nicht mal. Er hat das nicht bemerkt. Die habe ich schlecht bemerkt. Ja! Du Scheiße. Jetzt rettet dich eine 9. Eine 9 brauchen wir. Oder eine. Oh, mit 9. 2. Ah! Knapp daneben. So, ich gehe wieder runter und begrüße Andi. Simon streicht sich den Pott ein, baut seine Führung auf 36.800 auf. Seat open. Ja, finde ich schon gerade. Alles Arschgeigen, Wichser. Nicht beleidigen. Es war super. Arschgeigen, Wichser. Ja, komm, schlag ein. Jetzt kommt schon. Ja, komm. Gott, ist das schnitt. Es ist langsam ausgeblutet. Ja. Ja, aber das war wieder so typisch. Ich habe halt nichts getroffen. Und dann Stunde um Stunde passiert nichts. Und das ist doch doof. Naja. Du musst jetzt interviewt werden. Ja, ich muss aber meine ganzen Gedöns hier mitnehmen, bevor ich interviewt werde. So, Sophia Small Blind. Der Big Blind drückt weiter auf Dennis. Das war Small 500, ne? Ja. Ich habe so langsam auch eine Theorie, wieso bei Dennis das immer so. Ja, der sammelt noch sein Zeug zusammen. Verzieh dich. Ups. Viel Glück, Schnuppi. Der Dealer sagt zum Spieler, verzieh dich. Aber schön, dass du da warst. Nice. Der soll da hinten hin zum Interview. Der nächste Spieler ist vom Tisch. Ich finde ja, man hat bei dir aber zum Schluss auch gemerkt, dass du trotzdem ehrgeizig warst. Wie wurmt dich denn jetzt diese letzte Hand vor allen Dingen? Ja, die letzte Hand wurmt mich jetzt gar nicht mal so, weil das war einfach nur Glückssache. Aber es ist halt ärgerlich, wenn man... Das war so einer dieser Abende, wo man sitzt und wartet, dass was passiert. Und für einen selbst passiert halt nichts. Es kommt halt nicht irgendwie die Hand, wo du sagst, oder dann kommt sie mal, aber dann steigen alle sofort aus. So, und... Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Dann ging nach und nach halt, wo es weniger wurde... Ich glaube, ich habe einen Pott mal gewonnen oder so. Aber das hat dann nicht gereicht. Und dann dadurch, dass die Blinds dann natürlich erhöht wurden, hat mich das dann nach und nach ausgeblutet. Und ich habe immer noch gewartet und war mir auch klar, dass ich so, ey, jetzt muss ich nehmen, was ich bekomme. Aber die waren dann trotzdem so schlecht, dass ich dachte so, ey, nee, damit... Jetzt habe ich jetzt irgendwie tausend Punkte rein oder so. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Wenn du magst, erstmal vielen Dank fürs Spielen. Wenn du magst, kommst du mit rüber zu Felix und mir, dann quatsch noch mal ein bisschen. Und gucken den anderen vor allen Dingen über die Schulter. Das macht nämlich auch richtig Spaß. Und auch für uns war es teilweise ein bisschen zäh. Aber jetzt geht es schnell weiter. Jetzt geht es schnell weiter. Das ist mir klar, aber das Traurige. Dass mir jetzt eigentlich mehr Spaß hat. Was geht denn da ab? Alter. Interview. Nice. Die bringt Glück. Hat er sich unter diesen Tausern geschoben? Alter, aber das ist das Original der Joker. Call. Chris, call. Entschuldigung. Simon weiß nicht, wohin mit seinen vielen Chips. Ich call. Simon, call. Ich habe ja gar nicht call. 1.000, bitte. Sophia ist raus. Die nicht. Ja, call erstmal dann, ne? 1.000, bitte, Simon. Ich bin raus. Hä? Du hast gerade gesagt, du call. Ich dachte, nein, ich dachte... Du hast call gesagt, du legst 1.000 rein. Komm, Alter, das ist jetzt auch kein Problem für dich. Das verlange ich. Ja, das hat er ja auch. Du hast call, Simon, bitte 1.000. Aber ich will den... Simon, das ist aber 1.27 deines Besitzes jetzt machen. Das musst du jetzt leider machen. Aber ich will doch nicht. Jeder, der hätte es nicht sagen dürfen, dass du callen willst. 1.000 rein. Jetzt mach keinen Drama. Mit dem Scheißkarten. Vielleicht kommt ja ein super Flop, aber weil du jetzt so viele Informationen gegeben hast, erhöhen die vielleicht auch. Das weiß man ja nicht. Dennis, bitte. Einen Scheiß habe ich. Einen Scheiß habe ich. Nix habe ich. Ja, aber ich check. Äh, ich sag. Achso, check. Und 1.000er bezahlt, ne? Ganz schön dumm. Ich dachte, ich kann einfach mitgehen, ohne was zahlen zu müssen. Hat der schon 10 Mal versucht. Drei Spiele. Dennis, bitte. Und jetzt hast du plötzlich was, ne? Siehst du? Ja, die Scheißkarten können ja oft was werden. Dennis, Bett 5000. Was? Alter. Der holt sich jetzt hier die Blinds einfach. So, Andi ist bei uns. Wir fokussieren uns aber jetzt gerade, bevor wir mit dir sprechen. Andi nochmal auf diese Hand, weil die ist eigentlich auch interessant. Interessant, ja. Interessant. Und Dennis wieder mal die Neun getroffen. Aber Chris mit Pocket 8 dann hat auch noch ein Open-Ended-Straight-Draw. Also sehr hohe Gewinnwahrscheinlichkeit, wie man sehen kann. Trotz des Fakts, dass er halt ein kleineres Pärchen hält. Aber auch hier wieder, ne? So Hände wie 9-3-3-2 würden gar nicht mitspielen, wenn man Preflop einfach mehr Musik machen würde. Passiert aber nicht. Das ist ein gängiges Thema hier. Chris called 5000. 5000? Das ist ein sportliches Bett jetzt schon hier. Na gut, der hat aber auch ein Open-Ended-Straight-Straight-Straight. Ja. Jetzt halbiert sich seine Gewinnwahrscheinlichkeit von einer Straße auf die nächste. Ihm hilft hier auch noch die 8. Also die 8 ist auch noch quasi ein Out. Wie meinst du das? Weil er dann ein Set macht gegenüber seinem Top-Pair. Also die Acht, obwohl dann eine Vierkartenstraße möglich wäre, würde ihm die beste Hand machen. Deswegen hat er immer noch seine 25 Prozent jetzt. Normalerweise hätte man weniger. Dennis hat ein Instant-Call von Chris. Jetzt geht's aber ein Fatsi-Fatsi hier. Also ein Instant-Call. Jetzt geht's, die wollen alle nach Hause. Die Acht, die lacht. Mein Tipp, die Zehn auf dem River. Zehn, Fünf oder Acht? Brauchte Chris. Ein Neuner-Pärchen. Ich hasse dich. Aber wenn er jetzt Acht da verliert, muss er sich das selber zuschreiben. Rettet Chris. Die reicht nicht. Andi, wir sprechen gleich weiter. Du sitzt hier so bequem. Ich geh trotzdem rein. Zu Chris, der ist grad vom Tisch gedommen worden. Sieht aus. Blah. Du bist raus. Check mal richtig nach. Du hast noch nicht mal gezählt. Na ja, man sieht's ja so. Guck mal, wie viele Tausend noch ein Fünfhunderter hat. Wir möchten doch nicht gehen, glaub ich. 2000 sind wir in der ersten Dreihen dabei. Ich bin gleich wieder bei euch. Ja, 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 alles gut. Ja, stimmt. Gehst du direkt, oder was? Nein, ich warte auf dich. Wo gehst du denn hin, Simon? Ich will den Christopher. Ich kann den Arm nicht so. Wieso? Weil der kaputt ist. Ich find das schön, dass wir so weit auseinandersitzen und nicht alle auf einer Ecke. Das sagt irgendwie etwas, was er haben ist. Na, Lady? Wer hätte das gedacht? Da braucht man nicht viel zu sagen. Zweimal All-In gegen Dennis. Ich glaub, ich hab aber vieles richtig, einiges richtig gemacht. Glaube ich zumindest. Ich hätt aber trotzdem aggressiver spielen sollen. Das war echt dumm. Ja, und zum Schluss zu riskant gespielt. Du ärgerst dich ein bisschen, oder? Ja, total, ja. Also nicht nur ein bisschen, total wirklich. Das finde ich persönlich gut, weil dann weiß man, dass man mit Leidenschaft Poker spielt. Und das machst du, ne? Ja. Wie war es für dich den ganzen Abend so? Ja, am Anfang fand ich das schon ein bisschen lame. Also man ist so langsam reingekommen. Also auch selten eine gute Karte bekommen. Beim ersten, ich glaub, ein Full House hatte ich da, was ich denen ja auch nicht gezeigt habe. Ich glaub, sind die ja leider nicht mitgegangen, nicht so gut gewonnen. Also ist nicht viel passiert. Also selten gute Karten gehabt, die ich spielen konnte. Und ja, hab mich ein bisschen zurückgehalten. Aber dann, ja, zum Schluss hin, hat man dann, ja, ein bisschen die Nerven, also nicht die Nerven verloren, aber man hat ja auch, wird müde und will mehr riskieren, ne? Wir können gleich noch drüber sprechen. Andi sitzt bei uns noch in der Pokerkabine. Das heißt, du kannst in Ruhe noch abchillen und dann kommen wir gleich noch mit dir ins Gespräch. Alles klar. Danke fürs Spielen. Drei sind noch übrig. Geht weiter. So, vier Fold. Mehr drei. Dennis, race auf 3000. So, Andi, Chris ist raus, jetzt erst mal zu dir. Ich glaube, ihr habt so ein ähnliches Gefühl. Auch er saß lange da und hat wenig bekommen, hat er gerade gesagt. Das schlaucht natürlich auch, oder? Ja, das schlaucht. Das stimmt. Ich kann es ja auch nicht so sagen. Wie gesagt, ich mache das jetzt auch nicht häufig, aber es ist schon auffällig. Ruhig entschuldigen. Es ist schon auffällig, wenn man mal online spielt oder wenn man mal auf dem Computer spielt oder dann auch mal mit Freunden so hin und wieder. Es gibt halt einfach diese Abende, wo man Motivationsschübe so bekommt. Also alle 30 Minuten. Dann hat man mal ein gutes Blatt und dann versucht man es und vielleicht wird auch was draus oder auch eben nicht. Aber das ist auch gar nicht so richtig, sondern es ist so, okay, es geht weiter und so. Und mal gucken, wie sich dann die Coins da so entwickeln. Aber wenn halt so, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Du hast wirklich kaum was gekriegt. Ja, genau. Es ist halb zwölf und ich habe für mein Gefühl, ich glaube, ich habe dreimal irgendwie was Brauchbares bekommen. Und hätte da vielleicht auch ein bisschen aggressiver dann auch reingeben müssen, aber... Das war sowieso ein Thema, was uns aufgefallen ist, dass ihr sehr verhalten wart. Ja, ich war eher vorsichtig. Auch mit guten Karten, die ihr geballt habt. Ja, ich habe eher vorsichtig gemacht. Kann man sagen, Felix, dann muss man sich das am Ende selber ankreiden, weil man in den Situationen, in den wenigen, die man hat, zu wenig Kohle gemacht hat, weil man zu passiv war. Ich habe es gerade schon gesagt. Pocket 8er, dass man gegen 9-3 verliert, das ist eigentlich ein Unding. Das darf nicht passieren. Also 9-3 darfst du gar nicht mehr dazu kriegen, dass der einen Flop gucken darf. Weil wenn der einen Flop guckt und der trifft die 9 und du riskierst dann alles, dann ist es dein eigener Fehler. Aber wenn du vor dem Flop in 8ern reinstellst, ist es nicht dein Fehler, sondern die anderen machen vielleicht die Fehler. Und dann ist es halt gut. Dann ist es eine Sache der Karten. Aber im Endeffekt hast du wenigstens die richtige Entscheidung getroffen. Das ist das, was zählt. Auf die Art dauert es auch lange. Naja. Vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr nette Zufälle. Nette, nette Brief-Ropp-Klaren. Sag uns noch, wem traust du jetzt zu, das Ding hier zu rocken? Also wir können mal ganz kurz auf die Chips gucken. 734.000. Sophie, nur noch 2.500. Und Dennis, 43.000. Ja, Dennis ist ganz gut dabei. Aber es ist trotzdem, habe ich mir sagen lassen und jetzt auch am eigenen Leib erfahren. Ich weiß nicht, wie Simon das macht, ehrlich gesagt. Da habt ihr wahrscheinlich jetzt hier eine recht spannende Analyse dazu. In den letzten 2-3 Stunden. Also ich gucke mich hin. Und dann alle halbe Stunde hat man das Gefühl, irgendwie hat er mehr. Und dann hat er wieder mehr. Simon hat wirklich einen Lauf gehabt. Der hat zweimal einen Lauf gehabt. Jetzt in der letzten Zeit. Und am Anfang hat er auch... Ja. Also eben hat er... Der trifft gut. Ah, okay. Ich meine, die Hand jetzt... Du bist doch gerade gegen ihn rausgeflogen. Mit Dame 9 gegen Dame 5. Richtig? Genau, das war das doch. Das war ja... Er hat ja ein unglaubliches Glück, was er dann auch hatte, die 5 zu treffen. Also das passiert ja wirklich unter 10% der Fälle. Deswegen kannst du dir da auch nichts ankreiden. Das ist ja alles wunderbar gelaufen eigentlich. Das war auch das Logische, was ich hätte machen können. Dadurch kamen dann seine Chips. Aber so war es vorher, glaube ich, auch schon. Ja? Also, so wie ich es mich erinnern kann. Er hat keine großartigen Pötte gezogen. Mit richtig guten Karten dabei. Aber man muss schon sagen... Zumindest habe ich das so das Gefühl gehabt, dass er schon gerne viel dann reingibt. Ja, genau. Also, dass er... Und ich konnte das immer nicht so einschätzen. Hat er jetzt ein super Blatt? Oder macht er das einfach generell? Auch nur, wenn irgendwie mal ein König dabei ist oder so. Weißt du? Dass er sagt, alles ist ganz gut. Oh, bumms. Hau ich mal Geld rein. Und irgendwie hat er am Ende auch Glück dabei. Also, ich glaube, das ist ein bisschen eher die Strategie, die er gefahren ist. Und damit auch natürlich für Unsicherungen gesorgt hat in den Stunden. Also, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Er hat eigentlich immer nur gesetzt, wenn er wirklich was Gutes hatte. Ja? Also, wenn er groß gesetzt hat, geblufft hat er. Er war nicht eine... Sophia und Dennis sind diejenigen, die gerne mal blüfften. Und für Sophia geht es jetzt gerade um alles. Ich habe auch geblüfft zweimal. Für Sophia geht es jetzt gerade um alles. Schauen wir uns die letzte Karte noch mal an, der River. Und dann ist sie nämlich auch raus. Sophia braucht eine Dame oder eine Acht. Siebener Pärchen. Ich hatte noch gar nichts. Sophia, bisher nur Heikert Dame. Das bewirkt nicht. Das war nichts. Das war's. Das war's. So, Dennis macht den Pott klar. Das Heads-Up steht. Sophia geht raus. Die wird gleich auch noch hier bei uns sein. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Wir richten uns ein fürs Heads-Up. Für euch bedeutet das natürlich leider, ihr könnt jetzt nicht mehr spielen. Bis zum Heads-Up konntet ihr noch spielen. Wer am Ende gewonnen hat, zeigen wir euch gleich. Jetzt erstmal eine kurze Pause. Gleich wieder hier. Sophia ist bei uns. Der Tisch ist noch nicht wieder da. Ich stehe noch draußen und fachsimpel. Sie machen es sich gemütlich fürs Heads-Up gleich. Ist das ein undankbarer dritter Platz oder ist es dir egal? Das glaube ich nicht. Ähm, ja, ich bin da ja nicht sonderlich empfindlich. Ich hab, glaube ich, ich fand meinen Anfang ganz gut. Ja, du warst, glaube ich, Chip-Lieder am Anfang mal. Ja, deswegen zwischendurch auch mal ganz gut gewesen. Knapp hinter Simon. Ähm, man kann nicht alles haben. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Wodurch ist es gekommen, dass du vom Chip-Lieder dann doch wieder so... Hast du irgendeinen... Zuckerspiegel ist runtergegangen. Die Schokobongs waren alle. Ähm, nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Dann sind ein paar Blätter gefolgt, die einfach nicht sehr, äh, glücksbringend waren, sag ich jetzt mal. Und für einen Bluff hat es dann nicht gereicht. Bei mir und dann, ja, ging es halt bergab. Okay, das ist meine größte Sorge. Ähm, ich überleg gerade, ähm, ob Felix kommt. Den würde ich nämlich gleich noch fragen. Ähm... Was meine Taktik... Ich frage mich, hatte ich eine Taktik? Ich frage mich, ob ihr irgendwas... Wie bei Künstlern, wo später Leute sagen... Felix, komm rein! Der Künstler hat sich was dabei gedacht. Ich frage mich, ob ihr euch gedacht habt, das hat sie sich dabei gedacht. Habe ich mir was dabei gedacht, Felix, was ich gemacht habe? Ich... Am Anfang dachte ich ja. Am Anfang war ich überzeugt, ja. Und dann später hat man gemerkt, so dann... Also am Anfang war der Lauf. Und dann hat man so gemerkt, so nachdem der Lauf so ein bisschen nachgelassen hat, hast du da trotzdem nochmal weiterprobiert. Und mal geguckt, so, ach komm, eine Karte gucke ich noch. Und noch eine Karte. Und dann hat man gemerkt, dass das halt dein Chips-Deck halt irgendwie so richtig so zum Abbau gebracht hat. Ja, genau. Ja, und ich glaube, am Anfang warst du ganz gut dabei. So, hast die richtigen Situationen geschaut. So, wo sind die Leute schwach? Dann hast du angesetzt und die haben alle weggeschmissen. Das war auch gut. Und ich glaube, was wir festgestellt haben, ist, dass dann irgendwann die Aggression gefehlt hat. Genau. Da musste wieder Aggression reinkommen und die hat irgendwie... Da hat die Kraft nicht mehr gereicht. Habt ihr euch alle immer nur noch Flops angeguckt und dann wurden immer noch so Karten verglichen. Das hat, glaube ich, aber auch meine Chips gefressen, dass ich irgendwann alles so ein bisschen sehen wollte und alles ein bisschen mitgespielt habe und verpeilt habe, dass dabei mein Chips-Deck so runtergefallen ist. Genau, ja. Das Heads-Up geht los. Das heißt für euch, liebe Freunde, ihr könnt jetzt nicht mehr mitspielen. Wir haben natürlich einen Gewinner. Den sagen wir euch auch am Ende der Sendung. Wir werden natürlich hier bei uns gewonnen. Also, Sophie, vielen, vielen Dank fürs Spielen. Sophia hat aber trotzdem Spaß gemacht, oder? Auf jeden Fall. Immer wieder gerne. Ja? Wer wird gewinnen? Sehr schwer zu sagen. Sind zwei sehr verrückte Menschen, ne? Die sind sehr... Und guck sie dir an, das sagt doch schon alles aus. Zwei unberechenbare Chaoten spielen gegeneinander. Beide mit 25.000 ungefähr. Das ist die Chance 50-50. Was glaubt ihr? Habt ihr eine Vermutung? Ist es total schwierig. Ich finde es auch schwierig. Ich weiß es nicht. Ich glaube Dennis. Ja? Ja. Ich weiß nicht. Simon war so der Silent Assassin. Der hat sich so von hinten irgendwie herangetastet. Und irgendwann, am Anfang dachte ich so, bei dem passiert nicht viel. Aber am Ende hat er jetzt einen fetten Stack aufgebaut. Bei Dennis, ich weiß nicht. Dennis könnte das... Habe ich das Gefühl so... Habe ich auch bei euch mal gespürt. Da ist so ein bisschen Ego im Spiel. Man will dem anderen nichts gönnen. Und ich weiß nicht, das könnte ihm noch zum Verhängnis werden. Aber ich weiß es nicht. Mal gucken. Wir gucken uns das jetzt an. Danke fürs Spielen. Und gerne wieder. Ich frage es euch allen noch. Danke. So Zuschauer sind nicht mehr dabei. Das heißt, ihr könnt dann mal direkt loslegen. Du bist dran. Ja, let's go. Drei. Heads up geht los. Felix. Dennis, raise up 3000. Das wird aber auf einmal geraced hier. Taktik beim Heads up ist immer ganz anders. Ja, raisen. Taktik im Heads up raisen. Aber jetzt legt Dennis auch wirklich los. Und das finde ich gut mit 6,5. Und guck mal, Simon schmeißt den Ass weg. Monsterkarte im Heads up, ne? Also im Heads up ist ein Ass bombenstark. Selbst jeder König ist noch spielbar. Und man sollte tatsächlich einfach immer seine Hände raisen, wenn man sie spielt. Ein bisschen? Ein bisschen? Ein bisschen? Ich meine, das ist wirklich mit was... Wurde der für das Pukkan gemacht hat? Du hast ja auch gesagt, du kannst es nicht genau einschätzen, wer es jetzt machen wird. Schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Ich weiß nicht. Sind die sich in der Spielweise relativ ähnlich? Nee, überhaupt nicht. Wie du gerade siehst, also jetzt fängt Dennis an, aufs Gaspedal zu treten mit 6,5 suited. Und Simon schmeißt den Ass weg. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wenn er jetzt hier einen Ass wegschmeißt, dann bin ich mal gespannt, wie er gleich weiterspielt. Oder ob er jetzt eher Verhalten spielt. Oder ob ihm die Aggression jetzt hier irgendwie übel aufstößt. Weil Dennis, wie man sieht, wenn Dennis ihm mit Aggression begegnet, kann ihn das unter Druck setzen. Also so kommt es mir jetzt vor. Aber lass mal abwarten. Jetzt hat Simon einen Ass. Zumindest wird schon mal geraced jetzt. Ich habe es gerade gemerkt, es war wieder diese Nummer. Tut mir leid, ich bin auch schon müde. Aber du willst noch gerne dazu reichen? Äh, nee. Ich raise auf 2.000. Bet. Raise. Check. Aber halt. 2.000. 8. Sag es einfach an. Er macht original 8.000. 8.000. Vor dem Flop. Dennis re-raise 8.000. Ich habe jetzt 8 reingelegt, muss ich den wieder wegnehmen, oder was? Willst du jetzt auf die Art mir die ganze Zeit hier die kleinen Pötte nehmen, oder was? Nee, ich will einfach... Doch, doch, das ist dein Taktik. Das ist auch was drin ist. Nicht diese kleinen Pötte-Pollet-Dinger. Nee, du kommst einfach jetzt die ganze Zeit hier mit deinen... Ach, das ist mittlerweile nicht viel. Wir beide haben fünfstellige Beträge hier. Du weißt doch gar nicht, was ich habe. Vielleicht habe ich voll die guten Karten. Du hast zwei Karten. Wie cool können die sein? Ach nee, komm, ey. Nee, dann werde ich jetzt halt... Fold. Folden. Frechheit. So, mittlerweile ist auch Chris da. Eben auch vor so vier noch rausgeflogen. Aber dich wollen wir natürlich auch noch mit dir sprechen. Sitzen die beiden Richtigen erstmal mit dem Netz, aber aus deiner Sicht? Ja, irgendwie nicht. Nein, also Simon kenne ich ja schon ein bisschen länger. Gut, schau ein Stück rüber, damit du alle willst. Schon ein paar Mal auch mit ihm gezockt. Das ist ja so ein richtiges, reines Glücksbild einfach. Nein, Mann, Poker. Das ist echt unglaublich. Der Typ kommt, spielt und gewinnt. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja, und Dennis, ich weiß nicht, ich habe es ja jetzt vermutet, nur, dass er schon, glaube ich, ziemlich oft geblufft hat. Und ich bin halt die zwei Male, wo ich bei dem All-In auch mitgegangen bin, ja, nicht in den Bluff reingehört. Dennis Colt. Er hatte eine Hand, ja. Ja, und da hat er schon eine bessere Hand als ich gehabt, ne. Ärgerlich, aber ja, so ist das halt. Man ist immer in einem Glücksspiel, ne. Ja, man sieht ja, dass der Dennis dadurch, dass er eben so aggressiv spielt, was man jetzt auch gerade bei den Vierern zum Beispiel gesehen hat, fand ich sehr gutes Re-Race übrigens, sieht man, dass er die Leute so ein bisschen off-balance bekommt. Also, man merkt halt einfach, dass, der holt die durch das Spiel so ein bisschen aus der Komfortzone raus und dadurch kommen dann eben so Situationen, wo du denkst, ah, jetzt call ich ihn dabei, der muss doch, der kann doch nicht immer was haben, ne. Ja, ja, das ist es, ja. Also, er hat auch so ein bisschen krasse Körpersprache, finde ich auch so, ne. Der setzt sich da so, ja, wie eben so. Ja, ja, macht das Ding, ne. Ja, ja, sitzt der, der Tisch gehört mir. Ja, also, er hat das schon richtig gemacht. Aber das ist total interessant, dass jetzt auf einmal die Action passiert. Ja. Dass sie jetzt auf einmal race, re-race, 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 und eben am Tisch so, hä? Das sind Jacqueline Hyde hier, zwei verschiedene Leute, die jetzt hier spielen, als das vorhin. Eben alle nur limp, 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 call, 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 flop, flop, flop. Jetzt gibt's race, re-race, zack. Ja, ich fand's auch, am Anfang fand ich das ein bisschen, das Ganze ein bisschen lame, ja. Also, das ist so sehr lame gestartet. Also, Sophie hat mich zum Beispiel am Anfang sehr beeindruckt. Da war ich, dachte ich, okay, wow, muss man aufpassen. Das wisst ihr alle. Hat wahrscheinlich dann, ja, irgendwann mal hat sie dann halt einen fetten Pott verloren und hat sich dann zurückgezogen gesehen. Ja, dann kam Simon, ja. Lass dran. Ja. Du kannst right beginnen. Ja, wir haben das am Anfang auch festgestellt. So, die Bluffs waren nicht schlecht und Sophia hat richtig Gas gegeben, aber es wurde zu wenig gesetzt und immer zu selten geraced am Endeffekt. Dann haben alle irgendwie so diese Passivität, sind sie. Ich glaube, ich habe auch nur einmal, noch einmal habe ich, glaube ich, geblufft. Aber auch gewonnen dann. Ja. Gegen Simon, das ist nur eine Karte. Und die hat selten gute Karten gehabt einfach. Ich weiß nicht, wie es bei Simon ist, aber hat der wirklich, also hat der jetzt oft geblufft oder hat der wirklich so gute Karten auch gehabt gehabt? Mal gegen vielleicht keine 5-Karte. Ja, da gute Hände. Am Ende, wenn er gesetzt hat, hat er am Ende immer gute Hände gehabt, ja. Das ist der Chip-Counter im Moment, 46.700 für Dennis und Simon hat 33.300. Ist noch nicht gegessen, ne, bei dem Chip-Counter. Ne, da kann doch alles passieren. Also ich vermute mal, Simon will auch demnächst die Nerven verlieren und kann ihm Bock mehr auch haben und also ich tippe immer auf Dennis. Ja, ich glaube, so langsam geht meine Wahl auch auf Dennis. Okay, wir schauen uns, die hat man in Ruhe an. Dennis, Racer auf 3000. Vielleicht andere Leute jetzt hier, wir würden ja auf einmal geraced. Jetzt geht's da los. Wollen wir nicht einmal geraced? Ne, 3000. Wir raced 8000. 3000. Er ist aber, in meiner Meinung, liegt das so ein bisschen, also, ich glaube, die Selten, aber an den Blindslack ist bei mir. Blind zu erhöht, wo seid ihr auf 1000 auf einmal. Ihr seid jetzt immer in den Blinds. Ihr kommt doch nicht mehr raus. Ich darfst uns trotzdem gerne erinnern, offensichtlich. Ah, so ein bisschen so geil, easy listening, Faustürmucke im Hintergrund wäre eigentlich ganz egal. Kann die Regie vielleicht einfach nochmal zwei oder drei Gewinnerpizzen bestellen? Ja, und ein bisschen Sauerstoff reinpumpen. Sauerst zuerst und dann Gewinnerpizzen. Und auch für die Teams. Sind die Karten da? Die Karten sind da. Ne, ne. Im Programm ist die Frage. Darfst du. Okay. Nach da gehen die Blinds hoch. Also ich würde mitgehen. Ja. Noch sind ja die alten Blinds. Noch ist 1000 Big Blind. Also zum Mitgehen musst du 500 nochmal rein. Aber du gehst raus. So. Die Blinds sind jetzt bei 1000 und 2000. Ich hab Big, ne? Small. Ich hab Small. 2000. Ja. Ja, alles wird teurer, Alter. That's how it works. Ja, weil das ist ja... Ich hab jetzt versprochen, es geht schnell. Wie soll ich mir da die Miete leisten? Na, hat die Regie sich gedacht, die machen nicht schnell genug. Müssen wir halt draufdrücken. Dennis? Sechs. Dennis, race auf 6000, Simon Folt. Sorry. Oh. Die Blinds, bitte. Wenigstens brauchen wir die jetzt alle nicht mehr. Ich hab die schon lange nicht mehr gebraucht, aber... Ja, ja, sag ich ja. So. Nur noch die coolen Chips. Tobus und Andis wollten die unbedingt weiterverwenden. Nee, Simon Folt. Mich wundert sowieso, dass Simon das so lange durchgehalten hat. Wie schon erwähnt, er hat ja gesagt, nach drei Stunden wird er müde und er kann nicht mehr. Dann kriegt er ein Zild. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Der sitzt im Hetzamt und scheint noch ein bisschen Kraft zu haben, ne? Ja. Obwohl er schon ein bisschen müde wirkt. Ja. Ja, der ist schon müde, aber es stimmt, ja. Also eigentlich hätte er schon viel früher mehr All-In gegangen und wäre schon eigentlich, glaube ich, auch raus. Aber, ja, die letzten Reserven kratzt er noch irgendwo raus, ne? Acht. Aber ich glaube, Dennis ist so richtig, sie haben Wohlfühlen hier so gerade. Der ist so richtig so, ich boi mich so auf, das ist mein Tisch, der gehört mir, ich rasiere euch alle. Das ist auch Chipli, der ist gerade, wenn sich das rasiere. Ja. Das gefällt ihm jetzt. Du bist so ein Bösewicht aus, ne? Cartoon. Der Flop. Keiner hat was. Im Hetzamt ist es echt oft immer so, keiner hat was, der da anspielt, gewinnt, der da raced, gewinnt und der da einfach aggressiv bleibt. Also wenn zwei Spieler am Tisch bleiben, muss man doch eigentlich nur aggressiv spielen. Die ganze Zeit, ja. Die ganze Zeit aggressiv spielen. Und du musst vor allen Dingen auch, wenn du was triffst, musst du auch dem Gegenüber, musst du halt Paroli bieten, dann musst du halt in den Showdown gehen. Also auch wenn du nur die sechs zum Beispiel getroffen hast oder so, musst du weiterspielen, weiterspielen. Und du darfst dich nicht immer rausdrücken lassen. Eben auch schon hat der Simon einen Ass weggeschmissen, einen Preflop gegen den Rays, das darf man auch nicht machen. Also man muss eigentlich wirklich immer im Heads-Up mit dabei bleiben. Aber das ist so selten, dass jemand eine Hand hat, guck mal, Bube 5 ist halt Gemüse. Aber wisst ihr, was ich glaube, jetzt wo Simon auch schon gesagt hat, mache ich es oder mache ich es nicht. Ich glaube, Simon ist auch mal für ein unkonventionellendes All-In mal gleich zu haben. Das ist ein müdes All-In. Das hat er ja auch am Tisch, Chris, wo du doch da gespielt hast, auch schon mal gebracht, wo ich gedacht habe, ups. Hattest du gar nichts? Das ist das Ding, Dennis spielt angewinnt, so ist es. Das ist eigentlich auch die Gefahr, dass man zu schnell die ganzen Chips freiwillig abgibt und zu passiv dann. Und dann stehst du da und sagst, oh, jetzt habe ich nichts mehr. Du denkst, du kannst noch warten, du denkst, du hast Zeit, aber du hast keine Zeit. Das rennt dir davon. Du musst die Chips mitnehmen. Habe ich auch nicht gemerkt. Siehst du? So spät ist es schon. Die Blinds, bitte. Wo sind wir? Bei 5.000? Genau. Wer ist gerade? Small, Simon, genau. 1.000. 1.000? Okay. 2.000. Check. Ich weiß, ich würde es gleich erhöhen. Mach ich aber nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn er die Hand jetzt spielt, dann weiß man direkt, was er hat. Also er hat ja quasi schon gesagt, dass er schwach ist. Riesigen Haufen an. Check. Auch die Körperhaltung, ne? Ja. Also Simon sitzt da, ich bin müde, Dennis greift mit den Armen über die Reling und sagt, hey, komm, die Körperspannung sagt eigentlich einiges aus. Ich finde, allein durch die Körperspannung ist er ihnen halt überlegen. Das stimmt. Big Blind, bitte noch. In der Hand, mit den 16. Ich sollte mal Poker spielen. 16.000. So ein geiles Spiel. Das ist einfach mega genial. Ich glaube auch, dass das einen riesen Einfluss hat. Also Mindset ist halt gerade auch bei Profi-Pokerspielern das A und O. Also nur über das Mindset definiert sich die Edge, also der Vorteil gegenüber anderen Spielern. Weil irgendwann sind Strategien irgendwo gleich. Jeder weiß ungefähr, wie gespielt werden muss und so. Und wenn du halt der bessere Spieler mit dem besseren Mindset bist, der halt wirklich dann so da sitzt und confident ist, kannst du mehr gewinnen. Und auch Verbal jetzt so äußert Simon Mensch, lass doch mal einen Flop spielen. Der zeigt sich sehr devot und ich glaube, Dennis riecht das absolut und macht genau das richtige Race, die sind massiv unter Druck, fodert eine Monsterhahn. Ass 9 ist Hammerhead's Up Monster. Wahnsinn. Aber davor, weißt du noch, er war selber umgekehrt, war es ja so, dass er so gespielt hat, wo er schon beim Flop, beim Blind schon erhöht hat. Und Dennis, muss ich sagen, der riecht das und er hat das wirklich erkannt und nutzt das richtig gut aus jetzt. Macht er gut. Ich glaube, es ist keiner mehr hier. Ja, ne? Die Blinds Maschinen. Simon Small. Ich hab Small. Und du hast den Big Blind. Wie er auch schon die Karten hält, ne? Was sagst du? Ne. Simon Fowlert. Jetzt gibt's da wieder Blinds ab. Auch 4-3 suited ist eine Hand. Das sind alles Hände, die sollte er spielen, auf jeden Fall. Also im Heads-Up, es geht nicht mehr darum, was für Karten du hast. Es geht mehr darum, dass du in der richtigen Situation Druck machst. Und der Gegner hat ja auch zwei beliebige Karten. Da ist ja Müll dabei. Wenn ich was hatte, dann war es für mich schwierig, dann einzusteigen, wenn du mal spielst, ne? Ja, aber du bist halt ja auch so, du blöpfst ja dann auch einen immer am anderen. Stimmt, also wenn ich das jetzt so Grenze-S-Poker, also so Profi-Poker angucke, wenn da jetzt wirklich jemand zu zweit, die zum Schluss am Tisch ist, da wird ja wie jede zweite Runde das ja noch hin. Das geht schon. Nichts gegen Simon. Ich mag Simon. Aber auch er verrät jetzt auch komplett seine Strategie. Ich glaube, er hat aufgegeben und wenn der das Ding jetzt umreißt, dann bin ich echt baff und ich glaube ehrlich gesagt, Simon, sieh mir das nach, ich glaube es ehrlich gesagt im Moment nicht. Also mit dem Blob wird er das nicht mehr umreißen, das wird man. Also nur mit einer guten Karte. Und dann merkt man dies auch sofort an, dass er eine gute Karte hat, weil er sich wahrscheinlich wieder aufrichtet und mitspielt. Du bist auf jeden Fall als erstes dran, also du kannst dann direkt holen gehen, ohne anzugucken. Er muss ja nicht mitmachen. Chris, letzte Frage noch, spielst du eigentlich gelegentlich selber noch in anderen Runden oder online oder so? Gelegentlich spielen wir, also ich muss jetzt sagen, lange nicht mehr gespielt, aber gelegentlich spielen wir halt hier auch mal in der Redaktion mal so abends mit den Jungs. Aber das ist doch weniger spannend, denn ich war schon lange nicht mehr dabei. Wer ist denn da mal der Beste? Meine Meinung nach, also Eddie ist ganz gut schnell, ganz so tief, man glaubt, also Daniel natürlich schreckert auch. Und Simon ist ja, der war ja auch wie gesagt oft dabei. Also die beiden, Eddie und Schröckert, sind so die Gegner, wo ich sag, okay, muss man vorsichtig sein. Okay, dann drück ich dir die Daumen, dass du beim nächsten Mal die Jungs platt machst. Vielen Dank, dass du da warst. Nicht dafür. Hat Spaß gemacht. Also aufdecken, ja? Ja. Ich würde da rum. König Bugo. Das könnte es jetzt schon sein. So, Simon ist mit 5-4 suited. Ich glaube, er hat keinen Bock mehr jetzt. Er hat auch keine Chips mehr. Er geht all in. Also das all in ist gar nicht mal so verkehrt, das kann man schon machen. Da kommt aber direkt die 4. Simon. Oh, der macht 2 Paar. 2 Paar. Das müsste ihm doch eigentlich Ansporn geben beim nächsten Mal. Pass mal, wenn die 3 kommt. Dann ärgert er sich. Jetzt kommt die 3. 3. Nee, König. Aber der König hilft auch nicht mehr. Okay, wir brauchen hier noch mehr Bier. Wir brauchen hier irgendwie noch ein bisschen. Ja. Simon verdoppelt. Ah. Also ich freue mich, aber irgendwie auch. Ah. Tupé. Oh. Das sind die Reserven. Ein durchgeschütteltes, schönes Bier. Nur nicht am Tisch aufmachen, Simon. Nein, ich will dir nicht dein letztes. Komm. Ich habe noch ein halbes. Okay, das mache ich. Diesen Deal. Gehe ich ein. 5. Du machst das, ne? Ja. Ich komme sofort. Ich hatte gerade eben gesagt, wenn nicht ein Wunder passiert. Das erste Wunder ist eingetreten. Es geht weiter. Ist gerade Pause, oder was? Vielleicht kommt noch eins. Ich suche da vielleicht irgendwas zum Aufmachen. Hallo? Nee, Batterie. Nein, wir machen keine Pause. Sitzen bleiben, bitte. Zwölf. Da stehen die, die Spieler stehen schon vom Tisch auf. Auch nicht schlecht. So was gibt es auch im Casino? Pause. Beim Hats-Up, wo es um 100.000 Euro geht? Also im Endeffekt kannst du da wirklich machen, was du willst. Außer das Casino macht um 3 Uhr zu, was im deutschen Casino schon mal passieren kann. Aber ansonsten können sich die Kontrahenten auch sagen, ey, komm, lass mal Pause machen. Ist das so? Ja, ja. Das kann man schon machen. Achso. Okay. Ganz schönes Glück. Das war ganz schönes Glück, was du da gerade an Tag gelegt hast. 14.800. Ja, man muss halt warten. Man muss genau auf den Moment, wenn das Gefühl passt. Ja, so machst du. Okay. Fertig klappen. So viel muss ich abgeben. Mehr noch. Nimm nochmal ein bisschen runter von dem da oben. 14.800. 14.800. Ach, seine lustigen blauen hat er da noch, ne? Bitte. Jetzt noch. Einige braune. Das war hart. Da hätte ich gerne die Chance mal gesehen. Bei König Bube gegen 4.5. Ja, es war wirklich. Aber ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl. Kann ich nicht anders sagen. Ja, das war die Rache für dieses ständige, mich mit den Blinds irgendwie so vergewaltigen. Ich habe mir die Vergewaltigung angefangen. Simon hat erkannt, das war eine gute Hand für ihn. Vielleicht gibt dir das einen emotionalen Aufschwung. Ja, aber dann hätte ich vielleicht in irgendeinem Orlen alles verloren. Das ist... Was soll ich sagen? Ich spiele die Karten, mit denen ich ein gutes... Die Blinds. Big Blinds, Simon. Okay. Wie viel? 2.000. Entschuldigung, das ist dran. Okay. 6. Dennis Raced 6.000. Dennis Raced. Nee, brauchst gar nicht. Kannst du mal. Simon Fold. Und weiter geht das langweilig. Hin und her. Die Blinds. Spätestens jetzt würde irgendeine heiße Kellnerin ankommen und uns irgendwelche Getränke anbieten. Bist ein Big Blind, Dennis. Gerne. Simon Raced auf irgendwas Unverständliches. 7.000. Der bitte zurück. 7. Nee, kann ich 8 daraus machen eigentlich? Raise. Jetzt kommt ein Knaller. Dann sag doch mal was an. Das wäre am einfachsten. Nein. Nee? Du hast ja schon reingeworfen. Du hast was reingeworfen, deswegen nehmen wir das was. Ich sag, das ist die Hand. Das ist die Hand. Du sagst die Entscheidung. Ja, das ist die Hand. Anscheinend hast du ein Gefühl. Mal ja, mal nicht. Vielleicht bescheiße ich dich. Wir wissen es nicht. Nur der Zuschauer hat 8 von den Einschaltgeräten. Glaubst du, Simon ist in der Lage, Dennis zu lesen? Weil er macht auf mich schon sehr... Ja, sehr stark. An Simon geht das gerade ein bisschen vorbei. Ich glaube, der ist ja auch happy, dass er jetzt eine gute Hand gefunden hat. Dennis schiebt all in. All in. Ja, echt? Boah, das ist immer so... Für mich ist das halt immer so eine komplette binäre Entscheidung. Ja, so ist das aber. Ja, aber kann doch nicht jeder... Kann man nicht mal normal spielen noch? Wenn man auch mal irgendwie mal aussetzt, eine Runde... Das ist doch scheiße so. Ich würde gerne eine Runde aussetzen. Ja, okay, aber dann will ich meine Karten aber auch hinlegen. Dann will ich das... Manuellen, legen die Karten hin. Das machen wir. Und gucken, okay, ja. Manuellen. Ach, unter der Bedingung macht das. Ja, unter der Bedingung. Na gut, dann... Aber es ist ja nun mal so, er ist jetzt so short, dass eigentlich jedes Ass auch in die Mitte muss. Und dass er gegen Buben läuft, ist unglücklich. Er hat aber immer noch 30%, wie man sieht. Hat man mit jedem Ass gegen das mittlere Paar. Ein Ass wäre geil, ja, für dich. Das ist schon... Der Acht hilft nicht. Das ist auch kein Ass. Das Kreuz hilft auch nicht. Die Sechs auch nicht. Das ist kein Ass. Ich hätte jetzt gerne die Fünf zum Schwitzen. Eine Drei, eine Zwei. Jetzt braucht er den Barry Greenstein on the River. Achtung. Ah, das Ass. Aber er kommt. Ass. Ass. Ne. Hat er nicht. Wir haben einen Gewinner. Dennis, Simon, das ist guter Zweiter. Ich schnapp mir die Jungs. Du gibst gleich auch noch unten im Studio. Ja. Boah, durchatmen, liebe Freunde. Der Gewinner der dritten Folge der ersten Staffel steht fest. Herzlichen Glückwunsch an Dennis. Dennis the Menace. Zu spät. Ja, schön gespielt. Gleichfalls. Bin aber auch froh, dass es vorbei ist. Ja. Gleichfalls. Komm, ihr Mann, wir machen mal. Dann nehmen wir die 80 Euro, die wir backstage verarbeitet haben, nach Hause. Was soll geraten, bitte? Ach, jetzt muss ich noch. Nee, ja. Ich muss reden. Ah. Muss ich noch was machen? Ja, gleich interview. Ich glaube, ich liebe dich. Hubert ist fort. So, wir können aber auch mit dem Gewinner sprechen und dem Simon gleichzeitig. Herzlich willkommen, sag ich schon, es ist ein bisschen spät. Herzlichen Glückwunsch zu einem guten zweiten Platz, Simon Dennis. Hi, danke. Also, das war ja zwischendurch echt eine zähe Angelegenheit. Ich weiß nicht, wie es euch am Tisch ging. Wie war es? Interessant, interessant. Es wurde immer später, man war immer weniger anwesend und hat einfach nur noch abgefahren, abgefahren und irgendwann war es vorbei. Aber es hat dir ein gutes Ende genommen. Hättest du damit am Anfang gerechnet? Für mich tatsächlich, ja. Gerade der Anfang hatte ich gedacht, der ging ganz schön nach hinten los. Ich wollte aggressiv starren irgendwie, weil viele mir gesagt haben, hey, hier bei den ganzen Vollpfosten, da musst du voll aggressiv reingehen, die können gar nichts. Und dann habe ich das gemacht und habe die ersten beiden Runden voll verloren, richtig viel. Ich glaube, die Hälfte meiner Chips verloren in den ersten beiden Runden. Und dann habe ich versucht, ganz vorsichtig zu spielen und das war meine Taktik. Simon, heads up, macht dir Spaß? Ja, nee, das war richtig scheiße. Ich habe das aber selten, bin ich so weit in einem Poker-Turnier wirklich gekommen, dass ich das erlebt habe. Und vielleicht habe ich da einfach nicht genug Erfahrung und auch die falsche Taktik benutzt. Aber ich gehe dann wirklich nach Gefühl. Gerade, ich will nicht ständig All-In gehen, aber es wurde mir, du hast mich richtig... Wurde ja auch benutzt auf dem einen Mal, ja. Das hätte keiner gesagt. Du hast mich sehr gewalttätig in diese Ecke gezwungen und da hast du dir genommen, was du wolltest für mich. Und wirklich wie Batmans Eltern, da hast du mich zurückgelassen in der Gasse. Es war schön, es war eine schöne Erfahrung. Ich war noch nie in einem Turnier so auf dem zweiten Platz. Ich habe gemerkt, am Ende war es ganz schön anstrengend auch. Da muss man sagen, man braucht Sitzfleisch. Ja, und mich nervt dann auch sowas, wenn dann so eine Taktik auch, natürlich bei mir fruchtet die auch, wenn mich daneben zermürbt. Da springe ich direkt drauf an. Aber es war schön, wirklich. Es hat uns Spaß gemacht. Am Anfang fanden wir es auch ein bisschen zäh. Am Ende rollte das Ding dann aber. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Wer verliert er? Wozu denn? Für den ersten Platz. Damit bist du natürlich auch in der sechsten Folge mit am großen Final Table. Vielen Dank. Felix, komm noch rüber. Danke auch Carsten an den Dealer. Großartig. Auch das muss man honorieren. Das ist nämlich eine harte Leistung, hier fünf Stunden konzentriert die Karten zu geben. Felix, was nehmen wir mit aus dieser dritten Folge? Ja, Magic-Spieler gewinnen am Ende. Danke, Felix. Wir sehen dich hoffentlich dann in der vierten natürlich auch wieder. Die gibt es dann am 14.10., liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir haben große Gäste. Ich habe eine Auswahl mal. Janine Michaelsen wird da sein. Lars Paulsen, Julia Krüger und Gudi wird am Tisch sein. Das wird eine große Runde und natürlich noch viele, viele andere. Ihre 14.10. notieren hier bei Rocket Beans. Danke fürs Zuschauen. Und natürlich danke an unseren großartigen Unterstützer Jobstairs, wie immer an Bord gewesen. Danke dafür, falls ihr einen Job braucht. Jobstairs.de, da könnt ihr hingehen. Danke nochmal für die Unterstützung. Ohne das wäre das alles hier nicht möglich. Euch einen schönen Abend. Tschüss. Durchsicht. Natürlich. Tür. Dann описании. Tschüss. Tschüss. gears.